Ja, wir haben 10 Uhr und mir wurde gerade gesagt, ich soll wenigstens ein einziges Mal in unserer Geschichte halbwegs pünktlich anfangen. Das tue ich dann mal. Ich habe draußen gefragt, es ist kaum noch jemand bei der Akkreditierung und deswegen fangen wir tatsächlich mal an. Ich warte jetzt noch ein bisschen, bis die von draußen so reingekommen sind, die Raucher Zigaretten ausgetreten haben und die Kaffeehola. So langsam. Oh, das ist ja schön. Schon vor der Eröffnung haben wir die erste Stimmkarte gefunden. Gute Tradition bei unseren Parteitagen. Also wer auf den Namen Christoph hört und wessen Nachname mit M anfängt, der sollte mal gucken, ob seine Karte nicht hier vorne bei mir liegt. Wir haben einen Gewinner. So, also, ich heiße euch herzlich willkommen auf dem ersten Landesparteitag der neuen Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Bevor ich es vergesse, nachher müsst ihr mich daran erinnern, dass ich mich noch entschuldigen muss bei euch, aber das kommt am Ende. 50% Zuwachs in zwei Monaten. Hier steht gar nichts von Applaus, aber okay. Liebe Presse, das ist keine Verdopplung, wie ich gelesen habe, und wir sind damit auch nicht der zweitgrößte Landesverband nach dem Landesverband München. Aber 50% Zuwachs, das bedeutet 50% frisches Blut. Das sind neue Ideen, das sind neue Meinungen, das ist neue Expertise, neue Lebenserfahrung, das ist neue Tatkraft. Und am Ende ist das 50% mehr Teilnahme an aktiver Demokratie. Zunächst ein Wort an die Neumitglieder. Ich hoffe, ihr seid mit Erwartungen hierhin gekommen. Und zwar hoffentlich mit positiven. Und ich hoffe, dass die Erwartungen, die ihr habt, heute hier übertroffen werden. Ich habe bei meinem ersten Landesparteitag 2009 in Düsseldorf da gesessen und habe gedacht, jetzt bin ich nicht mehr einer von Millionen, jetzt bin ich einer von 150. Jetzt seid ihr einer von 200, 220, 300, keine Ahnung. Aber plötzlich war meine Stimme etwas wert. Und am Ende dieses Parteitags, auch wenn er abgebrochen wurde und nicht wirklich Ergebnisse produziert hat, aber am Ende bin ich nach Hause gegangen mit dem Gefühl, das ist also Demokratie. Und da kann ich aktiv Demokratie leben und gestalten. Und genau das wollen wir als Piraten machen. Dafür stehen wir und das wollen wir heute hier in Soest auch tun. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Als Vertreter der AG Öffentlichkeitsarbeit und Zuständiger im Vorstand für die Öffentlichkeitsarbeit ein herzliches Willkommen an die Vertreter der Presse. Wenn mir beim letzten Landesparteitag jemand gesagt hätte, dass zu unserem nächsten Landesparteitag eine Unzahl von Pressevertretern kommt, dass der WDR mit einem Übertragungswagen kommt, dem hätte ich gesagt, du spinnst und einen Vogel gezeigt. Aber dann habe ich dem Christopher Lauer, seines Zeichens Ex-Beisitzer im Bundesvorstand und Kandidat für den Bundesvorsitzenden, der es dann nicht geworden ist, der auf die Bühne gegangen ist und gesagt hat, na gut, dann hole ich halt 5% in Berlin, dann habe ich dem den Vogel gezeigt. Und gesagt, der spinnt. Und ich glaube, das war ein großer Fehler. Das hier ist kein normaler Parteitag. Denn die Piraten sind keine normale Partei. Und danke der Nachfrage, das hier wird auch keine normale Rede. Denn als Vorsitzender muss ich die Piraten weder einpeitschen, noch irgendwie auf Kurs bringen, noch irgendwie ein Programm vorantreiben. Denn nicht ich gebe die Richtung vor, sondern die Mitglieder, die heute hier sitzen auf dem Landesparteitag. Sie werden offenen Diskurs sehen, sie werden die Suche nach Mehrheiten miterleben. Und sie werden erleben, was wir unter Basisdemokratie verstehen, nämlich keine Rednerlisten, stattdessen offene Mikrofone, offene Ohren, keine Delegierten, sondern eine freie Meinungsfindung aller Mitglieder, die heute hier anwesend sind. Im Internet gehen wir sogar einen Schritt weiter. Im Internet lassen wir jeden mitdiskutieren. Und wir hören uns jede Meinung an. Wir suchen nach Mehrheiten. Wir suchen nach Meinungsbildern. Und bringen diese mit zu unseren Landesparteitagen. Denn so will es das Gesetz. Hier stimmen die Mitglieder über das Programm und die Satzung ab. Häufig hören wir den Vorwurf, wir haben keinen gemeinsamen Wertekanon. Wir hätten kein gemeinsames Ziel. Aber vielleicht ist es genau das, was wir als einziges haben. Nämlich, wir haben ein Menschenbild. Wir haben eine Idee, eine Vision, die sich Stück für Stück in unser Programm niederschlägt. Wir wollen, dass aufgeklärte Bürger mündig und eigenständig über die Lösung ihrer Probleme mitentscheiden dürfen. Wir wollen in unserem Programm, wir wollen unser Programm erweitern, so, dass die Bürger daran mitarbeiten können. Und wenn es heißt, wir hätten kein Programm Umwelt, Bildung, Innenpolitik, Verbraucherschutz, Familienpolitik, das Recht auf existenzielle Selbst, äh, Moment, das Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilnahme, also Sozialpolitik. Also, das eine Thema, das war so langweilig, dass sie damit zur Landtagswahl 2010 56 Seiten gefüllt haben, mit einem Thema. Also, gerade als junge Partei muss man sich Kritik gefallen lassen. Ich zitiere mal zwei Schlagzeilen aus den letzten Tagen. Die NRW-Piraten werden von Scientology unterwandert, hieß es gestern. Also, eins von 3.000 Mitgliedern ist bekennender Scientologe. Das ist genauso lächerlich, wie zu sagen, wir haben einen Finanzskandal und wir hätten Steuergelder unterschlagen, wenn der Kassenprüferbericht genau das Gegenteil sagt, nämlich, dass wir uns selbst beschissen haben und wir hätten aus der Parteienfinanzierung mehr Geld rausholen können bei einer ordentlichen Buchhaltung. Und das ist genauso lächerlich, wie der Vorwurf, wir seien eine Ein-Themen-Partei. Wir würden uns wünschen, dass zumindest besser recherchiert wird. Liebe Presse, es steht alles über uns im Netz. Google findet uns voll und ganz. Und wir würden uns wünschen, dass Zitate im Zusammenhang gebracht werden. Denn nichts ist schlimmer, als wenn man plötzlich Sätze von sich liest, die man so oder in diesem Zusammenhang nicht gesagt hat. Ansonsten, Sie sind natürlich eingeladen, den Bürgern immer wieder zu zeigen, dass mit der Piratenpartei eine neue, eine ernstzunehmende Alternative in NRW entstanden ist, die angetreten ist, den muffigen Politikalltag mal gehörig durcheinander zu wirbeln. Und als letztes zu den Hartnäckigen, zu den Aktiven, zu der Stammmannschaft. Danke, dass ihr heute hier seid. Das zeigt, dass wir weiterhin mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Danke, dass ihr die AGs und AKs wiederbelebt. Dass wir wieder politische Arbeit machen, dass wir Ziele setzen können, an denen sich auch Neumitglieder aufhängen können. Denn Neumitglieder, die müssen wir mitnehmen. Wir müssen sie integrieren, wir müssen ihnen zeigen, wie Politik bei uns funktioniert. Wir müssen wieder auf die Straße, denn wir müssen den Bürgern zeigen, dass es uns gibt und wofür wir stehen. Die kurze Anekdote lautet, ich habe letztens mit einer Nachbarin geredet, die sagte, ich hatte ein Piratenpartei-T-Shirt an, die sagte, Piratenpartei, ist das Spaß oder ist das Ernst? Und meine Frau war dabei und grinste schon so und dann habe ich gesagt, na mach Schatz und sie sagte, ja der ist Vorsitzender. Und die Nachbarin sagte, Piratenpartei, ich dachte, die gibt es nur in Berlin. Also, wir müssen raus und wir müssen den Leuten zeigen, dass es uns eben auch in NRW gibt. Wir haben wenig Programmanträge heute und morgen. Wir werden langweilig über die Satzung abstimmen. Sehr viel. Aber wir werden eine hitzige Debatte führen und ich möchte jetzt keine Werbung für den einen oder anderen Beitrag machen, sondern ich möchte sagen, ich hoffe, ihr habt die Anträge gelesen, ich hoffe, ihr habt verstanden, was dahinter steckt. Fragt kritisch nach und entscheidet euch dann für das, wo ihr glaubt, dass es richtig ist für die Zukunft des Landesverbandes in Nordrhein-Westfalen. Und ein letztes, die Entschuldigung, als wir diesen Raum gemietet haben im Juli, sind wir davon ausgegangen, dass wir mit 100 bis 120 Besuchern locker hinkommen. Ich habe gerade gehört, die letzte Zahl liegt irgendwo bei 220. Wir haben noch Ausweichplätze draußen. Ich hoffe, dass wir die nicht brauchen werden. Willkommen auf dem ersten Landesparteitag der neuen Piratenpartei Nordrhein-Westfalen und viel Spaß. So, jetzt kommt der fiese Teil, jetzt kommt der organisatorische Teil. Wir müssen nämlich einen Versammlungsleiter wählen. Ja, nicken allen Ordens. Also, wer die Versammlungsleitung gerne übernehmen möchte, mag sich bitte mal auf die Bühne stellen. Ich kenne zwei übliche Verdächtige. Gut, also der Vorschlag lautet, dass der Alexander und der Daniel zusammen die Versammlungsleitung übernehmen. Dann können sie sich ein bisschen abwechseln und mal Pause machen, weil wenn man so viel sabbeln muss, kriegt man einen trockenen Mund. Über diesen Vorschlag müssen wir kurz abstimmen. Da dürft ihr jetzt das erste Mal eure Stimmkarte testen. Wer für diesen Vorschlag ist, möge seine Karte jetzt erheben. Genau, Gegenprobe. Wer ist dagegen? Einer. Oh, zwei. Oh, zwei sind dagegen. Gut, dann übergebe ich jetzt die Versammlungsleitung an Daniel und Alexander. Alles klar. Danke, Michelle, für die einleitenden Worte. Ja, jetzt wird es etwas organisatorisch. Wir haben jetzt noch einige Versammlungsämter zu wählen. Eins davon, also wir brauchen jetzt noch einen dritten, der uns bei der Versammlungsleitung hier unterstützt. Weil wir werden das hier zwar zusammen machen und uns auch abwechseln, aber... Ah ja, okay, gut. Dann ziehen wir... Alles klar, dann kommen bitte nach vorne. So, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen. Ja, am besten hier am Mikro. Moin zusammen, ahoi. Ich bin der Wolfgang aus Düsseldorf und bin heute bei dem ersten Landesparteitag und bin bereits in den ersten Minuten hier von der Resonanz überwältigt. Und auch von der gesamten, sag ich mal, Organisation für so eine junge Partei ist das schon ganz großartig und bereits ein Anfang auf zu neuen Ufern. Gut, die Frage an die Versammlung, gibt es Widersprüche gegen dieses Versammlungsgremium hier? Das ist nicht der Fall. Okay, dann ist das so bestätigt. Bestätigt zum Verlauf, alle Anträge, die schriftlich eingereicht werden müssen, alle Fragen bezüglich der Versammlung, richtet ihr an einen von uns dreien und möglichst nicht an den, der jetzt gerade aktiv hier die Versammlung führt. Gut, okay, dann brauchen wir einen Protokollanten, nein, wir brauchen zwei Protokollanten, Entschuldigung, also zwei Personen, die in der Lage sind, entweder auf Papier ganz schnell mitzuschreiben, wie antiquiert, oder ein Protokoll in Textform im Piratenpad oder Ähnlichem zu führen. Ja, bitte, wir brauchen eine Kandidatin, sonst geht es hier nicht weiter. Also was protokolliert werden müssen, ist ein Ergebnisprotokoll, die gestellten Anträge, die GO-Anträge, die Ergebnisse von Abstimmungen und Wahlen. Ja, das Wahlprotokoll, das führt dann selber der Wahlleiter. Ja, das ist nicht besonders viel, aber es muss gemacht werden. Und wenn das jetzt keiner übernimmt, dann werde ich es einfach zwei Leute bestimmen. Und ich kenne, bitte, ja, das werden am Ende vielleicht zwei, drei, die nach vier Seiten sein. Okay, dann kommst du bitte. Hast du ein Gerät, mit dem du protokollieren kannst? Kann jemand ein Gerät zur Verfügung stellen mit Tastatur? Wir brauchen im Übrigen noch einen zweiten Protokollanten. Auch die Protokollanten benötigen noch Hilfe. Kommst du nach vorne, bitte. Dankeschön, Applaus, bitte. Applaus Ich habe da jedenfalls noch mal nach dem Laptop oder so. Ja. Ja. So. Ja, habt den, äh... Okay, super, okay. Ja, Technik ist da. Technik ist vorhanden. Dankeschön für das Angebot. Okay, dann, ähm, sollen wir jetzt entscheiden über die Zulassung von... Okay, ähm, dann, ähm, müssen wir jetzt eben abstimmen, ob wir, äh, Presse und Öffentlichkeit zulassen. Deswegen bitte ich um, äh, Stimmkartenzeichen dafür, wer dafür ist, äh, Presse und die Öffentlichkeit zuzulassen. Okay, kurze Gegenprobe. Alles klar, damit ist die Presse und die Öffentlichkeit zugelassen. Ähm, die gleiche Frage dürfen wir streamen und aufzeichnen, also Bild- und Tonaufzeichnungen machen. Okay, Gegenprobe. Gut, dann ist auch das, äh, durch. So, eure Protokollantenplätze sind dort unten, ähm, da wo gerade der Herr mit der Kamera sitzt, da ist eigentlich euer Platz. Aber... Zwei Plätze im Saal sind frei geworden. Huh, da und... Kommen wir. So, dann, äh, kommen wir zum Wahlleiter. Heute ist da nicht besonders viel zu tun, weil wir keine Personalwahlen haben, aber der Wahlleiter unterstützt die Versammlungsleitung bei kritischen Auszählungen und Abstimmungen und, äh, ist sofern halt auch ein wichtiges Versammlungsamt. Wer stellt sich zur Verfügung als Wahlleiter? Dann bitte ich, nach vorne zu kommen. Daneben können sich auch gleich, ähm, hier auch, äh, Wahlhelfer einfinden. Davon benötigen wir mindestens zwei. Aufgrund der Größe der Versammlung und dadurch, dass wir wahrscheinlich auch die Außenstellen da und da mitbetreuen müssen, brauchen wir mindestens noch zwei weitere, also mindestens vier, äh, Wahlhelfer. Ja, aber das kann nämlich der Wahlleiter dann auch selber noch einteilen, so. Ja, bitte, Wahlhelfer auch auf die Bühne, damit wir das möglichst zügig hinbekommen. Okay, wer von euch möchte jetzt, äh, Wahlleiter werden? Der Olaf, gut. Äh, Olaf, kannst du dich kurz vorstellen nochmal? Ja, hallo zusammen. Ja, ich als Olaf habe da ja schon mitgekriegt, ich komme aus Wuppertal. Ich habe das schon zwei, dreimal auf, äh, Kreispartei, äh, auf Kreismitgliederversammlungen gemacht und ich traue mir das auch jetzt hier für die Größe zu. So, ich gehe davon aus, dass sich kein weiterer Kandidat findet, deswegen, äh, schließe ich die Kandidatenliste und, äh, es kommt zur Abstimmung. Wer ist dafür, dass Olaf dieses Amt macht? Okay, Gegenprobe? Alles klar, dann ist Olaf Wahlleiter. Olaf, du ernennst deine, äh, Wahlhelfer und gibst sie dann bitte dem Protokoll, äh, im Protokoll an, ja? Gut. Okay. So, ähm, die Protokollanten müssen selber Bescheid sagen, wenn sie noch weitere Helfer brauchen, ja? Ja, auch die müssen hier, äh, der Versammlung bekannt gegeben werden. Aber, ich glaube, im Moment kommt ihr erstmal zurecht, denke ich, ne? Gut, dann, zwei organisatorische Sachen. Zwei organisatorische Sachen. Äh, ganz kurz, zwei organisatorische Sachen noch, äh, oder vielleicht auch drei, ich weiß gar nicht. Es gibt hier, äh, neben vielen orangen und schwarzen T-Shirts auch ein paar blaue und rote. Äh, danke für denjenigen, der sich die Farben hat einfallen lassen, ich hätte orange witzig gefunden. Ähm, die blauen T-Shirts, das sind in erster Linie Ansprechpartner eben für die Vertreter der Presse. Wenn Sie, liebe Pressevertreter, halt irgendwelche Fragen haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an einen der Träger dieses feinen blauen T-Shirts, wie die Chrissi uns das gerade auch schön vorführt. Kannst du das noch ein bisschen länger machen, Chrissi? Sehr schön. So, und dann, dann haben wir noch ein paar junge Menschen, die mit einem roten T-Shirt hier rumlaufen. Ich weiß nicht, wer gerade dort den Catwalk-Stil mal hier vorführen möchte. Super, also rote T-Shirts, das sind unsere Guides. Das sind für euch, ja, ich sag mal speziell eben für die Neumitglieder, die Ansprechpartner. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann wendet euch eben vertrauensvoll an rote T-Shirts. Der Michel hat mich dann gerade noch darauf hingewiesen, Toiletten soll es hier auch geben angeblich. Die sind mit einem riesen Schild wohl ausgeschildert, sodass sie möglicherweise nicht jeder fehlt. Und ich will euch roten Guides jetzt schon mal die Arbeit abnehmen. Die sind wohl geradeaus durch und dann links, wenn ich das richtig verstanden habe. Was sagst du? Also links neben der Akkreditierung. Ihr werdet es finden. Dann sind neben der Stimmkarte eben weitere Dinge gefunden worden. Eine Mappe ist gefunden worden. Vielleicht vermisst jemand eine Mappe. Und eine Brille ist gefunden worden. Auch derjenige, der die Brille vermisst, wird es möglicherweise schnell feststellen können. Michel, die sind auch am Akkreditierungsstand oder was die Sachen? Die Sachen sind also am Akkreditierungsstand. Wer was vermisst, bitte dorthin. Okay, so. Wir haben ja hier einige neue Gesichter und Leute, die bisher noch nicht... Ja, also war ausreichend, ja. Also einstimmig, ja. Großer Mehrheit angenommen. Es gibt ja einige neue hier, die vielleicht noch nicht so mit der Geschäftsordnung vertraut sind. Damit es hier keine Probleme gibt, möchte ich mal kurz noch mal erklären, wie das Ganze hier funktioniert. Also, es gibt die Möglichkeiten, hier Rederecht zu bekommen. Dafür gibt es die Mikros. Das eine steht hier in der Saalmitte. Haben wir noch ein zweites? Nö. Okay, dann nur dieses eine. Bitte? Haben wir mobile? Nee, sieht nicht so aus. Ah, da sind noch mobile. Genau, dann brauchen wir dann wahrscheinlich, dann sollte es zu einer Aussprache kommen, auch noch zwei Leute, die mit dem Mikrofon rumlaufen und die weiterreichen. Dann haben wir hier nicht so eine Aufsteh- und Setzorgie. Dann gibt es Geschäftsordnungsanträge. Das sind Anträge, die die Versammlung kurzzeitig quasi unterbrechen, weil die sind bevorzugt zu behandeln. Das heißt, nach einem Redebeitrag oder einer Abstimmung müssen diese unverzüglich behandelt werden durch die Versammlungsleitung. Ein Geschäftsordnungsantrag, den man auch GO-Antrag nennt, kündigt man an, indem man beide Arme hebt. Wer nicht in der Lage ist, beide Arme zu heben, der möge bitte seinen Nachbarn darum bitten. Und es gibt einige Geschäftsordnungsanträge, die nur schriftlich bei der Versammlungsleitung eingereicht werden können. Dazu gehört ein GO-Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung, der GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung, der GO-Antrag auf Vertagung der Sitzung. Diese drei GO-Anträge sind schriftlich bei der Versammlungsleitung, also bei uns dreien, einzureichen. Ansonsten gibt es noch die Geschäftsordnungsanträge auf Enthebung und Neuwahl eines Versammlungsamtes, auf Zulassung eines Gastredners, auf gemeinsame Abstimmung von mehreren Anträgen, auf geheime Wahl, auf Auszählung, auf erneute Auszählung der letzten Auszählung, auf getrennte Wahlgänge, auf Änderungen der Reihenfolge der Wahlgänge, Schließen der Rednerliste, Einholen eines Meinungsbildes, Unterbrechung der Sitzung, Begrenzung der Redezeit und Aufhebung, Begrenzung der Redezeit. Zu allen Geschäftsordnungsanträgen ist es möglich, einen Gegenantrag zu stellen, bis auf einen und zwar zur Einholung eines Meinungsbildes. Dazu gibt es keine Gegenrede. Eine Gegenrede bedeutet, dass man ebenfalls beide Hände hebt und dann kann man sagen, okay, ich möchte gerne hier etwas begründet sagen. Das ist dann eine begründete Gegenrede oder formell, das heißt, man möchte einfach nur eine Abstimmung über diesen GO-Antrag. GO-Anträge werden mit einfacher Mehrheit verabschiedet. Okay, ich hoffe, Sie haben noch einen Hinweis. Bei den GO-Anträgen, der Alex hat es ja gerade gesagt, GO-Anträge können nur stimmberechtigte Mitglieder abgeben. Ich darf euch vielleicht einfach bitten, wenn ihr eure beiden Hände in die Höhe hebt, dass ihr in einer der beiden Hände noch eure Stimmkarte habt. Das würde uns den Job ein bisschen erleichtern, denke ich mal. Wir sind ja ein paar Gäste hier, insofern ist das sicherlich einfach. Noch ein Hinweis grundsätzlich dazu, das zeigt die Erfahrung aus vergangenen Landesparteitagen. Wenn irgendjemand reden möchte, dann ist das okay. Allerdings bitte nicht informen, dass er einen GO-Antrag stellt. Das hatten wir in der Vergangenheit sehr, sehr häufig, dass irgendwo jemand sagt, ich stelle einen GO-Antrag. Der wird dann sofort drangenommen und redet über irgendetwas. Das ist kein GO-Antrag, das werden wir auch schrickt unterbinden. Fühlt euch da bitte nicht auf den Schlips getreten, lasst es also einfach sein. Wer irgendwie reden möchte, kann sich auch ansonsten während der Versammlung jederzeit an uns wenden. Wir können also jederzeit jemandem auch das Rederecht im Prinzip zugestehen. Noch eine Sache zu Wortbeiträgen. Also es gibt am Anfang keine Redezeitbegrenzung. Die kann natürlich per GO-Antrag, wie wir gerade gelernt haben, beantragt werden. Allerdings werden wir sofort, sollte es inhaltliche Wiederholungen geben bei Wortbeiträgen, das Wort entziehen, weil wir wollen hier keine Wiederholungen, sondern wir wollen hier zügig auch vorankommen. Deswegen genau überlegen, ob man jetzt wirklich etwas Neues beitragen kann mit seinem Wortbeitrag. Gut, wenn es jetzt keine weiteren GO-Antrag, Entschuldigung, ja bitte, lasst der GO-Antrag. Eine Redezeitbegrenzung muss immer mit der Zeit benannt werden und darf nicht kürzer als 30 Sekunden sein. Drei Minuten, okay, wir haben einen GO-Antrag auf, wir haben eine Gegenrede formell begründet, formell. Okay, dann müssen wir abstimmen. Redezeitbegrenzung auf drei Minuten, wer ist dafür? Okay, Gegenprobe, wer ist dagegen? Der GO-Antrag ist abgelehnt, damit kann der GO-Antrag innerhalb von fünf Minuten nicht wiedergestellt werden, mit gleichbedeutender Aussage. So, wir kommen, ist das da vorne eine Abstimmung? Ne, ja, noch eine Abstimmung. Gut, dann kommen wir zur Tagesordnung. Kann man bitte die Folie mit der Tagesordnung auf den Beamer werfen? Hier haben wir eine Anfrage an die Versammlungsleitung. Nicht an mich, ich leite. Bitte die Versammlung. Okay. Die Tagesordnung hätte ich gerne bitte auf den Beamer. Ich muss noch mal hinweisen, dass Sie theoretisch jemand noch einen Antrag stellen kann, die GO-Antrag zu verändern. Das steht doch hier. Änderung der Geschäftsordnung, habe ich als erstes genommen. Muss ich nicht noch mal sagen. Sonst würde ich redundant reden, müsste mir selber das Wort entziehen. Würdest du mir einmal den Olaf hier hin? Olaf Wegner, kann er mal bitte zur Versammlungsleitung kommen? Wer bedient den Beamer, bitte? Ich hätte gerne die Tagesordnung hier drauf. Dankeschön. Hier haben wir die Tagesordnung. Die Tagesordnung ist mit der Einladung mitgeschickt worden. Sie sieht nach der Eröffnung, die wir jetzt abgeschlossen haben, hat die Abstimmung in der Tagesordnung vor. Sie sieht folgende Reihenfolge bei diesem Parteitag vor. Und zwar zunächst die Programmanträge zu behandeln, danach die sonstigen Anträge und dann die Satz- und Änderungsanträge. Hier anschließend Finanzbeschlüsse, sonstiges und das Änderungsanträge. Gibt es hierzu einen Änderungswunsch? Oder können wir das so beschließen? Ich sehe, es gibt keinen Änderungswunsch. Es gibt einen Änderungswunsch. Dann bitte Antrag auf. Also, die Satz- und Änderungsanträge sollen vorgezogen werden, vor was denn? Vor Programmanträge, sonstige Anträge oder vor was? Ja, also, ich habe ja gerade vorgelesen, Programmanträge, danach sonstige Anträge und danach kommen nach dem aktuellen Vorschlag zur Tagesordnung die das und die sonstigen Anträge. Für die sonstigen, also zwischen Programmanträge und sonstige Anträge. Wir haben eine Wortbeiträge. Insofern öffne ich die Rednerliste. Michelle hat das Wort. Das Mikro bitte in der Saalmitte. Öffnen. Meine Stimme ist schon wieder komisch. Ich würde da gerne gegenreden, und zwar aus folgendem Grund. Wir haben eine Einladung rausgegeben. Ich weiß, man sollte nichts zum Sklaven machen. Aber wir haben viele Pressevertreter, die heute für die Programmanträge gekommen sind. Und es wäre schade, wenn die jetzt für eine Satzungsdiskussion gekommen sind, die sie vielleicht nicht erwartet haben. Okay. Ja, also der Rede... Diese Programmanträge wären jetzt sowieso dann gekommen, auch nach diesem Vorschlag. Aber, okay. Die sonstigen Anträge beinhalten auch politische... Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Insofern kann man das vielleicht ansatzweise nachvollziehen. Da war noch ein weiterer Wortbeitrag. Kannst du bitte ins Mikrofon gehen? Oder hier ein Saalmikrofon geben lassen? Wer bedient die Saalmikros? Wo sind die Saalmikros? Nein, die Hand ist fragbar. Da gab es doch zwei, die ich eben gesehen habe. Ah, danke. Dann haben wir da einmal... Ich möchte gerne, dass die Finanzanträge weiter vorgezogen werden. Nicht, dass es wie beim letzten Landesparteitag dann zum Schluss dazu kommt, dass das abgestimmt wird, was die Mehrheit nicht möchte. Okay. Ich glaube, wir bekommen da schlicht und ergreifend ein Zeitproblem heute, wenn wir die Programmanträge durchmachen und anschließend anfangen, in die Satzung einzusteigen. Denn mit den ersten Teilen der Satzungsanträge machen wir morgen wieder mit der Satzung weiter. Ich glaube auch, dass sich das ein bisschen widerspricht, was da beantragt wurde. Und dass wir das nicht noch zwei Tage ziehen. Ich bitte um Abstimmungen, wer dafür ist, wer der Meinung ist. Okay, Gegenprobe. Ich teile dem mit, dass die überwältigende Mehrheit für die angezeigte Tagesordnung steht. Gut, noch ein Redebeitrag? Ja, die Finanzanträge betreffen nur die AG-Reederei und wir haben kein Problem, auch noch bis zum ersten Quartal zu warten mit den Finanzen. Okay. Falls die nicht mehr durchkommen morgen. Mhm. Okay. Gut. Dann gibt es weitere Wortbeiträge? Okay. So, also wir haben hier die aktuelle Tagesordnung. Wir haben zwei Änderungswünsche. Diese Anträge schließen sich quasi damit aus. Somit haben wir einmal die Reihenfolge Programmanträge, sonstige Anträge, Satzungsänderungsanträge, Finanzbeschlüsse, sonstiges, wie es hier wie immer angezeigt ist. Dann gibt es den Vorschlag, das ist Vorschlag Nummer zwei. Programmanträge, Satzungsänderungsanträge, sonstige Anträge, Finanzbeschlüsse, sonstiges. Also der zieht die Satzungsanträge als den zweiten Tagesordnungspunkt dann vor. Und dann haben wir einen Antrag, das mit den Finanzbeschlüssen, kann man den nochmal konkret formulieren bitte? Wo sollen die hin? Da wurde nur gesagt vorzuziehen, aber es muss genau benannt werden, wohin? Die Finanzanträge nach den Programmanträgen. Nach den Programmanträgen, also als Punkt zwei. Also wäre das Programmanträge, Finanzbeschlüsse, sonstige Anträge, Satzungsänderungsanträge, Finanzbeschlüsse, sonstiges. So, ich gehe davon aus, dass es keine weiteren Vorschläge gibt. Es gibt noch einen Redebeitrag. Auch wenn das Meinungsbild jetzt negativ ausgefallen ist, möchte ich trotzdem bitten, weiterhin sich zu überlegen, dass die Satzungsänderungen wichtig sind, auch für die Finanzsachen. Und es sieht nach vielen Satzungsanträgen aus, praktisch nicht so viel. Also es wird nur ein Teil davon abgestimmt werden müssen, wie sich mit an Sicherheit gänzender Wahrscheinlichkeit wohl herausstellen wird. Das wird die Versammlung zeigen. Ja, natürlich, aber es ist recht wahrscheinlich. Und darum bitte ich eben, weil auf dieser Grundlage entscheiden wir ja dann über die anderen Sachen. Das ist zwar kein spannendes Thema, nach den Programmanträgen können wir das natürlich, wäre aber das gut, wenn wir das dann abgehandelt hätten, um eben auf einer soliden Basis, die nicht erst zum nächsten Partei da gilt, die Finanzen entscheiden zu können. Gut, danke. Okay, wir haben einen Geschäftsordnungsantrag. Einen Geschäftsordnungsantrag auf Schließung der Rednerliste. Okay, damit ist die Rednerliste geschlossen. Gut, dann kommen wir zur Abstimmung. Es gibt drei Alternativen, die ich in Reihenfolge abstimmen werde. Einmal die vorliegende, dann die von Bernhard vorgelegte und danach die, deinen Namen kenne ich leider nicht, aber die dritte Alternative, die die Finanzbeschlüsse vorzieht. Dann kommen wir zum Stimmkarte hebeln und zwar für den ersten Antrag. Wer ist für die Tagesordnung, wie sie hier am BIMA steht? Dankeschön. Wer ist für die Tagesordnung, wie sie Bernhard vorgeschlagen hat? Dankeschön. Wer ist für die Tagesordnung, wie sie der Herr da hinten vorgeschlagen hat? Dankeschön. Damit stelle ich fest, dass die Tagesordnung, wie sie hier angezeigt wird, beschlossen wurde. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 1, Programmanträge. Die werden wir in folgender Reihenfolge behandeln. Antrag Grundsatzprogramm Drogenpolitik. Antrag Grundsatzprogramm Nachhaltigkeit, eingereicht von Umwelt und Energie. Antrag Grundsatzprogramm Wahlprogramm Wirtschaft, Umwelt, Förderung, Zukunftstechnologien. Antrag Grundsatzprogramm öffentlicher Dienstpersonal. Antrag Grundsatzprogramm Whistleblowing. Antrag Wahlprogramm Positionspapier. Wrecking. So. Noch eine grundsätzliche Sache, worüber wir uns im Vorhinein vielleicht einigen sollten. Es gibt für das Land Nordrhein-Westfalen noch keinen Grundsatz oder Parteiprogramm. Kein eigenes. In den Formulierungen der Anträge wird das auch immer unterschiedlich benannt. Und deswegen würde ich hier kurz erstmal, also die Vorschläge, die eingereicht wurden, sind Grundsatzprogramm, Parteiprogramm und Parteigrundsatzprogramm. Da sollten wir uns vielleicht auch auf eine gemeinsame Wortwahl einigen. Und wenn es jetzt keine weiteren Vorschläge dazu gibt, würde ich dann einfach das kurz abstimmen wollen, worauf wir uns einigen, was wir für einen Begriff verwenden wollen. Okay, gibt es nicht. Deswegen kurz die Abstimmung dazu. Wer ist dafür, den Begriff Grundsatzprogramm zu verwenden? Wer ist für den Begriff Parteiprogramm? Wer ist für den Begriff Parteigrundsatzprogramm? Okay. Oder Grundsatzparteiprogramm. Machen wir noch eine vierte Version auf. Okay. Dann stelle ich fest, dass die Versammlung übereingekommen ist, das Grundsatzprogramm zu nennen. Und damit kommen wir jetzt zum ersten Antrag. Dem Antrag von Andi zum Thema Drogenpolitik. Ich bin den Antragsteller hier vorne auf die Bühne, um den Antrag vorzustellen. Und ich bitte auch alle Zuhörer aufmerksam zu sein. Und diejenigen, die reden möchten, bitte ich schon mal in Richtung Mikrofon zu gehen. Danke. Frank und Alex als Helfer der Versammlungsleitung benennen. Nee, noch nicht. Okay. Ich benenne jetzt noch Frank und Alex als Helfer der Versammlungsleitung. Die kümmern sich um die Verteilung der Handmikrofone hier im Saal. Gibt es da Widersprüche? Gibt es nicht. Okay. Dann Andi, du hast das Wort. Ja, guten Morgen. Mein Name ist Andi Rohde. Ich komme aus Wesel und arbeite mit dem AK Drogenpolitik in NRW seit zwei Jahren an einer neuen Drogenpolitik. Ja, wir haben beim letzten, vorletzten Parteitag, beim Programmparteitag, hatten wir ein Wahlprogramm beschlossen. Bei diesem Wahlprogramm, da ist uns die Präambel mit einem Abstimmungsunglück direkt am Anfang über Bord gegangen. Das möchte jetzt dieser Grundsatzprogrammantrag nachholen, damit wir neben den ziemlich guten Wahlprogrammpunkten, die ja konkrete Maßnahmen in bestimmten Problemstellungen in der Thematik angehen, soll dieser Antrag eine Grundlage darstellen für alles, was wir nach außen tragen an Meinungen und Grundhaltungen in der Drogenpolitik. Der Antrag hat grundsätzlich den Tenor, dass wir uns von der Prohibition verabschieden, die hier seit 40 Jahren nicht funktioniert, eigentlich nur Schlechtes produziert und bisher in 40 Jahren nicht ein kleines bisschen an Verbesserungen gebracht hat, weder für Konsumenten noch für die Gesellschaft. Ja, ich hoffe, die meisten haben den Antrag gelesen. Wir haben nach einer ausführlichen Diskussion vor ungefähr zwei, zweieinhalb Monaten auf den NRW-Listen dort noch einen kleinen Einleitungssatz hinzugefügt, nachdem wir darauf aufmerksam gemacht wurden, dass das Thema sich so einfach nicht unbedingt jedem erschließt. Darum haben wir das eingeführt. Warum wollen wir und müssen wir eine neue Drogenpolitik haben? Ja, wenn es Fragen gibt, dann würde ich die gerne beantworten. Und ich werde jetzt einfach mal das Wort zu euch überreichen. Gut, gibt es Redebeiträge hierfür? Okay, wir eröffnen die Rednerliste. Du hast das Wort. Ja, ich habe eine Frage zu einem Satz, der relativ am Anfang steht. Kannst du ein bisschen näher ans Mikrofon gehen, bitte? Ah, okay, Entschuldigung. Hier gibt es einen Satz, zu dem ich eine Frage habe. Da steht, wir lehnen die heutige wissenschaftlich nicht haltbare Unterscheidung in legale und illegale Stoffe ab und so weiter. Irgendwie verstehe ich den Satz nicht so richtig, weil die Unterscheidung in illegale und legale Stoffe ist natürlich eine legale und keine wissenschaftliche Unterscheidung. Insofern verstehe ich nicht, wieviel der Satz Sinn ergibt. Entschuldigung, weil ich höre jetzt von meinen Lautsprechern hier sehr viel. Ich hätte gedacht, du verstehst mich. Also es gibt einen Satz hier, zu dem ich eine Frage habe, weil der mir sinnlos erscheint. Da steht, wir lehnen die heutige wissenschaftlich nicht haltbare Unterscheidung in legale und illegale Stoffe ab und so weiter. Und die Unterscheidung in legale und illegale Stoffe ist natürlich eine legale Unterscheidung und sowieso keine wissenschaftliche Unterscheidung. Und vielleicht meinst du was anderes, aber der Satz an sich gibt keinen Sinn. Ich finde, der Satz gibt schon Sinn. Insofern ist das, dass wir ja heute, dass wir schon eine grundsätzliche Einteilung haben in legale und illegale Stoffe. Und dass die wissenschaftlich auf keiner Seite haltbar ist, weder auf der heute legalen noch auf der heute illegalen. Das soll dieser Satz damit aussagen, dass wir halt diese Unterscheidung ablehnen und eine faktenbasierte Bewertung und Handhabung der einzelnen Stoffe wollen. Und nicht nach, ich sag mal, Dogmen oder Vorurteilen vorgehen, sondern einzig und alleine anhand von wissenschaftlich belegbaren Fakten. Und genau die, das ist so heute nicht gegeben. Und ja. Nachfrage. Verstehe ich das so richtig? Du willst überhaupt keine Unterscheidung in legale und illegale Stoffe? Also kein Stoff soll ein illegaler Stoff sein? Wie ist das gemeint? Es soll in der Form nichts mehr so als illegal gehandhabt werden, wie es heute ist. Es wird schon eine Unterscheidung und unterschiedliche Regelungen für verschiedene gefährliche Stoffe geben. Das ist meine Haltung. Nur eben, es soll nur anhand der Gefährlichkeit entschieden werden. Und ja. Jetzt können wir wieder einigen. Wie geht das? War die Frage jetzt so beantwortet? Ich möchte nur anmerken, ich glaube, mein Vorredner hat den Satz nicht ganz richtig gepaust, also irgendwo nicht ganz richtig aufgefasst, weil da drin steht, aus wissenschaftlicher Sicht ist die Unterteilung nicht sinnvoll haltbar. Und aus der Wissenschaftlerperspektive ist so eine legale Unterscheidung dann faktenbasiert. Und ja, von daher sehe ich da kein Problem in dem Satz. Ja, danke. So sehe ich das im Grunde auch. Ich möchte sagen, ich verlasse mich nicht auf die Wissenschaft. Weil Wissenschaft ist für mich eine Methode. Hinter einer Methode steckt immer eine Ideologie. Hinter einer Ideologie steht ein Nutzen. Das System, das herrschende System, verbraucht die Chemie legal. Das ist auch eine Droge. Sehr richtig. Wenn wir dieses Thema auffassen, wir müssen eine Ideologie haben, die nicht orientiert an der Problembehaltigung dieser Art von Wissenschaft, sondern wir müssen die Natur befreien von der Prägung dieser Ideologien, die wir demaskieren wollen. Ich glaube, wir müssen auch auf eine Gleise gehen, die wie eine Autobahn funktioniert und nicht nur kleine Wege findet. Ich finde das, was ich habe ein bisschen das gelesen, das sind Symptome. Ich glaube, wir müssen uns mehr orientieren, was wollen wir wirklich mit Drogenpolitik sagen. Das ist nicht da drin. Ich glaube, dieser Gedanke ist ein Anstoß, aber noch nicht politisch reif, um die Menschen zu überzeugen, dass wir nicht Lücken kompensieren wollen. Die Parteien bundesweit setzen sich aus in der Sitzung mit Drogenpolitik. Alle Parteien. Wir haben noch keine richtige Antwort. Wenn wir diesen industriellen Aspekt von Drogen nur sehen, wir denken ökonomisch, aber wir haben so viele andere Drogen. Patriarchie ist auch eine Droge. Wenn wir sehen, wie viele Frauen wir haben. Patriarchie ist gedrückt. Patriarchie ist eine Droge. Wir haben so viele Aspekte von Formen von Drogen zu bedenken. Ja, vielen Dank. Wir haben einen Geo-Antrag. Ich stelle einen Antrag auf Begrenzung der Rednerzeit auf zwei Minuten. Auf zwei Minuten. Okay. Dann bitte ich um... Okay. Geo-Antrag. Gegenrede. Geo-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Erst muss der Geo-Antrag zur Begrenzung der Redezeit... Gibt es dazu Gegenrede? Begründet, formell, formell. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dafür, die Redezeit zu begrenzen? Auf zwei Minuten. Okay. Danke. Gegenprobe. Wer ist dagegen? Damit ist die Redezeit auf zwei Minuten begrenzt. Geo-Antrag. Ich entschuldige mich dafür, dass ich den eben vorschnell gestellt habe. Nun Geo-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Okay. Geo-Antrag. Gibt es da Gegenrede? Es gibt keine Gegenrede. Doch. Ja, ich bitte alle, die Hände runterzunehmen, die ja schon vorzeitig abstimmen. Bitte Gegenrede auch mit zwei, weil das ist auch ein Geo-Antrag. Danke. Okay. Formell? Formell. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dafür, die Rednerliste zu schließen? Gegenprobe. Damit bleibt die Rednerliste offen. Der Antrag kann innerhalb von fünf Minuten nicht erneut gestellt werden. Gut. Dann, bitte, möchtest du hier noch etwas darauf antworten oder willst du erst mal weiter sammeln? Sammeln wir. Gut, wir sammeln. Dann bitte der nächste Redebeitrag. Ja, ein Vorwort. Ich arbeite an der Bildungseinrichtung mit jungen Leuten. Und ich lehne diesen Antrag in dieser Form komplett ab. Es gibt kein Recht auf Rausch. Ich glaube, da kann ich gleich mal einsteigen. Was eben gerade gesagt wurde, kann ich überhaupt nicht unterstützen, weil, glaube ich, in diesem Antrag drinsteht, dass Drogen wie Heroin, Kokain etc. nur noch auf Rezept ausstellbar sind. Und, ist das richtig soweit? Das steht so nicht drin. Aber die Grundlagen für eine solche Herangehensweise, die sind so gelegt, dass ja das Wesen einer Grundsatzposition, dass man eben keine einzelnen detaillierten Regelungen für einzelne Unterthemen, sprich in diesem Fall Substanzen, vornimmt, sondern nur die Richtung ausdrückt, in die man grundsätzlich gehen möchte. Also, es geht in dem ganzen Teil, soweit ich das richtig verstanden habe, nicht darum, dass man nun Koks neben den Zigaretten im Kiosk kaufen kann. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist richtig und deshalb unterstütze ich definitiv das Ding auf jeden Fall, weil es nichts bringt, einen Heroinsüchtigen unter irgendeine andere Droge, die das überlagert, zu setzen und ja, damit bin ich dann auch fertig. Ja, danke dir. Ich denke, das Hauptproblem wird wahrscheinlich das sein, wie soll die Beschaffung der Drogen letztendlich geregelt werden. Denn, wie eben gerade mein Vorredner sagte, den Alkohol kann jeder frei kaufen. Wir haben jedes Jahr mit Hunderttausenden von Toten zu rechnen. Wenn Drogen komplett freigeben und frei beschaffbar wären, mit welchen Todeszahlen haben wir dann zu rechnen, wenn die Menschen nicht damit vernünftig umgehen können, wie so heute, wenn sie unvernünftig bedingen, quasi Alkohol umgehen. Und das ist genau dahingehend, meines Erachtens gehört ein Grundsatzprogramm, so auch hinein, wie man sich zukünftig vorstellt, wie die Drogenbeschaffung oder das Handling geregelt werden soll. Das ist ganz, ganz entscheidend. Nicht, dass es so ist, dass wir wirklich im Supermarkt einkaufen können, wie heute den Schnaps. Ja, danke. Ja, danke. Da würde ich gerne eben darauf antworten. Es gibt in Europa mittlerweile sehr gute Beispiele. Das Allerbeste ist definitiv Portugal. Wir haben seit ungefähr zehn Jahren jetzt eine konsequente Entkriminalisierung harter und weicher Drogen vollzogen, so dass jetzt die Weltgesundheitsorganisation nach ersten Prüfungen 2003 und 2006 und 2008 mit jedem Mal verstärkt feststellen musste, sämtliche drogenbasierten Probleme, ob das jetzt gesundheitliche Probleme, Beschaffungskriminalität und eigentlich der gesamte Plumpersteller dranhängt, der eigentlich nur durch die Prohibition selber entsteht, die Problematiken, die haben dort rapide abgenommen. Und so ist es eben der Fall, dass wir uns hier in unserer Arbeit sehr wundern, dass diese hervorragenden Ergebnisse und unwiderlegbaren Zahlen in einem gesellschaftlich nicht so sehr unterschiedlichen Land zu uns, eben auch in Europa, so hartnäckig ignoriert werden. Und das wollen wir nicht länger hinnehmen. Wir haben einfach festgestellt, überall auf der Welt, wo man die Prohibition abschafft, und sei es auch nur stückchenweise, jedes Stück, das man weggeht von der Prohibition, schafft Vorteile für die Gesellschaft. Und dafür soll dieser Programmantrag die Grundlage legen. Es wird zu diesem Programmantrag ja noch eine ganze Reihe einzelner Positionspapiere geben, in denen dann ganz konkrete einzelne Maßnahmen, die auf Landesebene halt umgesetzt werden können, so etwas wie Handhabung der geringen Menge Regelung bei Cannabis oder ähnliches, die werden dann in einzelnen Programmanträgen erweiternd behandelt. Das gehört aber nun mal nicht in einen Grundsatzprogrammantrag. Und der soll letztlich für Wahlprogramme und die Positionspapiere sozusagen der Opener sein. Die grundsätzliche Aussage, wo wollen wir hin? Also ich wollte mich erstmal für die Vorarbeit bedanken. Zwei Jahre Diskussion, ich kann mir vorstellen, ihr habt da ganz heftig gekämpft, um diesen Antrag zu formulieren. Und selbst wenn ich in Details nicht damit übereinstimme, kann ich diesem Antrag zustimmen, denn es wird Zeit, dass wir dazu Stellung nehmen und in dieser Art Stellung nehmen. Vielen Dank. Ja, GO-Antrag bitte. Antrag auf Schließung der Redner, jetzt haben wir schon wieder fünf Minuten um. Okay, gut. Ich hätte gerne auch eine Uhr, wenn mir jemand seine leihen kann, dann kann ich auch die Redezeitbegrenzung überwachen. Ist da eine Uhr? Ah, da ist eine Uhr dran. Okay, das ist für mich aber schwer einsehenbar. Gut, gibt es dazu Gegenrede? Ah, super. Gegenrede, ja, formell? Formell, dann kommen wir zur Abstimmung. Schließung der Rednerliste, wer ist dafür? Gegenprobe. Damit ist die Rednerliste geschlossen. Der Letzte auf der Rednerliste hebt eben den Arm. Du überwachst in meinem Namen, dass sich keiner hinter dir anstellt. So, dann bitte Frank. Ja, ich wollte auch nur zu dem Antrag sagen, wenn man ein bisschen weiter hoch scrollt, weil die meisten das eben falsch verstanden haben. Wir sagen ja nicht durch diesen Grundsatzantrag, dass ab morgen alle Drogen frei sind, sondern wir sagen ja nur, diese alte Einteilung soll aufgehoben werden und wir möchten ja nach Gefahrenpotenzialen das neu einteilen. Wir möchten gerne, dass wir halt unsere jugendlichen Eltern und sonst was mehr bilden, wo wir mehr mit Transparenz und sonst was fordern. Und deswegen kann man nur diesen Antrag mit einer guten Vorarbeit entsprechend zustimmen. Danke. Ja, ich wollte eigentlich auch nur nochmal sagen, dass ich den Antrag sehr gut finde und dass wir eigentlich die Realität wahrnehmen sollten, wie sie ist. Und so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Im Moment ist es so, man geht als Jugendlicher irgendwo hin, kauft sich Haschisch, Marihuana, was auch immer und lernt natürlich durch den Dealer auch härtere Drogen kennen. Und durch die Entkriminalisierung dieser Sachen kann man auch eben durch Einteilung in verschiedene Gefahrenpotenziale das besser steuern. So wie es jetzt ist, haben wir überhaupt keine Steuerung, was Drogen angeht, gerade was unsere Jugend angeht. Ich habe auch selber Kinder und muss da natürlich auch dann denken. Und deswegen bitte ich alle, passt die Politik der Realität an und unterstützt diesen Antrag. Danke. Ich hätte nur eine Frage und zwar das Gefahrenpotenzial. Was ist, wenn eine Studie sagt, das Gefahrenpotenzial von einem neuen Stoff ist total gering und nach zehn Jahren stellt sich heraus, es tötet Menschen durch Krebs oder Sonstiges. Dann haben wir ja zehn Jahre gesagt, ist ganz okay, kannst du ruhig nehmen. Und danach, ja, oh, tu uns leid, ist tödlich. Und wer haftet dann? Dazu kann ich jetzt zwei Dinge sagen. Zum einen, der heutige Stand halt Prohibitionen verhindert, dass überhaupt an Stoffen, besonders an neuen, überforscht wird. Zum zweiten, neue Stoffe, gerade besonders auf dem Sektor der chemischen Drogen, erlebt man gerade in England und in der Schweiz ein regelrechtes, so ein Hase-und-Igel-Rennen zwischen Behörden und Herstellern von chemischen Drogen, die quasi in einer Schlagzahl dort neue Substanzen vorlegen, dass die Gesetzgebung da überhaupt nicht mehr hinterherkommt. Versuchen jetzt schon komplette Substanzgruppen verbieten zu lassen. Das ist allerdings wieder verfassungsrechtlich sehr bedenklich. Und man merkt daran, dass die Prohibition in dem Bereich auch dafür sorgt, dass ständig Neues entwickelt wird. Weil man versucht dann immer, wenn es auch nur für ein halbes Jahr ist, dann wieder im Rahmen einer Halblegalität oder sogar Legalitätsstoffe weiter auf den Markt halten zu können. In dem Moment, wo die Gesetzgebung hinterherregelt, sind hier schon wieder drei Stoffe weiter. Das ist also ein Hase-und-Igel-Spielchen, das kann die Gesetzgebung nicht gewinnen. Und je mehr Anreize man eigentlich schafft mit Verboten, immer wieder neue Substanzen daher zu schaffen, je mehr Probleme schafft sich dann die Gesellschaft damit. Die einzelnen Stoffe können natürlich, wenn der Staat sich endlich seiner Verantwortung stellt und die Schwarzmärkte dem organisierten Verbrechen halt wegnimmt und dort seiner Fürsorgepflicht nachkommt, dann können natürlich auch neuere Stoffe oder Stoffe intensiver und genauer überprüft werden. Das ist schon mal die erste Grundlage dafür, überhaupt sagen zu können, wie wirkt etwas. Es gibt heute sehr, sehr, gerade selbst zu Cannabis gibt es eine der meist erforschten Substanzen, gibt es vergleichsweise wenig Studien zu solchen Spezialfällen. Was sind denn so Langzeitproblemen wie den Rekonistenzzeiten etc.? Da ist man aus Australien gerade schon eine Studie bekommen. Es geht, es ist auch so. Übrigens, Randinfo, es ist gerade eben wissenschaftlich belegt worden, dass selbst der Dauerkonsum von Haschisch nach zwei bis ein bis zwei Monaten sich auch der Körper und Geist sich wieder völlig herstellt. Diesen dämpfenden Effekt, den man sich halt mal durch Dauerkiffen dann schon mal abholen könnte. Selbst der ist völlig reversibel, hat man jetzt auch festgestellt, wusste vorher keiner. Das sind einfach Studien, die müssen gemacht werden dürfen. Ja, aber bislang sind ja nicht gemacht. Also, weil man nicht darf, weil die Rahmenbedingungen eben es verbieten, in den Firmen und Forschungseinrichtungen mit verbotenen Stoffen umzugehen. Nächste Redner bitte. Nächste Redner bitte. Ja, meiner Meinung nach, es mag zwar kein Recht auf einen Rausch geben, es gibt aber immer noch das Recht auf selbstbestimmtes Leben und gerade dieses selbstbestimmte Leben wird durch diesen Antrag gestützt. Durch diesen Antrag wird endlich mal eine Rechtsbasis für Abhängige geschaffen, für Süchtige, für Leute, die irgendwie mit Stoffen in Kontakt gekommen sind, mit denen sie eigentlich gar nichts zu tun haben wollten. Durch eben diese Prohibition, durch diese Schattenwirtschaft, durch den Drogendealer, der eben dann doch mal gestrecktes Zeug, Koks oder was auch immer angeboten hat. Und meiner Meinung nach ist eine Prohibition, eine aufgeklärte Gesellschaft, wie wir sie in Deutschland haben, nicht mehr würdig. Ja. Kann ich dir nur vollkommen zustimmen. Und jeder, der das so nicht glauben will, der braucht eigentlich nur mal so 60, 70 Jahre zurück überlegen. Da hat in Amerika mal eine Regierung versucht, Alkohol zu verbieten. Mit dem Ergebnis, nie wurde in der Folge davon so viel gesoffen und so viel gepanschtes und Dreckszeug auf den Markt geschmissen, wie genau in dieser Zeit. Na, zehn Jahre später musste man halt zurückrudern und sagen, das hat überhaupt nicht funktioniert, um dann 20 Jahre später anzufangen, so ziemlich alles andere zu verbieten, außer Alkohol. Man hat überhaupt nichts aus den Fehlern gelernt und wiederholt sie mit Bonner. Ja, ich wollte auch kurz Stellung nehmen zu dem, es gibt kein Recht auf Rausch. Ich glaube schon, weil es ist halt auch nicht verboten, Rauschstoffe zu sich zu nehmen und das hat auch seinen guten Grund. Und deswegen, ganz ab von dem konkreten Problem geht es, glaube ich, bei diesem Antrag auch um ein grundsätzliches Problem, warum es auch, glaube ich, meiner Meinung nach Piraten gibt. Wir haben es momentan mit einem Staat zu tun, der uns schützen will, uns bemuttern will, uns an den Arbeitsmarkt ranführen will. Und da spielt das genau rein. Das können die Leute selber bestimmen, wenn sie mündig sind. Und da gehört Bildung dann wieder dazu. Deswegen, da gibt es in Berlin die Anträge, eben eine Rauschkunde. Und es geht, da bin ich so ein bisschen unzufrieden mit dem Antrag, dass er unter Drogenpolitik läuft. Ich glaube, das ist einfach das Thema Suchtpolitik. Sucht ist das, was man versuchen will vorzubeugen. Und mit Drogen, da sollte sich die Politik meiner Meinung nach raushalten. Das ist ein Stoffe. Punkt. Bitte dafür stimmen. Gut. Darf ich da kurz was zu sagen? Drogenpolitik ist klassischerweise Substanzpolitik. Suchtpolitik war eigentlich bisher immer Teil einer Gesundheitspolitik. Darum ist es, finde ich, natürlich denkbar, die Sachen so miteinander zu verflechten, wie man es in Berlin gerade versucht. Obwohl da wiederum dann die komplette substanzbasierte Frage ziemlich fehlt. Da wird dann ganz einfach gesagt, naja gut, dann überlassen wir es halt den Menschen selbst. Wollen da im Großen und Ganzen überhaupt nicht mehr eingreifen. Und da sehe ich dann doch, das sehe ich ein bisschen, naja, weil da sehe ich dann, da können sich Gefahren auftun. Wir wollen hier eigentlich Probleme abschaffen und nicht ein Loch für neue öffnen. Von daher, ich verstehe die Berliner Intention, aber denke, hier müssen wir erstmal dafür sorgen, dass die Märkte geregelt werden, weil die verursachen die Probleme. Und über die Märkte und im Bereich Prävention und die Positionspapiere, die daherkommen, die reichen dann bis zur Substitution in der Haft und Ähnliches, das sind Sachen, da kann man dann wiederum die Sucht genauer mit aufnehmen und mittragen dann. Ich finde es grundsätzlich gut zu überdenken, diese Einteilung von illegalen und illegalen Drogen neu zu betrachten. Du sagst, die Differenzierung wollt ihr auf wissenschaftlich fundierte Analysen darauf aufbauen. Da würde mich jetzt interessieren, von welchen wissenschaftlichen Studien du sprichst, weil meiner Meinung nach es in sehr vielen Bereichen so ist. Frage drei Wissenschaftler, du bekommst zehn Meinungen und ich denke auch, dass im Bereich des Gefährdungspotenzials bei einzelnen verschiedenen Drogen es da sicherlich differenzierte Meinungen auch unter Wissenschaftlern gibt. und ich denke, wenn wir sowas jetzt in unser Programm schreiben, sollten wir dann auch gucken, welche wissenschaftlichen Studien wir da als Grundlage für diesen Programmpunkt zurückzunehmen. Gut, da haben wir zum einen mal die 2.900-Studie der WHO, dann die OCD-Studie Europa, Sucht- und Drogenpolitik. Das sind so die beiden nennenswertesten aus höheren Stellen. Dann gibt es, ich habe da wirklich eine Latte von Ihnen, ungefähr 100 Studien, wovon würde ich sagen mal, fünf bis zehn wirklich neu und wirklich dann genau auf diesem Bereich schützt, dass es zum Beispiel eine Kanäle gibt, die Zigaretten, Heroin und Alkohol in den Kopf während Cannabis irgendwo bei Platz 13 oder 15 rumhampelt. Das kann ich dir jetzt aus dem Kopf so dazu sagen. Das sind ein paar Studien, auf die wir uns da definitiv beziehen. Ich wollte es auch nicht grundsätzlich in Frage stellen, ich wollte nur sagen, dass wir da, dass sich auch sichere Füße dann stellen sollten, aber so. Ja, ich will damit eigentlich nur bedenken, so zwei, drei ganz große, wesentliche habe ich schon im Kopf, wie die anderen jetzt genau heißen. Ich kann es dir gleich gerne alles sagen. Ich kann es Studien von mir, so haben wir so viel gehört. Ich wollte mich eigentlich kurz fassen. Ich finde sehr gut, Losung, Prävention statt Prohibition. Das ist ein sehr wichtiges Signal, das sollte man etwas größer schreiben, weil gute Ansätze hatten auch alle anderen Parteien auch gehabt, aber sind leider dabei geblieben. Und ich denke, dass in einem Grundsatzprogramm, wenn man Leitsätze in dieser Form laut und deutlich und fett definiert für die nächsten Jahre ein starkes Signale haben könnte. Ich bin auch der Meinung, dass jetzt von den ordnungspolitischen Maßnahmen wegkommen müssen und Schwerpunkte Richtung Gesundheitspolitik, Jugendpolitik, also Sozialpolitik vor allem umsetzen sollen oder umlegen sollen. Das bedeutet allerdings große gesellschaftliche Anstrengungen. Das bedeutet auch, dass das Thema als zentrales Thema in Zukunft auch bleiben muss und weiterhin mit vereinten Kräften an diesem Thema weiterhin arbeiten müssen. Das ist eine Bürde, das wollte ich schon vorhin sagen. Wenn wir hier zustimmen, das heißt, müssen wir sofort hinterher an die Arbeit gehen. Wir sind dran gemessen. Danke. Ja, vielen Dank. Ja, wir arbeiten natürlich permanent weiter daran. Wie gesagt, das ist ein Thema, in dem es auch ständig was Neues zu regeln gibt. Aber auch vom jetzigen Stand aus müssen wir eigentlich noch wahnsinnig viel arbeiten. Da darf ich übrigens hier auch im Saal mal herzlich einladen. Im NRW-Wiki gibt es eben den RK Drogenpolitik. Klinkt euch ein, macht mit, bringt euch ein. So, noch eine kurze Anmerkung. Und zwar ist es nach Geschäftsordnung so, dass nur Piraten, also akkreditierte Piraten, stimmberechtigt sind. Gäste müssen halt jemanden finden, der für sie ein Rederecht beantragt, über einen GO-Antrag. Deswegen würde ich jemanden am Mikrofon bitten, Pierre vielleicht, dass du dir die Stimmkarte zeigen lässt, bevor die Leute ans Mikro gehen. Und notfalls kannst du ja einen GO-Antrag stellen für die Leute, dass sie reden dürfen. Okay, damit kommen wir jetzt zur Abstimmung über diesen Antrag. Diejenigen, die... GO-Antrag? Okay, dann bitte aufstehen. Also jemand, der einen GO-Antrag stellen möchte, ich sehe das von hier aus sehr schwer, wenn nur irgendwie so ein bisschen mit den Armen so herumgefuchtelt wird. Okay. Ja, hört man mich? Ich beantrage jetzt zwecks des Endes dieser kleinen Drogenrunde wieder die Aufhebung der Redezeit. Okay, gut. Also das ist ein Antrag auf Aufhebung der Redezeitbegrenzung. Gibt es gegenformell? Okay, dann müssen wir darüber abstimmen. Wer ist dafür, die Redezeitbegrenzung aufzuheben? Okay, Gegenprobe. Damit ist die Redezeitbegrenzung aufgehoben. Wir kommen zur Abstimmung. Da bitte ich den Olaf vielleicht noch mal neben mich. Haben wir draußen im Zelt Übertragung? Oder wird das genutzt? Ja, wir sind hier draußen. Ah, super. Okay, dann gibst du bitte Rückmeldung, Alex, über die Stimmanzahl. Natürlich. Okay, wie viel seid ihr draußen? Drei, fünf, fünf Piraten. Fünf Piraten, okay. Also wird es wahrscheinlich nur im höchsten Zweifel dann ausschlaggebend sein. So, das ist ein Grundsatzantrag, also ein Grundsatzprogrammantrag. Der Programmantrag benötigt nach der Satzung eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, zwei Drittel derjenigen, die jetzt gleich das Stimmkärtchen heben, müssen für den Antrag stimmen. Also mindestens doppelt so viele, wie sich dagegen entscheiden. Enthaltungen sind ebenfalls möglich, werden aber nicht gezählt. Deswegen jetzt der Antrag. Wer ist für diesen Antrag? Okay, das sieht meiner Meinung nach recht einstimmig aus, aber ich will jetzt noch nichts davor weggreifen. Danke, Gegenprobe. Okay, also ich stelle fest, der Antrag wurde mit überwältigender Mehrheit angenommen. Und dann bitte ich den Antragsteller des nächsten Programms, das ist Hans-Jörg Rohwedder, hier auf die Bühne. Es geht um einen Grundsatzprogrammantrag zum Thema Nachhaltigkeit. Ich bitte um Antragsvorstellung. So, ist die Lautstärke so gut? Gut am Mikro? Okay. Ja, ich stelle mich kurz vor, Hans-Jörg Rohwedder, Akadene-Bohl, im Pirat seit 2009 und dort überwiegend aktiv im Bereich Umwelt- und Energiepolitik auf Bundesebene und auch auf Landesebene vor der Landtagswahl, haben wir ein Wahlprogramm ausgearbeitet. Und auf Bundesebene gibt es ein Programm, das angenommen wurde auf dem Parteitag in Chemnitz zur Umweltpolitik. Wir haben von der AG Energiepolitik bundesweit einen Programmeantrag, der modular ist, vorgelegt für Offenbach, von dem wir natürlich nicht wissen, ob er herankommt und ob er abgestimmt wird. Und das ist genau dieser Antrag, der hier auch ein bisschen angepasst auf Landesebene von mir jetzt vorgelegt wurde. Das geht darum, dieser Antrag ist auch bereits von anderen Landesverbänden so angenommen worden. Es geht einfach darum, auch ein bisschen Konsistenz im Parteiprogramm zu schaffen. Solange wir auf Bundesebene keine etwas detaillierteren Grundsatzaussagen zur Energiepolitik haben, wollen wir die dann eben auf Landesebene machen. Der Antrag ist wie gesagt modular. Er kann also im Ganzen abgestimmt werden. Das würde die Sache beschleunigen. Wenn es aber zu einzelnen Modulen keine Mehrheit geben sollte, keine Zweidrittelmehrheit, dann kann man die Module einzeln abstimmen und gucken, wo da an welchem Modul Problem herrscht und das dann später nochmal überarbeiten und neu vorlegen. Sind Fragen zu dem Programmeintrag? Ich gebe an der Stelle ganz kurz, dass ich im Moment die Versammlungsleitung weitermache und erteile dem Frank das Wort. Eins. Ich nehme jetzt mein eigenes. Und zwar zu Modul, das ist ja jetzt ein Landesprogramm, Modul, Modul, Modul. Fünf, sorry. Und zwar ist dort ja der Ausstieg aus der Stromerzeugung durch Atomkraftwerke vermerkt. A, sehe ich das richtig, dass der bereits beschlossene Ausstieg nochmal vorverlegt werden soll. B, haben wir überhaupt in NRW ein Atomkraftwerk, was wir abschalten könnten, weil ansonsten ist das im Landesprogramm etwas falsch. Deswegen würde ich den Antrag stellen, die Module einzeln abzustimmen. Weil wenn wir keine Atomkraftwerke haben hier und nur sich das auf Kronau bezieht, sollte dieses auch entsprechend angepasst werden. In NRW läuft im Moment kein Atomkraftwerk, die sind alle abgeschaltet, die es mal gegeben hat. Und es ist tatsächlich, hauptsächlich geht es hier um Kronau und auch um Transporte von Atomabfall und durch NRW. Aber ich glaube, du hattest ja auch diese modulare Abstimmung gefordert oder sonst was, ne? Die ist als Option da, falls eben genau wie zu diesem Punkt jetzt das beantragt wird, können wir das natürlich machen. Deswegen, weil es eigentlich im Landtagswahlprogramm oder im Landesprogramm nicht zählt, weil jeder würde uns fragen, welches Atomkraftwerk wollt ihr abschalten in NRW? Ich möchte ganz kurz dazu Stellung nehmen, was der Pirat gerade vorher gesagt hat. Wir hatten natürlich vollkommen recht, es gibt in NRW kein laufendes Atomkraftwerk, von daher kann man hier in NRW auch keins abschalten. Aber als Signal, bundesweit gesehen, ist das vollkommen richtig, was in dem Antrag drinsteht. Erstens, wir wissen nicht, wann die Piraten mal an der Regierung sind, und ob in der ganzen Zeit, wie es noch bis dahin dauert, nicht vielleicht irgendeine Regierung noch merkwürdigerweise mal vornimmt, ein Atomkraftwerk in NRW anzuschließen. Das können wir also gar nicht absehen. Von daher ist so ein Antrag, denke ich, in der Formulierung durchaus berechtigt. Man darf nicht vergessen, Atomkraftwerke bringen nicht nur Energie, sie bringen vor allen Dingen auch das Problem der Endlagerung, was absolut nicht gelöst ist, und auch meines Erachtens überhaupt gar nicht mit konventionellen Mitteln gelöst werden kann. Es bringt einen Millionengewinn für die Stromkonzerne, und zwar täglich. Täglich, deswegen sind die auch so, erbicht darauf, die Dinger nicht abzuschalten. Von daher ist so eine Formulierung absolut richtig, und sollte nicht, sage ich mal, an diesem, wie ich finde, kleinen Häkchen festgemacht werden, dass wir derzeit in NRW kein Atomkraftwerk haben. Wir haben, wie gesagt, diese Forschungsstationen, in denen mit radioaktiven Stoffen gearbeitet werden, ich glaube, Jülich ist da eins davon, dann haben wir die Castor-Transporte, und Aarhaus ist ja, denke ich, noch vielen ein Begriff, und von daher, denke ich, ist diese Formulierung durchaus richtig. Dankeschön. Ich finde auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass Atomkraftwerke, die anderswo laufen, uns die Netze im Prinzip dicht machen für erneuerbare Energien, die behindern den Ausbau und die Verwertung von Strom, elektrischer Energie, die bereits erzeugt wird, es werden Landkraftwerke abgeschaltet, es wird einfach dafür gesorgt, dass nur konventionell erzeugte Energie, mit Priorität konventionell erzeugte Energie eingespeist wird, sobald ein Überangebot da ist, kann das nicht gespeichert werden, und die regenerativen und generativen Energieproduzenten werden abgeschaltet, vom Netz genommen. Ja, ich würde gerne mal einen Aspekt nochmal ansprechen, nämlich den, es wird ja gerne von der sauberen Atomenergie gesprochen, sauber ist daran von A bis Z in der Regel gar nichts, für unsere Orangestiebe, die zum Beispiel hier in Gronau auch, gefertigt werden, da wird in Australien oder in Afrika, werden Tausende von Quadratkilometern regelrecht für die menschliche Zivilisationen auf Jahrhunderte und Jahrtausende verstrahlt und verdreckt. Das darf man mal nicht vergessen, wenn man hier immer mal von sauberer Atomenergie die Rede ist. Die ist vielleicht für uns vergleichsweise CO2-neutral hier in Deutschland, aber das gilt nicht für den kompletten Produktionsprozess. So, dann wird es relativ sauber benutzt, anschließend wohin mit dem Dreck. Wir haben für nichts eine Lösung, wir produzieren unseren Es gibt ja nur Anträge, glaube ich. Immer nach dem Redebeitrag. Ja, es liegen mehrere GO-Anträge vor, die GO-Anträge werden immer nach dem laufenden Redebeitrag behandelt. Bist du fertig, Andi? Ja, dann habe ich hier in der Mitte bei der jungen Dame einen GO-Antrag. Die junge Dame schlägt vor, dass wir entweder die beiden Türen schließen oder da draußen... Das ist ein guter Hinweis, allerdings kein GO-Antrag. Oh, Entschuldigung. Das war nur ein Hinweis, dass möglicherweise die Türen hinten geschlossen werden beziehungsweise für ein bisschen Ruhe gesorgt werden, aber wie gesagt, das ist kein GO-Antrag. Ich habe den nächsten GO-Antrag hier vorne. Das ist auch kein zulässiger GO-Antrag. Entschuldigung, wenn ich dir da ins Wort falle. Der Jamasi hat einen GO-Antrag. Ist an? Gut, ja. Also, ich möchte gerne den GO-Antrag stellen auf ein Meinungsbild über diesen Antrag, um das Ganze vielleicht etwas abzukürzen. Und zwar über den erstmal als Gesamtes. Also, würdet ihr aktuell diesen Antrag annehmen als Block? Ja oder nein? Ja. Ja. Ja oder nein? Ja. Ja. Das sind sicherlich die Ja-Stimmen. Also, ich nehme den nochmal auf vom Jamasi. Jamasi fragt also ein Meinungsbild ab, ob wir derzeit diesem Antrag so komplett on Block zustimmen würden. Ich mache mal die Gegenprobe. Sieht nach einer überwältigenden Mehrheit aus. GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste. GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Gibt es dazu Gegenrede? Eine formelle oder begründet? Formelle Gegenrede? Stimmen wir ab. Wer ist dafür, dass die Rednerliste geschlossen wird? Ja, Gegenprobe einmal bitte. Die Rednerliste ist damit geschlossen. Du stehst derzeit noch auf der Rednerliste und der Dänabot hat noch die Möglichkeit zu dem einen Redebeitrag gerade Stellung zu nehmen. Dann bist du dran. Ja, danke. Ich mache es auch ganz kurz. Ich habe nur gerade etwas vergessen. Man sehe mir das bitte nach. Und zwar nur mal ganz kurz ein paar Zahlen. Die Atomstromproduktion in der Bundesrepublik Deutschland ist in den Jahren 1970 bis 2010 mit 186 Milliarden Euro gefördert worden. Die Stein- und Braunkohle Produktion mit 222 Milliarden Euro. Man sieht also, das sind Summen, die sind wirklich Wahnsinn und die Atomindustrie versucht immer noch zu verkaufen. Sie hätten das mehr oder weniger alles selber aufgebaut und das ist eine absolute Lüge. Zweitens, wir dürfen nicht vergessen, Fukushima als auch Tschernobyl sind natürlich ganz fürchterliche Katastrophen gewesen, die ganz unsagbares menschliches Leid hervorgebracht haben. Ich wollte nur ganz kurz erinnern, Fukushima wird glaube ich von den Versicherungen mittlerweile in einer Größenordnung gerechnet, die sicherlich bei über 350 bis 400 Milliarden Euro liegt und das sind erstmal nur so grobe Schätzungen. Die Atomindustrie in der Bundesrepublik Deutschland haftet derzeit für ähnliche Schäden und ich sage explizit alles was irgendwo oder woran jemand glaubt möge natürlich verhüten, dass jemals irgend sowas passiert bei uns. Die Atomindustrie in Deutschland haftet derzeit nur mit einem Eigenkapital von 38 Milliarden Euro. Das heißt, alles was darüber hinaus geht und es sind zehnfache Summen, die darüber hinaus gehen würden, wenn etwas geschieht, zahlt der Steuerzahler. Davon nochmal ganz abgesehen, das nochmal zur Erinnerung, also die ganze Geschichte ist nicht nur ein riesen Profitgeschäft für diese Leute, sondern die lassen auch wirklich die gesamte Bevölkerung dann, wenn etwas schief geht, auch noch hängen, zahlen einen Almosen aus ihrem Topf und sagen, der Rest kann verterstaatlich zahlen. Okay, vielen Dank, die Rednerliste ist geschlossen. Bevor wir gleich zur Abstimmung kommen, dann nochmal bitte der Hinweis, bitte hier im Saal leise reden, der Lärmpegel ist schon recht hoch. Wenn ihr irgendwie untereinander was besprechen wollt, nutzt vielleicht draußen das Zelt oder eben den Vorraum zumindest, das dürfte einigermaßen dann machbar sein. Ich werte die einzelnen Anträge vom Denebot als einzelne Modulanträge. Im Moment ist es Gesamtantrag, okay, dann ist es ein Gesamtantrag und wir kämen dann zur entsprechenden Abstimmung. Der Alex hatte eben schon klargestellt, das ist ein Programmantrag, das heißt, wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit und der Olaf ist schon da. Wer ist dafür, dass wir diesen Antrag ins Grundsatzprogramm mit aufnehmen? Ja, Dankeschön. Auch hier einmal die Gegenprobe. Das ist recht eindeutig, denke ich. Damit ist der Antrag Bestandteil des Grundsatzprogramms. Vielen Dank im Namen der AG Energiepolitik. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, dann kommen wir zu dem nächsten Antrag. Das sind Module zur Wirtschaftspolitik in Nordrhein-Westfalen. Da sehe ich einen Antrag von Robert Stein und bitte dann den Antragsteller auf die Bühne. Wer also jetzt schon weiß, dass er zu diesem Antrag irgendwie sein Rederecht in Anspruch nehmen möchte, der kann natürlich auch schon mal so langsam zum Mikro gehen. Dann haben wir da einen sauberen Ablauf, denke ich. Hallo, mein Name ist Robert, ich bin seit 2009 in der Piratenpartei im Arbeitskreis Wirtschaft NRW tätig und in der AG Wirtschaft auf Bundesebene und ich möchte jetzt zwei Module zur Wahl stellen und zwar geht es heute einmal um die Zukunftstechnologien Green Tech im Umweltbereich, dass wir erneuerbare Energien fördern und die Umwelttechnologien weiter fördern und im weiteren Bereich IT-Technologien, Zukunftstechnologien weiter fördern. Warum möchte ich das Ganze? Deutschland importiert momentan bis zu 70 Prozent der Ressourcen aus dem Ausland, also Erdöl, Erdgas und so weiter und diese Ressourcen sind teurer, sie werden knapper, sie werden immer teurer und wir müssen heute den Grundstein legen, damit wir unabhängig von diesen Ressourcen werden, um auch unseren zukünftigen Generationen die Möglichkeit auf das Recht auf gesellschaftliche Teilhabe erhalten können, denn wir wollen ja auch im Zukunft mobil sein, wir wollen Telekommunikation in Zukunft haben, wir wollen Elektrizität haben, wir wollen auch im Winter heizen können und deswegen ist das für mich wichtig, dass wir das jetzt hier fördern. Das baut ja eigentlich auch auf das Programmmodul, was wir auch den Programmantrag vom Dana-Bot auch und deswegen möchte ich einfach, dass wir jetzt hier den Bürgerinnen und Bürgern draußen das Signal geben, dass wir auch im Bereich der Wirtschaft dafür sind, dass wir diese nachhaltigen Technologien fördern, dass wir dadurch Arbeitsplätze schaffen, die ja auch wieder Steuereinnahmen generieren, die auf anderer Seite Sozialausgaben auch wieder verringern und darum geht es dann im Proben. Und im Bereich IT ist es so, dass Deutschland im internationalen Vergleich auf dem 15. Platz liegt, das will ich gar nicht verheimlichen, Deutschland hat da wirklich Boden gut gemacht, aber wir sind nur als Wirtschaftsnation Deutschland auf dem 15. Platz und es geht einfach nicht, dass wir da weiterhin diesen Zug verpassen, in Asien ist man weiter, in den USA ist man weiter und den ganz großen Boom haben wir eigentlich schon verschlafen und deswegen ist es wichtig, dass wir da heute in diesen nachhaltigen Zukunftssektoren, die auch wirklich längerfristige Perspektive auf dem Arbeitsmarkt bieten, einfach fördern, gerade im Hinblick auf den Mittelstand im NRW, denn 70 Prozent der Beschäftigten in NRW, in unserem bevölkerungsreichsten und wirtschaftsstärksten Bundesland, arbeiten in kleinen und mittleren Unternehmen und deswegen ist mir das wichtig, dass wir zusammen hier anpacken und das Signal nach draußen geben und einfach sagen, wir stehen für den Mittelstand und wir fördern diese Technologien für Nachhaltigkeit und für eine gemeinsame Zukunft und das Impulse von hier, von NRW ausgehen, für Deutschland, für Europa und für die Welt und da können wir jetzt einfach mal ein Zeichen setzen. Danke. Okay, die Rednerliste ist soweit geöffnet. Kleiner Hinweis vielleicht noch zum weiteren Verfahren. Ich möchte das gerne so handhaben, dass der Robert jetzt im Moment im direkten Dialog nur auf konkrete Fragen antwortet, durch die Redner und ansonsten nach allen Rednern nochmal ein abschließendes Statement halten kann. Bitte. Ja, ist das an? Ja. Ich habe ein Problem mit dem Antrag, weil von Subventionen und Steuererleichterung... Kannst du ein bisschen näher ans Mikro gehen? Ich glaube, du bist nicht zu verstehen. Ich habe ein Problem mit dem Antrag, weil von Subventionen und Steuererleichterung die Rede ist und das würde dann auch, da es ein NRW-Antrag ist, die Konkurrenz zwischen einzelnen Bundesländern fördern, wenn ich das richtig sehe. Okay. Also es ist ja so, wenn wir Subventionen rausgeben, prinzipiell kann man über die Instrumente natürlich noch reden, aber wenn das Ganze Subventionen rausgibt, dann sind das ja nicht Einmalzahlungen, die verpuffen, sondern wir haben in der Volkswirtschaft einen sogenannten Multiplikator-Effekt. Das heißt, der Euro, den ich einmal Subventionen rausgebe, der wird mehrmals ausgegeben und dadurch haben wir für die Gesamtwirtschaft positive Effekte, die auch wieder rückläufig sind, über Steuereinnahmen, über die Umsatzsteuer, über die Kapitalertragsteuer, über Gewerbesteuer, über Einkommensteuer und das unterstützt den Wirtschaftskreislauf weiter. Ja, hallo. Also ich denke mal, grundsätzlich ist es gut erkannt, dass das Wachstumsindustrien sind, IT-Technik und Green Tech, keine Frage. Und ich denke, wenn ein Unternehmen gute Ideen hat und einen guten Markt hier sieht, dann siedelt es sich an. Ich weiß nicht, warum wir dafür Subventionen brauchen, um diese, ich weiß nicht, warum wir Subventionen brauchen, um Industrien in Wachstumsmärkten zu fördern. Das macht für mich keinen Sinn. Nun ja, es gibt ja Subventionen auf dem Arbeitsmarkt, um erstmal gerade für junge Unternehmer, die neu sich gründen und Probleme haben mit hohem Personalkosten, dass man denen unter die Arme greift. In diese Richtung möchte ich das gerne ausgestalten. Ja, hier steht Steuererleichterungen und solche Dinge. Ja, Steuererleichterungen, ich finde gerade Unternehmen, die sich neu gründen, wir haben in der Anfangsphase, in der kritischen Phase, massive Probleme zu überleben und es geht auch darum, dass man denen wirklich in der Anfangsphase unter die Arme greift, damit die nicht innerhalb von fünf Jahren irgendwo versacken, weil sie Liquiditätsprobleme haben oder sonstiges, dass man wirklich in dieser Anfangsphase einfach sagt, okay, wir glauben an euch, dass ihr mittelfristig und langfristig erfolgreich werdet und dafür greifen wir euch am Anfang unter die Arme und in diesem Kontext ist das zu verstehen. Ja, gut, in dem Kontext mag das zu verstehen sein. Ich denke hier halt immer nur an das Nokia- Problem, was wir hatten und da sehe ich keine Abgrenzung zu solchen Fällen. Okay. In der Fall. Also ich muss auch sagen, dass nochmal, dass diese entsprechenden weiten Gruppen gefördert werden, beziehungsweise unterstützt werden sollten, ist in Ordnung. Wie es aber gefördert ist in diesem Antrag, geht leider nicht, weil wir A, wir sind eigentlich gegen Subventionen, wir wollen eigentlich diesen ganzen Maloch eigentlich aufhören. B, im Unternehmenssteuerrecht kannst du nur an einem Hebel ansetzen, das ist die Gewerbesteuer, das könntest du nur auf kommunaler Ebene, das heißt, wir könnten ja irgendwo ein kommunales Programm daraus machen, Düsseldorf fördert jetzt Green IT. Landesebene hat überhaupt gar keinen Einfluss auf diese Steuern, sondern es ist ein Bundesrecht. Das würde mehr auf dem Bundesparteitag sein. Wir können zwar sagen, wir gehen jetzt gegen den Bundesbeschluss, nicht von den Piraten, sondern den Deutschlandbeschluss, Green Tech ist Baden-Württemberg, IT ist Bayern, wir als NRW, wie es Köln gesagt hat, wir wollen jetzt auch IT-Standort werden, aber unterm Strich ist das zwar ein guter Vorschlag, aber passt nicht in das NRW-Programm. Danke. Ich habe auch eine Frage Richtung Green Tech, das ist ein Begriff, was jetzt in den letzten Jahren ziemlich oft benutzt worden ist, würde mal den Schwerpunkt Richtung Future Tech benutzen und auch ein bisschen mit der Finanzierung in Verbindung bringen, allerdings die Subvention, wie mein Vorreder sagte, müsste mit sehr großen Sorgfalt in diese Diskussion einbringen, sonst haben wir selber ein Problem. Danke. Das ging jetzt gerade ziemlich schnell, ich möchte noch einmal kurz was zum Vorredner sagen und zwar steht der Punkt Steuervergünstigung da, okay, das geht über die Gewerbesteuer vollkommen richtig und dann habe ich hier den Punkt Förderdarlehen. Förderdarlehen sind keine reinen Subventionen, das möchte ich nochmal klarstellen. Förderdarlehen auf Landesebene werden durch die NRW-Bank ausgegeben, die werden über die Hausbank beantragt, dafür zahlt man einen Zins, sie muss dann zurückzahlen, also es geht hier nicht um Subventionen, das möchte ich nochmal klarstellen. Auch wenn der Antrag abgelehnt werden sollte, möchte ich ganz dringend daran appellieren, dass wir weiter daran arbeiten, dass wir erneuerbare Energien fördern. Wenn wir an Peak Oil denken und an die Braunkohle-Werke, die ja auch in NRW sehr stark vertreten sind, müssen wir einfach damit rechnen, dass wir irgendwann nicht mehr in der Lage sein werden, so viel zu tanken, so viel zu fahren und die Forschung und der Aufbau ist einfach nur in einer stabilen Wirtschaft möglich. Wie lange wir die noch haben, wissen wir aufgrund dieser Tatsachen eben nicht und deswegen möchte ich, wie gesagt, daran appellieren, dass selbst wenn es nicht angenommen wird, wir ganz dringend, ganz schnell weiter daran arbeiten, damit es vorwärts geht und wir uns absichern können. Ja, dann haben wir einen GO-Antrag, bitte. Schließung der Rednerliste. GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Gibt es da zur Gegenrede? Das ist nicht der Fall, damit ist die Rednerliste zu. Hallo, ich bin neu hier, mein Name ist Rainer und bitte? Ja. Ja. Nee, ist ja okay, ist ja okay. Ja, es ist natürlich richtig, dass man die grüne Technik und auch die Zukunftstechnik irgendwo fördern möchte, aber was wir im Moment hier in der Wirtschaftspolitik sehen ist, dass wir immer nur ein Weiter-so machen. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir zu sehr wachstumsgläubig sind. Okay, ich glaube, du warst noch nicht fertig, aber... Wir brauchen einmal das mobile Mikro, irgendwas mit dem Standmikro, wenn die Technik das vielleicht gleich mal checken könnte. Ich höre nichts. Hallo? So, okay, das Mikro funktioniert. Also, in meinen Augen ist das größte Problem unserer Wirtschaftspolitik, dass wir nur an Wachstum glauben. Wachstum an sich ist ein Paradoxon. Man muss sich nur die Zahlen angucken, wenn man davon ausgehen würde, dass im Jahre Christi Geburt eine wirtschaftliche, ein Bruttosozialprodukt von einem Euro da gewesen wäre und wir würden nur von einem Wirtschaftswachstum von drei Prozent ausgehen, wir müssten heute jeder Bürger dieser Welt, wir sind sieben Milliarden, jeder Einzelne müsste das 3500-fache des Bruttosozialproduktes der Bundesrepublik Deutschland erwirtschaften. Zu Jahre Christi null, heute jeder Einzelne das 3500-fache. Wir verstehen einfach nicht die Dynamik, die diese exponentiellen Funktionen haben. Und wenn man jetzt von einem Grundsatzprogramm Wirtschaft ausgeht, bin ich der Meinung, dass man hier als Berater endlich mal die Möglichkeit hätte, über andere Wirtschaftsformen nachzudenken. Sogar ein Professor Dr. Biedenkopf sagt, es gibt kein ständiges Wachstum, wir müssen das Wirtschaftssystem endlich so umbauen, dass wir ohne Wachstum auskommen. So, und solange wir das nicht machen, reißen wir von einer Wirtschaftskatastrophe in die andere oder wir machen es wie in der Vergangenheit, wir machen halt ein paar Kriege, dann können wir wieder wachsen, weil dann ist erstmal alles zerstört. Und ein weiter so, habe ich mir einfach erhofft von der Piratenpartei, dass das nicht in der Form unterstützt wird. Ich bin ganz bei dir, darum geht es in diesem Antrag jetzt nicht, aber ich bin auch dafür, dass wir wirklich über andere Formen von Wirtschaft reden und dass wir nicht das Wachstumziel als oberste Ziel ausgeben. Ja, bin ich absolut bei dir. Hier geht es aber wirklich nur darum, innerhalb der Rahmenbedingungen, in denen wir uns momentan bewegen, auf dieser Grundlage einfach zu sagen, gerade in diesen Bereichen etwas zu tun, denn sie sind zukunftsträchtig unabhängig davon, wie wir das Wirtschaften in Zukunft gestalten und gerade auch die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen, wenn wir die abbauen, dann tun wir uns und unseren Folgegenerationen auch unseren Planeten einen Gefallen und darum geht es einfach, unabhängig davon, wie das Wirtschaftssystem in Zukunft gestaltet werden sollte, wünschenswert. Ja, da hast du also vollkommen recht. Jetzt von jetzt auf gleich, Wachstum abschaffen, geht gar nicht. Wir müssen ja irgendwo die Zinslasten, die sich ja auch exponentiell aufbauen, müssen wir ja versuchen, irgendwie wieder reinzukriegen. Also wenn, ist das ein ganz langwieriger Prozess und in meinen Augen ist es halt auch so, dass wir da die Intelligenz der Allgemeinheit nutzen müssen. Ein Einzelner kann dieses Problem nicht lösen. Wir haben hier einen GO-Antrag. Der GO-Antrag lautet Begrenzung der Redezeit auf zwei Minuten. Gibt es da Gegenrede? Formell oder begründet? Formell? Dann müssen wir abstimmen. Wer ist dafür, dass die Redezeit auf zwei Minuten begrenzt wird? Ja, das ist auf jeden Fall die Mehrheit. Damit ist die Redezeit auf zwei Minuten begrenzt. Ich werde aus zwei Gründen, zumindest gegen den Modul, gegen das Modul stimmen, dass die IT-Industrie gefördert wird. Der erste Grund ist, dass ein sehr großer Teil der Mitglieder in der IT-Industrie arbeiten und für Außenstehende wird das zu sehr nach Klientelpolitik riechen, wenn wir uns selber fördern wollen. Zweitens bin ich grundsätzlich gegen die Förderung in den Firmen, sondern dafür, dass an Universitäten und öffentlichen Anstalten geforscht wird und diese Forschungsergebnisse bedingungslos der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden. Wenn ich kurz was sagen darf, ich finde nicht, dass das jetzt mit diesem Antrag in Konflikt steht. Das kann man ja auch noch in die Bildungs- oder Forschungspolitik zusätzlich einfließen lassen. Ja, ich finde, dass es mit dem Antrag doch ein bisschen in Konflikt steht, weil ich eigentlich einer meiner Meinung und meiner Vorredner bin, dass die IT zu fördern für uns schlecht aussieht und generell irgendwelche staatlichen Förderungen von irgendwelchen Leuten beschlossen, die von der Materie eigentlich weniger Ahnung haben, immer ganz übel enden. Ich bin ITler und ich denke, dass ich schon in allen Bereichen gearbeitet habe, ob Freelancer oder Angestellter und überall habe ich erfahren müssen, dass die Leute gemüselig gefördert worden sind, ihren Job nur mit weniger Engagement gemacht haben, als die, die sich selber durchgebissen haben. Okay. Ich möchte nochmal klarstellen, wie das abläuft. Wenn ich jetzt als junger Unternehmer mich selbstständig machen möchte, dann brauche ich Kapital. Das Kapital kommt von einer, in der EU, von einer supranationalen Organisation, im Endeffekt die Europäische Zentralbank stellt Geld zur Verfügung an die Banken und die Banken gibt das dann weiter als Kredit raus. Und das kann ich nur über meine Hausbank, auch die Förderdarlehen der NRW Bank oder der KfW Bank kann ich nur über meine Hausbank oder über meine Sparkasse beantragen und so läuft das heutzutage einfach ab. Und das ist die Realität, der wir uns gerade stellen, dass wir das in Zukunft vielleicht ändern wollen. Da bin ich voll und ganz dabei, da können wir drüber reden. Aber das ist eben der Punkt, wie es heute abläuft. Also das ist aber genau das, wenn die Leute gute Ideen haben, die gut durchsetzen können und umsetzen können, dann bekommen die auch Geld. Und da brauchen die nicht irgendein Förderungsprogramm, das ihnen sagt, jetzt kannst du hier beantragen, dass du irgendwelche Gelder bekommst, sondern die machen das schon selber. Das ist auch, sag ich mal, evolutionäres Kriterium. Wenn die das schaffen, für ihre Sachen Geld zu bekommen, dann haben sie Durchsetzungsvermögen und zumindestens technische Kenntnisse. Okay, aber die Banken, gerade die Förderbanken, können die Darlehen zinsgünstig anbieten. Wenn wir das ausschalten, wenn wir nur noch die Hausbanken nehmen, dann drücken die einen viel höheren Zins den Leuten auf und dann haben die das Existenzgründer viel schwieriger, als sie es heute haben. Ich habe doch auch schon selber erfahren können, dass Zinsen waren. Wenn ich die zwei Minuten zusammenrechne, ist die Redezeit damit begrenzt und der nächste ist dann. Ich habe gerade gehört, dass ja einigen scheinbar das Thema Subventionen ein bisschen sauer aufstößt. Das Problem ist aber einfach in der IT-Branche, dass man als Start-up, also angenommen ich komme jetzt von der Uni, habe kein Geld und möchte mein eigenes Unternehmen gründen, weil ich tolle Ideen habe, dann brauche ich erst mal, keine Ahnung wie viel Geld, erst mal so 5.000, 10.000 Euro und das ist unmöglich für einen Studenten zu sagen, ich mache mein eigenes Unternehmen auf ohne Subventionen und es ist nicht immer möglich in eine Firma zu gehen, gerade wenn man ein bisschen schlecht mit Hierarchien klarkommt oder was weiß ich. Ja, hört sich jetzt blöd an, ist aber so. Und was auf jeden Fall wichtig ist, die Piratenpartei ist glaube ich inzwischen keine reine ITler Partei mehr und das sollten wir eigentlich auch unseren Wählern klar machen, dass wir in jedem Bereich aufgestellt sind und nicht in die eigene Tasche arbeiten, wenn wir Subventionen auf Future Tech geben. Ja, okay, ich möchte noch einmal betonen, der Begriff Subventionen hat sich in diese Diskussion geschlichen. Subventionen sind für mich Einmalzahlungen, die sind lapidar gesagt Müll. Ja, es geht hier wirklich um Förderdarlehen, das heißt das Geld muss auch wieder zurückgezahlt werden an die herausgebende Bank. Ja, das möchte ich nochmal betonen, bitte. Hallo, ich fasse mich kurz. Ich finde der Antrag klingt super, aber ich frage mich wozu. Wir haben diese Sachen alle schon. Wir haben Förderdarlehen und wir haben Steuervergünstigungen wirklich in einer immensen Höhe, sodass eben gerade Existenzgründer und gerade neue Firmen super Möglichkeiten haben, ihre Gewinne zu verschieben. Die KfW bietet auch tolle Angebote. Ich sehe die Notwendigkeit nicht. Ja, okay. Wir als Piraten haben diesen Antrag noch nicht und darum geht es, dass wir auch einfach das Zeichen setzen, dass die Bürger halt auch ein Stück weit sich auf uns verlassen können, dass wir auch für diese Position einstehen. Das finde ich wichtig, denn wir haben gerade immensen Zulauf und ich finde, dass wir uns da einfach positionieren sollten. Das klingt sehr schön, aber wir haben das ja alles schon. Also gerade die Unternehmen werden ja jetzt schon in den letzten Jahren super stark gefördert. Ich weiß nicht wozu. Ja, dann können wir auch die anderen Anträge in Frage stellen, die die Umweltpolitik fördern. Da haben wir auch schon die Grünen. Das machen wir trotzdem nicht. Ich finde einfach, dass auch wir als Piraten das Recht haben, Stellung zu beziehen und dass wir auch ruhig Themen belegen dürfen, die auch schon anderweitig belegt sind, wie wir die hinterher ausarbeiten. Es geht nur um Grundsätzliches. Die Instrumente, die wir hinterher dafür benutzen. Das ist klar. Da unterhalten wir uns auch drüber, denn dieser Förderdschungel, den wir in NRW haben, wer mal schaut, wie viele Förderprogramme es gibt. Ich glaube, wir haben zwischen 400 bis 500 Förderprogramme alleine für die Wirtschaft. Das ist nicht transparent, das ist nicht durchsichtig. Und deswegen können wir darauf aufbauen, dann natürlich über die Instrumente reden. Es geht für mich jetzt erstmal nur um Grundlegendes. Und das Grundlegende ist, dass wir eben die Subvention ausschließen. Ich betone das nochmal, sondern dass wir das über Förderdarlehen in erster Linie laufen lassen. Und ich glaube, das können wir als Piraten einfach gut vertreten. Danke. Die Transparenz fände ich immer sehr wichtig. Auch hier ist die Redezeit abgelaufen. Danke für den Redebeitrag. Ich gebe dem Robert noch die Möglichkeit, wie angekündigt ein abschließendes Statement zu seinem Antrag einmal abzugeben. Okay, ich möchte nochmal appellieren eben, ich wiederhole mich, es sind keine Subventionen, es geht hier um Förderdarlehen. Die Förderdarlehen schaffen Einnahmen auch für den Staat, wir schaffen dadurch Arbeitsplätze, wir schaffen Nachhaltigkeit, wir unterstützen die Umwelt, wir unterstützen die Folgegeneration und darum geht es einfach. Und über die Instrumente, über die Instrumente können wir uns wirklich in Zukunft unterhalten. Es geht jetzt wirklich nur einfach darum, dass wir einfach nochmal Flagge zeigen, dass wir auch in diesen Bereichen als Piraten eine Meinung vertreten und deswegen bitte ich euch wirklich eindringlich um die Unterstützung. Danke sehr. Ja, vielen Dank dafür. Wir müssen, bevor wir den Antrag abstimmen, noch einmal klären, Robert, vielleicht die Frage direkt an dich. Du hattest im Antrag geschrieben, Typ, Wahlprogramm oder Grundsatzprogramm. Ich sage jetzt mal, ohne dich beeinflussen zu wollen, Wahlprogramm stellen wir ja an sich im Moment nicht so wirklich auf. Insofern gehe ich davon aus, das ist ein Antrag für das Grundsatzprogramm. Okay. Bitte. Okay, dann kommen wir auch hier wieder zur Abstimmung. Der Old Holgi hat einen GO-Antrag. Ich möchte die Abstimmung jetzt nicht herauszögern, aber ich habe GO-Antrag auf ein Meinungsbild. Ist das möglich jetzt? Ja, klar. Frau Mosulieste, bitte. Wir leiten aus der derzeitigen Geschäftsordnung ab, dass Gäste hier kein Rederecht haben. Grundsätzlich möchte ich das Meinungsbild einholen. Möchtet ihr, dass wir kurz uns zusammensetzen, die Geschäftsordnung minimal ändern, sodass Gäste ein grundsätzliches Rederecht haben? Ich möchte das noch ganz kurz begründen. Wir haben die Geschäftsversammlung filibastern werden und wir werden uns auch noch was einfallen lassen, sodass wir die Gäste auch wieder ruhig kriegen, wenn es zu viel wird. Okay, ich brauche eine Entscheidungsfrage. Wollt ihr ein grundsätzliches Rederecht für Gäste? Okay, wer ist dafür, dass wir ein grundsätzliches Rederecht für Gäste einführen? Wer ist dagegen? Okay, das ist eindeutig dagegen. Ich möchte da einfach an der Stelle nochmal darauf hinweisen, wir haben also den GO-Antrag, dass wir jederzeit Gäste auch zulassen können. Und zum anderen denke ich, spreche ich für die gesamte Versammlungsleitung, dass auch wir sicherlich jederzeit Gastredner zulassen werden. Das können wir von uns aus auch im Prinzip eigenständig entscheiden. Okay, der Antrag ist modular formuliert. Im Gegensatz zum Antrag von Hans-Jörg eben steht jetzt hier nicht, dass der als Gesamtantrag abstimmbar ist. Deswegen möchte ich beide Module einzeln abstimmen. Es sei denn, es folgt jetzt ein GO-Antrag auf gemeinsame Abstimmung der beiden Module. Das scheint gerade hier spontan der Fall zu sein. Du müsstest einmal diesen GO-Antrag formulieren. Okay, wir haben den GO-Antrag auf gemeinsame Abstimmung der beiden Module. Hierzu hat der Antragsteller gegebenenfalls ein Veto-Recht. Also der Antragsteller lehnt das ab. Damit ist das passiert. Wir machen beide Module separat. Damit darf ich zur Abstimmung des ersten Moduls Green Tech bitten. Und ja, wer ist dafür, dass wir dieses Modul mit ins Grundsatzprogramm aufnehmen? Okay, wer ist dagegen? Okay, damit ist das Modul 1 abgelehnt. Die Protokollführung bat vorhin darum, einigermaßen prozentuale Angaben zu machen. Ich würde sagen, dass das irgendwie so 20 zu 80 oder irgendwie sowas abgelehnt wurde, schätzungsweise. Wir haben nicht ausgezählt. Okay, stimmen wir Modul 2 ab. Future Tech, wer ist dafür, dass dieses Modul ins Grund... Bitte? Ja, okay. Da ist in dem Modul 2 ist ein Bezug auf Modul 1. Ist ein bisschen problematisch. Nichtsdestotrotz müssen wir das Modul abstimmen. Wer ist dafür, dass wir dieses Modul in das Grundsatzprogramm mit aufnehmen? Okay, wer ist dagegen? Ja, das ist nahezu einstimmig. Beide Anträge sind damit nicht angenommen. So, ich sehe einen GO-Antrag von dem jungen Mann in dem T-Shirt des kaum auszusprechenden Vereins. Bin ich zuhören? Bitte? Bin ich zuhören? Ja. Ja, ich... Ich antrage dann wieder die Aufhebung der Redezeitbegrenzung. Ja. Gibt es dagegen Gegenrede zu? Da gibt es formell oder begründet Gegenrede? Nein, das war schon der Abstimmungsversuch. Damit gibt es keine Gegenrede, wie ich das sehe und die Redezeit ist damit auch wieder... Doch, gibt es wohl. Sorry. Formelle Gegenrede. Formelle Gegenrede. Damit stimmen wir auch das ab. Wer ist dafür, dass wir die Redezeitbegrenzung wieder aufheben? Mir macht das so viel Spaß. Wer ist dafür oder wer ist halt dagegen? Okay, die Mehrheit ist dafür, dass wir die Redezeitbegrenzung wieder aufheben. Es gibt keine Redezeitbegrenzung mehr. Es gibt keine Redezeitbegrenzung mehr. Es gibt keine Redezeitbegrenzung mehr. Okay. Damit kommen wir zum nächsten Programmantrag. Den Programmantrag hat der Michael Barck gestellt. Den habe ich bislang noch nicht gesehen. Der kommt auch nicht. Also den Antrag müsste dann gegebenenfalls jemand übernehmen, wenn wir den zur Abstimmung stellen wollen. Zur Vorstellung. Ja. Gibt es jemanden, der den Antrag vorstellen kann? Ich weiß nicht, ob der Michael den alleine. Der Frank ist hier vorne schon. Super. Dazu bin ich jetzt eigentlich nicht drauf vorbereitet, aber ich versuche es trotzdem. Also wir haben mehrere Anträge erarbeitet, die noch aus den alten Strukturen kamen. Kleines Moment. Weil hier steht es ein bisschen anders. Ich glaube, das ist jetzt Modul Wirtschaftspolitik, Grundsatz, Personal. Genau. Es geht also grundsätzlich um zwei Dinge, die wir schon mal im NRW-Wahlprogramm hatten. Der erste Antrag ist bezüglich der Ausstattung von öffentlichen Unternehmen, die Aufsichtsratmandate und die entsprechenden Aufsichtsbehörden, die immer von den kommunalen Verbänden gestellt werden oder beziehungsweise mit Parteiämtern vorgeschlagen werden. Da heißt der Oberbürgermeister ist immer gleich Aufsichtsratsmitglied bei den Sparkassen, der eine ist beim Flughafen und und und. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, dass wir einfach sagen, dass einige Politiker, die in diese entsprechenden Ämter gewählt werden, eigentlich gar nicht die fachliche Kompetenz haben, nur weil in der Gemeindeordnung eben der Paragraph ist, entsprechende Städte, Gemeinde und Kommunen müssen ihre Tochterunternehmen oder entsprechende Beteiligungsunternehmen beaufsichtigen, dass sie sich selbst da auch reinwählen müssen, weil da gibt es dann auch ja entsprechende Gelder. Deswegen haben wir einmal diesen Antrag verfasst, dass dieses halt transparenter erfolgen muss, dass man auch externe Leute entsprechend einstellen kann und es nicht grundsätzlich so ist, derjenige, der der erste Vorsitzende einer Partei oder der Bürgermeister ist automatisch immer auch gleichzeitig im Aufsichtsrat. Das ist der erste Antrag. Fragen? Nein. Also wir machen das auch so, dass wir beide Anträge hier separat uns darüber aussprechen. Vorab brauche ich bitte einen Helfer für die Versammlungsleitung. Wir kriegen das irgendwie mit dem Lautstärkepegel immer noch nicht so ganz hin. Ich bräuchte einen Helfer, der sich vielleicht da im hinteren Bereich immer so ein bisschen darum kümmert, dass da ein bisschen Ruhe herrscht. Würde das jemand freiwillig übernehmen? Ja, dann bist du jetzt unser Helfer und sorgst für Ruhe. Super. Ja, die Vorstellung ist durch, ne? Ja. Okay, die Vorstellung dieses Antrags ist durch. Die Rednerliste ist damit geöffnet. Bitteschön. Hallo, ich möchte auf etwas aufmerksam machen. In der Begründung steht zwar relativ klar, dass es um Kontrollorgane und Aufsichts- und Verwaltungsräte geht, aber im Antragstext steht eigentlich nur von Posten. Das heißt, wenn man den Text nur so liest, steht, dass es im Moment eine proporzorientierte Vergabe von jeglichen Posten inklusive Ordnungsamt und Knöllchenverteilung gäbe und dass wir dann ein Problem sehen. Also ich finde das in dieser Formulierung mindestens missverständlich bis nicht sinnvoll. Gut, da ich jetzt diesen Text ja nicht so geschrieben habe, ich hatte erklärt, um was geht. Es steht öffentlicher Sektor und öffentliche Unternehmen. Eine Stadt oder eine Verwaltungsbehörde oder überhaupt die gesamte Verwaltung gehört nicht zum öffentlichen Sektor nach dieser Beschreibung, sondern ist die Verwaltung nach Gemeindeordnung. Darf ich? Hallo, ich habe eine kurze Frage, das wird mir aus dem Kontext nicht klar. Wie stellen Sie sich das denn mit der Transparenz vor? Also wie wollen Sie das denn transparenter machen? Mit der Frage. Also wie man es nachher in der, um jetzt mal politisch zu antworten, wie man es nachher umsetzt, dafür gibt es dann eine entsprechende Verordnung, wie man das dann halt irgendwo in den Kommunen oder sonst was einsetzen könnte. Es geht ja darum, dass wir einfach nicht sagen, es gibt in einer geheimen Wahl, werden die Leute schon vorher bestimmt und wer schon mal auf einer Ratssitzung oder im Land war, da wird ja nur noch eine Liste vorgestellt und wird gesagt ganz einfach, der ist das, der ist das, wer ist dafür, wer ist dagegen. Da sich aber alle schon vorher abgesprochen haben, es wird aber nicht nach außen hin offen gezeigt, was hat der Mann tatsächlich für eine Kompetenz, ich sage jetzt mal, um den Flughafen tatsächlich zu kontrollieren oder irgendwo in ein öffentliches Unternehmensbeteiligung. Das ist ja von Kommune zu Kommune unterschiedlich. So, deswegen, wie es nachher gemacht wird, das muss man nachher weiter ausarbeiten und entsprechend besprechen, nur dass es transparent gemacht wird. Ich finde diese Botschaft sehr wichtig, was jetzt im Kern da in diesem... Ich habe es schon in den Mund genommen, geht das? Ich möchte, dass wir das so im Protokoll bitte festhalten, dass der Albert ihn schon in den Mund genommen hat. Das Zitat ist auch für die Presse freigegeben, ja. Danke. Also, ich finde im Kern die Botschaft, was hier drin steckt, sehr wichtig. Es handelt sich um Transparenz, es handelt sich um Korruptionsbekämpfung. Allerdings, das sollte ein wenig besser ausgearbeitet werden, weil wir haben unterschiedliche Kategorien hier, die ein wenig sich vermischen. Die Botschaft, wenn ich richtig verstanden habe, gilt in Richtung Verwaltung, geht in Richtung Mandatsträger, geht in Richtung unterschiedliche Funktionsträger. Oh, jetzt ist etwas lauter. So. Es geht in Richtung zum Beispiel Bereich von Aussichtsräten. Es geht auch in Richtung von sogenannten Bürger, sachkundige Bürger und so weiter. Also in Gemeindeordnung ist das relativ gut definiert. Und es wird ziemlich falsch umgesetzt. Also man kann das gucken, wie die Kommunen einzeln das machen. Also grundsätzlich müsste man ein bisschen zusammenfassen, diese Botschaft und die richtige Transparenz und an Persönlichkeiten in diesem Bereich teilnehmen, also Menschen. Sie sollten diese Offenlegung anhand der geltenden Gesetze oder von uns weiter definierten Normen eventuell verbessern. Also die Botschaft ist gut. Allerdings, da sollte ein bisschen überarbeitet werden, weil es kommt nicht so an. Das ist auch für die Handhabung. Danke. Ja, du stellst einen GO-Eintrag, Frank. Da ich das nur übernommen habe auf Schließung der Rednerliste. Ich? Ja, du hast recht. Den Antrag kannst du nicht stellen. Rolf, du kannst ihn auch nicht stellen, da du ebenfalls auf der Rednerliste bist. Aber der Tobias hat einen GO-Eintrag. Ich bin überrascht. Gibt es da Gegenrede? Da gibt es eine Gegenrede, Ralf, formell. Okay, dann stimmen wir das ab. Wer ist für die Schließung der Rednerliste? Ja, das eindeutig. Die Rednerliste ist damit geschlossen. Der Pascal ist der Letzte auf der Rednerliste und der Kreller ist dran. Ja, Mahlzeit. Also, erstens würde ich mal die Ernsthaftigkeit des Antrags bezweifeln, weil der Antragsteller nicht da ist. Dann würde ich doch wenigstens jemanden beauftragen, für ihn Rede und Antwort zu stehen. Zweitens, ich bin Personalrat bei einer Körperschaft des öffentlichen Rechts und weiß, was das für eine Farce ist, wenn es nur offizielle Stellenausschreibungen gibt, auf Stellen, die eh schon vergeben sind. Und deswegen würde ich auch den Vorschlag machen, diesen Antrag einfach nochmal zu überarbeiten und den Kern nochmal ordentlich rauszuarbeiten, weil es wie gesagt eine Farce ist, wenn ich auf Transparenz bestehe und darauf bestehe, dass der Beste den Job bekommt. Im Endeffekt bekommt den Job derjenige, der vom Vorgesetzten oder vom Arbeitgeber dazu bestimmt ist. War das jetzt eine Frage oder eine Anmerkung? Das war eine Anmerkung, dass es einfach keinen Sinn macht, weil der Arbeitgeber im Endeffekt die Entscheidung trägt, wer die Stelle bekommt. Egal ob transparent oder nicht. Und die Freiheit hat der Unternehmer und wir sind ja auch für Freiheit und ich denke, wir sollten dem Unternehmer auch nicht die Freiheit nehmen, denjenigen die Stelle zu geben, der seiner Meinung nach die beste Qualifikation dazu hat. Zum einen möchte ich unterstreichen, dass die Ernsthaftigkeit dieses Antrags durchaus als gegeben betrachtet werden darf. Der Antragsteller ist mehr langfristig und nicht nur mir, sondern auch zahlreichen anderen Piraten bereits bekannt. Zweitens die Begründung halte nicht für hervorragend ausformuliert und auch zutreffend. Somit ist die Intention klar, erkennbar, korrekt. Unglücklicherweise ist es so, dass in öffentlichen Unternehmen und das lässt sich an einem einfachen Beispiel darlegen, politische Interessen vorhanden sein müssen. So ist beispielsweise in Nordrhein-Westfalen ansässige Unternehmen, NetCologne und Telekommunikationsunternehmen, das Bestrebungen hat, die Netzneutralität nicht einzuhalten, was der politischen Ausrichtung der Piratenpartei, der die Netzneutralität befürworten, zuwiderläuft. Die Gegenmaßnahme wäre im Falle des Einzugs in den Stadtrat von Köln über entsprechende Fraktionen Mitglieder des Aussichtsrats zu stellen oder in unserem Fall mindestens eins, um eine politisch gewollte Einflussnahme auf dieses Unternehmen durchführen zu können. Dafür erhalten wir vom Wähler bei der Kommunalwahl auch in Richtung der kommunalen Unternehmen einen entsprechenden Auftrag und deswegen halte ich diesen Antrag in der jetzigen Form unkorrigiert für nicht zustimmungsfähig aus den genannten formalen Gründen, weil wir eben auch parteipolitisch argumentieren, genau das wollen, was da abgelehnt wird. Die entsprechenden Ausnahmen müssten noch in den Antrag eingebaut werden. Nach dieser Ergänzung wäre der Antrag dann meiner Meinung nach vollständig und somit auch zu Recht zustimmungsfähig. Ich würde den Antrag daher an den Antragsteller zurückgeben mit der Bitte um geringfügige Ausweitung, um ihn dann anschließend auf dem Parteitag erneut beschließen zu können. Vielen Dank. Also ich finde den Antrag okay, der kann jederzeit verändert werden, wenn er besser gemacht wird. Was mir nicht ganz klar ist, zählen die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten auch zu diesen öffentlichen Unternehmen? Hallo? Ja, sind die Rundfunkanstalten, die WDR zählen, die auch eben zu den Proporzvereinen? Ich vermute mal ja, ist ja einer der schlimmsten. Außer den Redakteuren, die sind okay, aber da oben drüber. Ich sag mal, solange die entsprechend von den Räten oder Ländern bestimmt werden, gehören die eigentlich alle dazu. Alles, was die Parlamentarier entsprechend schicken können. Nicht die, die von anderer Seite bestellt werden müssen. Ja, das wollte ich nur hervorheben, weil das ja einen großen Einfluss hat. Medienpolitik ist ein anderer Programmteil. Als ich den Antrag das erste Mal gelesen habe, fand ich ihn eigentlich sehr gut und hatte auch eigentlich gedacht, dass ich ihm zustimmen kann. Jetzt vorhin ist zum Beispiel die Erklärung gekommen und da habe ich gar nicht dran gedacht mit der Sparkasse. Und dann kam ich immer das erste Mal zum Grübeln, als ich kompetenzorientierte Personalpolitik las. Was heißt jetzt kompetenzorientierte Personalpolitik bei einer Sparkasse? Heißt das, dass ich dann nur gute Banker hinsetze? Ich meine, zur Zeit sehen wir, was gute Banker uns bringen. Das ist nicht unbedingt die Sache. Das heißt, ich müsste hier auf jeden Fall sagen, was ich mit kompetenzorientiert meine. Das heißt, gerade Unternehmen im öffentlichen Sektor machen auch Politik. Das heißt, ich kann es nicht nur ausschließlich an der Kompetenz für dieses Unternehmen festmachen. Gerade die Sparkasse, da ist auch zum Teil Sozialpolitik dabei. Wofür werden Kredite rausgegeben? Wofür werden keine Kredite rausgegeben? Und das kann ich nicht nur immer ganz klar am wirtschaftlichen festmachen, sondern ich muss es auch an anderen Sachen festmachen. Und deswegen finde ich es eigentlich falsch. Diese Formulierung, wenn da nur steht, kompetenzorientiert, dann müsste es auch genau geklärt sein, was man unter Kompetenz in den einzelnen Unternehmen versteht. Also ich kann sehr gut die Intention des Antrags verstehen und könnte da auch zumindest auf kommunale, eben ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern aus dem Rat der Stadt Münster. Allerdings sehe ich diesen Antrag noch sehr unreif. Einmal aus zwei Gründen. Erstens sehe ich noch nicht, dass der Antrag von Handelsalternativen aufzeigt, die man dann in Zukunft umgehen kann. Und zweitens pauschalisiert dieser Antrag und wirft den Vorwurf auf, dass alle Besetzung irgendetwas mit Parteienproport zu tun hat und immer irgendwie da seine Leute reinzubringen. Und es ist nicht, also ich kenne diese Fälle auch, es gibt diese Vorwürfe der Klünglelei auch, aber ich würde nicht pauschaliert sagen, besonders auf kommunaler Ebene, also das ist meine Erfahrung, dass es immer darum geht, dass es nicht um das Gemeininteresse geht. Das ist ja der Vorwurf, es geht nie um das Gemeininteresse, den sachthemenorientierten Politiker da reinzusetzen, sondern es würde immer um Klünglelei gehen. Und das sehe ich halt, diesen Vorwurf sehe ich zu pauschalisiert diesem Antrag wieder und bitte darum, dem nicht zuzustimmen, damit wir in Zukunft uns überlegen, wie können wir neue Verfahren aufzeigen, Alternativen aufzeigen, aber die werden in diesem Antrag noch nicht benannt und deshalb bitte ich um Ablehnung. Okay, mit der Rednerliste sind wir durch. Der Frank hat noch für den Michael stellvertretend die Möglichkeit, ein Abschlussstatement abzugeben. Ja, also wir werden die entsprechenden Punkte entsprechend mit aufnehmen und dann in die AG Wirtschaft und Finanzen mit reinnehmen. Entsprechend, ich kann den Antrag leider, ich habe ihn zwar übernommen, ich kann ihn aber nicht wieder zurückgeben oder Sonstiges. Das heißt, wir müssen abstimmen und ja, das ist es. Okay, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dafür, dass wir diesen Antrag in das Grundsatzprogramm mit aufnehmen? Ja, ich mache die Gegenprobe. Wer ist dagegen? Das ist eine knappe Mehrheit. Nein, das ist eine deutliche Mehrheit. Der Antrag ist so, damit kein Bestandteil des Grundsatzprogramms. Ja, danke, danke Frank, für den ersten Antrag. Den zweiten Antrag dazu, dass du aufhörst, ja. Vorher, ich habe gehört, wir haben, ja Gäste haben wir ja ein paar, aber ich glaube, wir haben zwei besondere Gäste, die den Weg aus Berlin gefunden haben. Wenn mich nicht alles täuscht, sind der Heiko Herberg und der Fabio Reinhardt da, die ich natürlich hier recht herzlich begrüßen möchte. Zeigt euch mal, ihr zwei. Na, die haben sich versteckt. Die sind draußen, haben sich versteckt oder was? Wo seid ihr? Na, da hinten sehe ich sie doch. Ja, schön, schön, dass ihr da seid. Stellvertretend vielleicht für den Landesverband natürlich von uns nochmal, ja, die herzlichsten Glückwünsche und danke für die viele Arbeit, die ihr uns in den letzten Wochen verschafft habt. Wenn mich nicht alles täuscht, hat zumindest der Fabio, glaube ich, auch ein paar Worte vorbereitet. Beim Heiko weiß ich es nicht. Wir werden euch sicher gleich die Möglichkeit geben, ein bisschen zu reden. Ich möchte allerdings gern, ich habe das auch gerade mit den Versammlungsleitern halt noch abgestimmt, wir möchten die Programmanträge soweit durchziehen und würden euch danach dann eben Gelegenheit dazu einräumen. Ich hoffe, das ist soweit okay. Okay, lass mal winken. Alles klar, dann kommen wir zum nächsten Antrag und das Wort hat wieder der Frank. Ja, beim zweiten Antrag, der entsprechend eingereicht worden ist, ist eigentlich eine Erweiterung. Das, was wir eigentlich schon im Bundesprogramm eigentlich mal vereinbart haben, dass das auch zu unseren Leitlinien in NRW wirkt, dass wir genauso für Whistleblowing uns in NRW einsetzen, dass entsprechend Whistleblower entsprechend geschützt einen Rechtsraum oder was auch immer bekommen und das ist als Ergänzung unseres Grundsatzprogramms aufzunehmen. Ja, das war kurz und knapp. Gibt es Fragen, Statements oder dergleichen dazu? Ich sehe niemanden zum Mikrofon rennen. Doch, der Markus möchte noch ein bisschen was erzählen. Ich dachte, Kreller. Ne, egal. Hey, Markus von Kreller. Ja, richtig. Ne, ich habe nur eine Nachfrage dazu. Auf der einen Seite steht natürlich der Whistleblower, der anonym seine Dinge leaken kann, sag ich mal. Da stehe ich auch voll dahinter. Nur, wenn ich jetzt einen Schritt weiter denke, dann denke ich an den Denunzianten. Ich möchte einfach nur wissen, ob es einen Gedanken dazu gibt, wenn sich so ein Whistleblowing in offensichtliches Denunzianten irgendwelche Ideen gibt, wie man dem, was meines Erachtens nicht gewünscht ist, entgegentreten kann und sagt, der oder der hat das und das auch nicht nur ich, was mit mehr Millionen Dollar bin, was mir der oder mehr beteut undrinkert, wo das alles beteut. Ich möchte, dass Sie den Zoll empfiehren, wie man dem, was man Ich möchte auch gleich mit der Zollung ab und vorangehen. Ich möchte auch aus der Zollung ab und vorangehen. Aber wir können uns nicht mehr, was ich glaube, dass du nicht mehr mit dem Thema unter anderem. Ich möchte jetzt alle gut nach dem Thema. Wenn du dich schざortest, dann wirst die Zollung ab und Der Zollung ab und den Bewerb hat, bis zum Beispiel war dann die Zollung ab und das mit der Zollung ab. Vielen Dank. 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 Und... 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 ... Und... 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 So, der Hans-Jörg hat noch die Möglichkeit, was zu sagen, wenn du möchtest. Ich glaube, dass das Meinungsbild und auch die Redebeiträge eindeutig waren. Das sehe ich ähnlich, deswegen stimmen wir ab. Wer ist dafür, dass dieser Antrag aufgenommen wird ins Grundsatzprogramm? Ja, das ist damit deutlich angenommen. Wir machen nichtsdestotrotz die Gegenprobe. Wer ist dagegen? Da gibt es vereinzelte Stimmen, aber der Antrag ist damit angenommen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich glaube, der Fabio wäre. So, wir sind jetzt mit den Programmanträgen soweit durch. Das passt auch ganz gut. Wir können dann jetzt eine schöne Mittagspause machen. Ich hatte ja gerade schon auf den Flyer hingewiesen. Ganz kurz zum weiteren Ablauf. Wir haben uns gerade abgestimmt. Wir werden, oder unser Vorschein ist, dass wir bis 13.15 Uhr, also gut 35 Minuten, jetzt eine Pause machen. Um 13.15 Uhr möchten wir den Gastrednern, die wir haben, Was willst du mir zeigen, Michelle? Das ist okay, ja. Also, dass wir um 13.15 Uhr weitermachen. Wir werden um 13.15 Uhr den Gastrednern, da sind zumindest zwei, von denen ich jetzt weiß. Einmal Felix zum Thema Grundeinkommen und dann haben wir eben den Beitrag noch von Fabio. Den würden wir dann direkt nach der Pause machen, sodass es um 13.15 Uhr dann hier weitergeht. Okay, dann unterbreche ich die Sitzung bis 13.15 Uhr. Ich glaube noch gerade eben, dass die Leute so langsam sitzen. Ich würde gerne mit dem Felix anfangen. Okay. Ja, ich suche ihn rein. Ist der Felix schon wieder da? Ich würde gerne mit dem Redebeitrag dann von Felix zum Thema Grundeinkommen starten. Und dafür darf ich den Felix dann hier auf die Bühne bitten. Kunstbüro sagt, warte mal, dass das Kunstbüro in der Schwarzgeschale vermisst wurde. Okay, es ist ein schwarzer Schal, der eben wohl schon vermisst gemeldet wurde, jetzt an der Akkreditierung zur Abholung bereit. Schwarzer Schal, bitte. Also, wir machen folgendes. Ich eröffne jetzt offiziell wieder die Sitzung. Und jetzt habe ich gerade einen neuen GO-Antrag auf die weitere Unterbrechung der Sitzung. Dann haben wir nämlich einen passenden GO-Antrag. Du bist quasi Übermittler dieses GO-Antrags. Es gibt einen GO-Antrag auf Unterbrechung der Sitzung nochmal für 20 Minuten. Das wäre dann ein Viertel vor. Okay, gibt es zu diesem GO-Antrag Gegenrede? Da ist eine Menge Gegenrede offensichtlich. Dann stimmen wir ab. Wer ist dafür, dass wir die Sitzung um weitere 20 Minuten unterbrechen? Und zwar, ich bin telefonisch informiert worden, dass einige Restaurants ziemlich überlastet sind und einige gerade erst ihr Essen bekommen haben und mich gebeten haben, dass ich einen GO-Antrag einbringe, die Sitzung bis Viertel vor zu verschieben, um das Essen zu ermöglichen. Das habe ich jetzt getan. Okay, ist das ein weiterer GO-Antrag oder ist das die Gegenrede dazu? Ja, GO-Antrag, da müssen wir erst den anderen GO-Antrag behandeln. Also, GO-Antrag auf weitere Unterbrechung der Sitzung um 20 Minuten. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Das ist eine Mehrheit, dass dieser GO-Antrag nicht angenommen ist. Wir haben hier einen weiteren GO-Antrag. Okay, der GO-Antrag, den gibt es auch gar nicht, genau. Aber der hat sich hier erledigt. Es gibt einen GO-Antrag von dem Gröffarzt. Ja, schreibe ich dir auch gerne auf. Änderung der Tagesordnung, Vorzug der Reden der Berliner, dann können wir uns die anhören und die anderen haben dann die Chance, vielleicht noch bei wichtigen Entscheidungen mitzumachen. Also, der Plan war ja, das Recht haben wir uns als Versammlungsleitung im Endeffekt rausgenommen, die Gastreden jetzt zuzulassen. Anfangen würden wir allerdings gern mit der Rede vom Felix und danach die Rede der Abgeordneten oder vom Fabio dann halt eben. Ist der... Also, wir sind drin. Felix ist bereit. Damit hat der Felix jetzt das Wort. Ja, hallo. Ich brauche mich nicht mehr weiter vorzustellen, denn das steht schon auf dem BIMA. Ich bin Felix Köln und ich weiß gar nicht, gibt es hier Leute, die noch von außerhalb das nur zuhören und hier nichts sehen können oder gibt es? Also, dann eben doch Felix Köln, Vorstandsmitglied der Köln-Initiative Grundeinkommen und ich möchte gerne eine kurze Zusammenfassung der Wahlanalyse von dem Wahlergebnis in Berlin kundtun und dann bitte ich, die nächste Folie aufzurufen. Ansgar, die nächste Folie bitte. Fände ich auch toll, wenn das ein bisschen weniger unruhig würde. Also, ihr seht hier eine Tabelle, die ist von Infratest erstellt worden und die sagt aus, ich lese mal das Kleingedruckte von unten drunter vor, es ist so, dass die Leute befragt wurden nach ihrer Motivation, bestimmte Parteien zu wählen. Man konnte aus den zehn Punkten, die da angegeben sind, konnte man zwei auswählen und was man feststellen kann, hier mit den orangen Balken, das obere ist grafisch dargestellt, das untere in numerisch und dann kann man feststellen, dass die Piratenpartei zu 45 Prozent gewählt wurde wegen der sozialen Gerechtigkeit. Damit haben die Piraten Damit haben die Piraten in Berlin den zweitgrößten Platz errungen. Darüber sind nur die Linken mit 65 Prozent und die SPD, deren klassisches Feld ja eigentlich die Sozialgerechtigkeit ist, liegt sogar mit einem Prozentpunkt darunter. Innerhalb der Piraten, also innerhalb der verschiedenen Motivationen, ist das auch noch der größte Balken. Also die 45 Prozent scheinen mir ein Anhaltspunkt dafür zu sein, dass die das Wahlprogramm oder das Grundsatzprogramm der Piraten, das kann ich im Moment nicht genau ausmachen, bei den Wählern in Berlin dazu geführt hat, dass sie gesagt haben, ja die Piraten sind die richtigen für mich. Ich persönlich glaube, dass das was mit Reset zu tun hat und da verweise ich nochmal auf das Grundsatzprogramm der Piraten unter Punkt 10 ist das Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe zusammengefasst und mir als Vorstand einer NGO mit dem Anliegen, das Grundeinkommen in die Öffentlichkeit zu bringen oder in die öffentliche Diskussion, ist das halt ein wichtiger Punkt und wollte die nächste Folie, bitte Ansgar, wollte hier dann nochmal drauf verweisen, hier wird gezeigt, wie die Motivation ausgesehen hat, ob man sich eher wegen eines Kandidatens oder Lösungsvorschläge oder einer Parteibindung für die entsprechende Partei entschieden hat, da wird dann deutlich, dass über 80 Prozent aus, ich sag mal, Sachgründen die Piraten gewählt haben. Also diese beiden zusammen, diese beiden Zahlen, diese beiden Zahlen zusammen ergeben für mich, dass das Thema Reset oder Grundeinkommen, je nachdem, welchen Ausdruck man vorzieht, ein ganz zentrales ist und mein Anliegen ist oder wozu ich euch aufrufen möchte, ist, mit dieser Information etwas offensiver umzugehen. Ich habe im Kreisverband Köln, nehme ich regelmäßig an den Stammtischen teil und finde immer wieder in der Diskussion mit Piraten bestimmte Vorbehalte gegenüber einem Grundeinkommen. Ich glaube, dass das ein zukunftsweisendes Thema ist und Ansgar, nächste Folie, bitte. Wir haben jetzt vor kurzem am 12., also letzten Samstag genau, haben wir in Kooperation mit der Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften an der Fachhochschule Köln eine Kurzfachtagung anberaumt, wo Vertreter aller Parteien, die im Bundestag vertreten sind und die Piraten auf dem Podium eingeladen waren. Nächste Folie, bitte. Da sieht man die Teilnehmer und welche Funktion sie hatten und wir haben also darüber diskutiert, Überschrift der Kurzfachtagung war Grundeinkommen zur Bundestagswahl 2013. Es ist jetzt so, dass wir ungefähr noch sechs bis zwölf Monate haben, bis das Wahlprogramm stehen muss, wenn dann im Herbst 2013 die Bundestagswahl stattfindet und das war uns in unserem Verein sehr wichtig, das entsprechend auch in alle Parteien reinzubringen, weil wir glauben, dass ein solches Thema wie das Grundeinkommen nicht von einer Partei alleine gestemmt werden kann, sondern dass das parteiübergreifend angegangen werden muss und das Anliegen ist insbesondere, wenn man es schafft, dieses Thema als eines der zentralen Themen im Wahlkampfprogramm 2013 zu etablieren, dass man damit eine entsprechende Öffentlichkeit schaffen kann. Es ist so, dass in Deutschland noch weit über 50% noch nie überhaupt von dieser Idee gehört haben und von den restlichen 50% muss man zumindest sagen, dass es etliche gibt, die auch die Begriffe durcheinander werfen, wo dann Mindestlohn und Grundeinkommen und Bürgerarbeit alles in einen Topf geworfen wird. Also da gibt es einen ganz großen Bedarf an Informationen, die wir auch letztendlich als NGO liefern wollen oder die eben auch die Parteien in der Diskussion dann liefern können. Ja, nächste Folie bitte Ansgar. Ergebnisse aus dieser Kurzfachtagung könnt ihr selber lesen, ich kann es immer kurz zusammenfassen. In allen Parteien wird sich auf die eine oder andere Weise mit einem Grundeinkommen oder einem der verschiedenen Modelle beschäftigt. Die Unterschied, die Durchsetzung der Idee ist unterschiedlich weit fortgeschritten, heißt, innerhalb der Parteien gibt es keine Mehrheiten. Das ist also tatsächlich so, dass nur die Piratenpartei überhaupt als eine Partei in irgendeinem der deutschen Parlamenten mit dem Reset ein solches Thema im Grundsatzprogramm haben. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal der Piraten, das solltet ihr auch offensiver, glaube ich, mit umgehen. Dann ist es so, dass im letzten Jahr im November der Petitionsausschuss getagt hat zu einer Petition, die von Susanne Wiest, einer Tagesmutter aus Greifswald, eingereicht worden ist über eine E-Petition zwei Jahre vorher. Dann ist es also in den Petitionsausschuss gekommen und dort verhandelt worden und liegt dort immer noch und man weiß nichts über die Ergebnisse. Ich habe also dann im Anschluss an die Podiumsdiskussion die Podiumsteilnehmer gebeten, doch mal ihre Quellen zu nutzen und mal nachzufragen, was denn eigentlich los ist, wie weit das jetzt gediehen ist. Die Rückmeldung, die ich bekommen habe von Sven Lehmann, von dem Landesvorsitzenden der Grünen, er sagte, es wird noch darauf gewartet, dass die SPD und die FDP Stellung nehmen. Die anderen drei Parteien haben bereits Stellung dazu bezogen. Ja, das untere habe ich glaube ich schon gesagt, von wegen, ach so genau, das, als größtes Hinderungsgrund wurde innerhalb der Podiumsdiskussion gesagt, dass es immer noch zu wenig Durchsatz gibt in den eigenen Wählereien, dass es halt eben auch noch eine ganze Menge an Klärungsbedarf gibt. Ich glaube auch da deckt sich das wahrscheinlich hier mit den Piraten, dass man noch ein bisschen zurückhaltend ist im Sinne der Modellberechnung. Ich vertrete da eine etwas andere Haltung. Ich glaube, dass es zu diesem Zeitpunkt wichtig ist, dass wir das Thema diskutieren, ohne konkret irgendwelche Modelle auszuarbeiten, weil eben, wenn noch über 50 Prozent der Bevölkerung noch nie was davon gehört haben, wir nicht irgendwie kommen können und sagen, das muss so und so umgesetzt werden, sondern erst einmal geht es darum, den Bildungsauftrag zu erfüllen. Die Tagung, jetzt habe ich noch eine knappe, ach Gott, eine Viertelminute, aber ein bisschen überziehe ich noch. Nächste Folie bitte, Ansgar. Wir werden von unserer Initiative auch wieder in Kooperation mit der Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften im Mai eine Landestagung, Grundeinkommen durchführen mit verschiedenen Workshops, also wir haben jetzt schon so an die 15 Workshops zusammengestellt und lade auch alle hier im Saal herzlich ein, daran teilzunehmen, wir werden auch da diesbezüglich noch die entsprechenden Informationen weitergeben. Wenn sich irgendjemand noch an der Orga beteiligen möchte, jeder dritte Mittwoch findet dann in Köln im Allerweltshaus die Orga-Sitzung statt. Punktlandung, halbe Minute drüber, das war's. Dankeschön. Applaus Ja, danke für den Redebeitrag, es gibt einen GO-Antrag. Okay, dann formulier bitte ein Meinungsbild. Also eine Entscheidungsfrage. Sollten die Piraten generell die Idee des Grundeinkommens, bedingungslosen Grundeinkommens weiterverfolgen? Okay, dann stimmen wir das so ab. Die Frage habt ihr gehört. Wer ist dafür, dass das so weiterverfolgt wird von den Piraten? Wer ist dagegen? Ja, es ist ein deutliches Meinungsbild dafür. Der Schwarzbart winkt mir zu. Auf eine Veranstaltung hinweisen, die wir in Dortmund machen. Da wird der FITZ unter anderem auftreten zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Das wird sein am 1. Dezember im Koininghaus. Nähere Informationen entnehmt ihr bitte dem Wiki. Super, wer suchet, der findet. Okay, wonach sollen wir da suchen? Ihr schickt es bestimmt mal über die Mailingliste, oder? Ja, genau. Traumhaft. Ja, wir schicken es auch mal über die Mailingliste. Es gibt auch schon Flyer. Das ist schön. Okay, wir haben weitere Redebeiträge. Ich würde gern den Alex Schilling, nee, machen wir morgen, okay. Dann haben wir nur noch Fabio, okay. Ja, dann darf ich unsere Berliner Abgeordneten oder zumindest den Fabio, auf die Bühne bitten und möchte ein paar Worte an uns richten. Das können wir vielleicht noch mit einem dezenten Applaus begleiten, oder? Ja, also ich habe jetzt schon drei Reden im Parlament von Berlin gehalten, aber es fällt mir immer noch schwer, vor so einem großen Publikum zu sprechen. Ich glaube, das ist was, wo man einfach reinwächst. Dann nehmen wir uns die Zeit und das kommt dann irgendwann, wenn man es auch geschafft hat. Wir haben ja vorhin schon gehört, wir haben euch wohl ziemlich viel Arbeit gemacht, hier heute und auch in den nächsten Monaten, gerade mit den Bearbeiten von Mitgliedsanträgen und so. Das tut uns natürlich sehr leid. Ich hoffe, ihr könnt uns das auch verzeihen. Aber dafür haben wir uns selber auch sehr viel Arbeit gemacht. Vielleicht ist das ja auch ein kleines Bonbon in diese Richtung. Also, wir haben momentan 25 bis 30 Stunden Bewerbungsgespräche jede Woche auf die Stellen, die wir ausgeschrieben haben. Wir bereiten uns auf die Parlamentssitzungen vor. Wir müssen Strukturen finden. Ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, weil es einfach, es ist schwer, das alles zu beschreiben, was da gerade auf uns einprasselt. Aber das Wichtige an dieser Stelle ist einfach nur, es macht verdammt viel Spaß. Es ist einfach geil. Und das ist geil, weil wir Piraten sind. Es macht einfach Spaß, weil wir Piraten sind und weil wenn Piraten was zusammen machen, dann macht es normalerweise auch Spaß. Und wenn man sich dabei nicht ganz so lieb hat, dann hat man sich hinterher beim nächsten Bier dann doch wieder lieb. Also das ist eigentlich das, was bei uns dabei rausspringt. Und jetzt ist mein iPhone weg. Gut, bis zu dieser Stelle hätte ich jetzt auch keine Liste gebraucht, aber gut. Gut, was kommt auf uns zu? Vieles. Es ist jetzt auch eine mühselige Liste, das alles jetzt aufzählen zu wollen. Wichtig ist eigentlich nur, nochmal zu betonen, für uns ist der Zusammenhalt wichtig. Ich bin jetzt seit vier Jahren in der Partei und ich empfinde es immer noch als eine unglaubliche Quelle der Genugtuung auch, wie stark eigentlich so unterschiedliche Leute aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen auf solchen Parteitagen oder auf ähnlichen Piratenveranstaltungen einfach an einem Strang ziehen. Ihr habt ja heute auch wieder hier Pyongyang-Ergebnisse hingelegt bei manchen Abstimmungen. Das zeigt einfach, wie stark wir doch trotz aller Unterschiede irgendwie in eine Richtung drängen. Und das ist eigentlich das, was für mich dann auch immer wieder wichtig ist. Und deswegen nutze ich diese Gelegenheit auch nochmal um den Zusammenhalt, mich für den Zusammenhalt zu bedanken, den ich an anderer Stelle erlebt habe, zum Beispiel in unserem Berliner Wahlkampf. Da waren viele NRW-Piraten auch, die den mühseligen langen Weg gemacht haben, um sich zu revanchieren für die Arbeit, also für die Hilfe, die wir euch im NRW-Wahlkampf 2011 zukommen haben lassen. Ich bin mir sicher, das hättet ihr auch von alleine gemacht und nicht jetzt nur als Tit-for-Tat, sondern weil es euch auch wichtig war und weil ja auch eben, weil es eben auch normal ist für Piraten, dass sie sich in anderen Landesverbänden auch unterstützen und sich engagieren. Also an der Stelle mal vielen Dank und vielleicht einen kleinen Applaus für euch selber, für die Unterstützer in unserem Wahlkampf. Auch darüber hinaus natürlich, viele Dinge, die wir in Berlin tun oder die wir in Berlin auch im Wahlprogramm stehen hatten, sind durchaus auch Inspirationen aus NRW gewesen. Also eine der Sachen, die bei uns im Wahlkampf eine große Rolle gespielt haben, wo wir uns selber auch am Anfang eigentlich gar nicht so richtig sicher waren, ist das jetzt vielleicht schon zu weit vorgeprescht oder sollte man das vielleicht irgendwie nochmal fünf Arbeitsgruppen zu gründen oder so, ist ja das Thema, naja gut, eher 10 bei den Piraten wahrscheinlich, ist ja das Thema fahrscheinloser ÖPNV, das ist ein Thema, was wir von der Idee her komplett aus NRW übernommen haben und auch dafür möchte ich mich gerne bedanken. Hoffentlich können wir es euch zurückgeben durch Inspirationen, die wir jetzt in Berlin auf den Weg bringen und die ihr dann für eure zukünftigen Wahl, Wahlkämpfe und programmatische Arbeit auch benutzen könnt. Ja, wenn ich jetzt alle Themen aufzählen würde, die irgendwie sozusagen Inspirationen bei uns gelandet sind, würde es auch zu lange dauern, aber es sind, ich glaube es sind viele Millionen, also mal an dieser Stelle. Ja, was ist die Essenz meiner Rede? Ich habe mich jetzt auch eben gefragt, ich würde sagen, eigentlich geht es darum, wirklich mit erhobenen Haupt voranzugehen, seid mutig, ist das, was wir als Erfahrung aus unserem eigenen Wahlkampf mitgenommen haben, vertraut auch mal einfach, vertraut eure Mitpiraten, die sich mit Sachen auskennen, vertraut auch darauf, dass sie sich hinsetzen und was entwickeln, was gut für die Gemeinschaft ist, probiert Sachen aus, nicht nur mutig sein in Bezug auf Themen, sondern eben auch mutig sein in Bezug auf Aktionen, was ausprobieren, was machen, mehr Nacktmobs oder so zum Beispiel, ja, einfach mal so ein bisschen wieder irgendwie auch durchaus den Aktionismus zeigen, der uns in der Anfangszeit geprägt hat und ansonsten einfach weitermachen, würde ich sagen. Viel Spaß noch beim Landesparteitag und Grüße aus Berlin. Ja, vielen Dank nochmal dafür. Ich habe für den Spaß es halber gesagt, ihr habt uns viel Arbeit gemacht, ihr habt da natürlich, aber ich glaube, alle, die hier sind, sind irgendwo stolz darauf, dass wir zurzeit diese Arbeit machen können. Ich habe heute Morgen, wo ich hier hingefahren bin, war dann auf 1Live, kommt dann eben Bericht, dass heute eben Landesparteitag der Piraten in Nordrhein-Westfalen ist. Ja, früher wäre man irgendwie direkt hochgesprungen wahrscheinlich, wenn eben sowas im Radio gewesen wäre. Heute ist das so selbstverständlich mittlerweile nach wenigen Wochen. Schön, danke dafür. Ja, ich gucke mal gerade fragend den Niko an. Willst du? Dann haben wir noch einen Gastbeitrag vom Niko Kern. Ein Redebeitrag natürlich. Ja, danke schön. Wie gesagt, ich bin Niko Kern von der AG Europa und ich möchte euch hier gar nicht mit irgendwelchen Anträgen im formellen Sinne belästigen. Mir geht es einfach um, sagen wir mal, eure Unterstützung und um eure Aufmerksamkeit für ein Projekt, das wir in der AG Europa jetzt gerade forcieren oder was ich forcieren möchte und auch an den Bundesvorstand herantragen möchte und dafür Unterstützung werbe. Ihr habt in der aktuellen Kompass-Ausgabe einen Artikel von mir zur aktuellen Europapolitik. Da spreche ich auch an das Thema europäische Bürgerinitiative. Es ist so, dass nach dem Vertrag von Lissabon es möglich ist, in der EU Bürgerinitiativen durchzuführen. Das entspricht mehr oder weniger einer Petition und obwohl ich grundsätzlich Petitionen gegenüber sehr kritisch eingestellt bin, weil ich glaube, es ist irgendwie das falsche Verständnis, das man den Bürger als Bittsteller degradiert. Eigentlich sind Piraten ja dafür einfach zu fordern und wir sind eigentlich in der Position, danke, und das möchte ich hiermit eigentlich nochmal mit diesem Projekt unterstreichen und zwar möchte ich, dass wir dieses Instrument der Europäischen Bürgerinitiative nutzen, um europaweit auf uns und auf andere berechtigte Anliegen aufmerksam zu machen. Das Schöne daran ist, dass wir nicht darauf beschränkt sind, Unterschriften auf der Straße zu sammeln, sondern wir können per Online-Unterschriften sammeln. Und da muss ich sagen, das ist doch eigentlich genau die Sache, die uns auszeichnet und wo wir unsere Qualitäten ausspielen können in Europa. Und ich möchte einfach dafür werben, dass wir hingehen, diese Petitionsserver aufsetzen und dann über die Ländergrenzen hinweg mit den anderen europäischen Piratenparteien hingehen und auf europäischer Ebene Druck machen und anlegen, die wir haben, sei es ACTA, sei es INDEX und was da noch an Quatsch zurzeit passiert in Europa, aufgreifen, thematisieren und eine europäische Gegenöffentlichkeit schaffen, um unsere Piratenthemen nach vorne zu bringen. Und da möchte ich... Applaus 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 Dafür brauchen wir einfach ein bisschen Ressourcen, personell und auch finanziell. Und ich möchte einfach jetzt, ich will auch keinen konkreten Antrag an den Bundesvorstand stellen, sondern mir geht es einfach darum, dass wir deutlich machen, dass unsere Vorstände dieses Projekt wohlwollend zur Kenntnis nehmen und nach ihren Möglichkeiten unterstützen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch an die AG Europa oder auch direkt an mich wendet, wenn ihr denkt, da kann ich Input leisten. Vor allem geht es jetzt zum Beispiel darum, die technische Infrastruktur dafür zu schaffen und vielleicht auch einen gemeinsamen Spendenaufruf zu machen, um entsprechende Mittel einfach bereitzustellen, damit dieses Projekt in Gang kommt. Vielen Dank. Applaus Applaus Ich würde sagen, dass dieser Landesparteitag NRW sich dafür ausspricht, dass dieses Projekt innerhalb der Piratenpartei wohlwollend zur Kenntnis genommen wird. Das würde sicherlich auch ein Signal an die Vorstände aussenden und es mir als einzelne Antragstelle oder auch AG Europa, ähm, ja, so meinungslos ist mir, also ich würde sagen, ich stelle einfach den Antrag, dass der Landesparteitag der Piraten 2011 Nummer zwei, das Projekt der europäischen Bürgerinitiative, ähm, ähm, was soll man sagen, wohl, 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 du darfst ja auch als AG Europa immer noch sonstige Anträge einreichen beim Bundesparteitag, da brauchen wir nicht einen Antrag stellen an den Bundesparteitag. Mach das als AG. Na, ich möchte, ja, aber, ähm, ich möchte jetzt die AG Europa, an der ich selber beteiligt bin, nicht kleinreden, aber ich glaube, da geht schon ein deutlicheres Signal von einem Landesparteitag aus, um zumindest zu signalisieren, dass ein Landesverband sich auch mit dieser, diese Idee, äh, positiv aufgenommen hat und wenn ich euch eben mit dem Applaus richtig interpretiert habe, dann findet die Idee ja eigentlich genauso geil wie ich und es wäre einfach schön, wenn wir das im Protokoll haben, ähm, dass wir hier sagen, okay, der Bundesparteitag, äh, der Landesparteitag spricht sich für das, äh, dafür aus, dass Projekt europäische Bürgerinitiative auch auf Bundes-, dass das auf Bundesebene behandelt wird. Wenn es auf der Pflichtverkaufung ist, würde es einen frischen Anspruch auf Änderung der Versammlungsleitung. Alles klar, ich bekomme gerade einen freundlichen Hinweis von der Versammlungsleitung, wir machen es so, äh, aus formalen Gründen werde ich das jetzt nochmal schriftlich formulieren und werde mich dann gleich nochmal auf die Bühne, äh, zurückstehlen und dann nur kurz darauf bitten, dieses kurze Statement von euch nochmal absegnen zu lassen. Sollen wir es so machen? Applaus Vielen Dank, dann übergebe ich wieder an die Versammlungsleitung. Okay, dann, ähm, sind wir mit den Redebeiträgen, ähm, ich sag mal außerhalb der Tagesordnung, äh, soweit durch. Die Simone Brand hat mich gerade noch gebeten, äh, nachzufragen, ob Piraten aus, äh, Gütersloh oder direkter Umgebung, ähm, hier sind. Ist das, das Winken ist, äh, Gütersloh, ja? Äh, wenn ihr euch doch gleich bitte mal an die Simone Brand, das ist die junge Frau hier oben, die euch zurückwinkt, äh, kurz wenden würdet, die hat noch Liederbücher, äh, äh, die nach Gütersloh müssten. Also, ich hab, ähm, noch einen Redebeitrag vergessen, haben wir in der Tat vorhin auch so, äh, so abgesprochen, äh, der Robin möchte auch noch ein paar Worte an euch richten. Vorab, ich bin erkältet, falls ich husten sollte, bitte ich um Entschuldigung. Liebe Freunde der Piratenpartei, meine Damen und Herren, es gibt sicherlich viele Themen, die sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene für uns sehr wichtig sind. Zum Beispiel, dass mittlerweile Millionen Menschen in Deutschland in Armut und Elend leben, hingegen die reicher noch reicher werden. Meine Wahrnehmung und gewiss nicht nur meine allein, hat sich angesichts der grassierenden Verschlechterung der gesellschaftlichen Verhältnisse ins Bedenkliche verschoben. Ich hätte es vor zehn Jahren nicht für möglich gehalten, dass Menschen infolge des sozialen Abstiegs in unserer Gesellschaft nach Esswaren in Müll suchen. Wie ich es vermehrt mit eigenen Augen seit grauer Zeit beobachten kann. Man kann nicht umhin solche krassen und anderen Formen der Verarmung bereits als mittelfristige Auswirkungen, eine verfehlte rot-grüne, rot-schwarze und jetzt schwarz-gelbe Regierungspolitik auf verschiedenen Ebenen auszumachen. Ein solcher Missstand ist nicht nur moralisch bestürzend, er ist ohne wenn und aber schlichtweg nicht hinnehmbar in einem Land, wo trotz Konjunktur- und Arbeitsmarktkrise und wohl gerade wegen hunderttausenden ungeschützten Tätigkeiten in Sektoren der Schattenwirtschaft die Gesamtheit der Privatvermögen in Deutschland nach wie vor steigt, allerdings mit extremer Ungleichverteilung. Ich würde gerne unter anderem das Thema Migration und Integration ansprechen, da aber es nicht möglich ist, alle Themen auf einmal zu behandeln, möchte ich meinen Redetext auf ein Thema, das das meines Erachtens sehr wichtig für unsere Partei auf Landesebene ist, beschränken. Eckpfeiler unserer Politik sind Demokratie, Transparenz und Partizipation. Diese Grundprinzips sind inzwischen bundesweit zu Säulen unserer Politik geworden und werden von Millionen Menschen als neue Hoffnung begrüßt. Das war auch für mich ausschlaggebend für meinen Beitritt zur Piratenpartei am 18. Oktober 2011. Wenn wir unseren Prinzipien treu bleiben, können wir tatsächlich die Geschichte der Bundesrepublik in Zukunft prägen und gestalten. Jetzt komme ich auf das eigentliche Thema. Da ich in Dornberg bei Bielefeld Besitzvertreter bin, habe ich seit 2009 einige Erfahrungen gesammelt, was die Gemeindeordnung in Nordrhein-Westfalen anbetrifft. Die Gemeindeordnung widerspricht definitiv unseren Prinzipien. Daher möchte ich anregen bzw. vorschlagen, dass wir eine Änderung oder Reform der Gemeindeordnung in unserem Programm aufnehmen sollten, weil diese nicht mehr zeitgemäß ist. Die Besitzungsvertretungen haben nur eine beratende Funktion. Die Entscheidungen sind nicht bindend. Besitzungsvertretungen haben keine Entscheidungsfreiheit in den Besuchsämtern. Sie dienen quasi nur Alibi-Funktion. Der Rat kann jederzeit unsere Entscheidungen zunichte machen. Damit wird das Mitbestimmungsrecht den Bürgern und Bürgern vor Ort vorenthalten. Und das ist nicht transparent. Politik kann nur funktionieren, wenn alles von unten nach oben organisiert ist und nicht umgekehrt. Wir haben leider keine Basisdemokratie in Nordrhein-Westfalen. Die Bundesrepublik Deutschland als Bundesstaat ist weltweit eines der besten Systeme. Aber auch dieses System hat Marken. Vieles ist ganz raffiniert auf Länderebene zentralisiert. Somit wird eine Bürgerbeteiligung, insbesondere auf kommunaler Ebene, geschickt verhindert. Zum Beispiel im Bereich Grundschulen, Grundschulschließungen, im Bereich Bauwesen, bei Verkehrssicherheitsproblemen und so weiter, bestimmen meistens die Bestiegsregierungspräsidenten. Ich möchte euch mit einigen Denkanstößen darauf aufmerksam machen, damit wir über die Gemeindeordnung umfangreich diskutieren können, um eine Lösung zu finden. Wir haben in Ostfelsfalen-Liepe eine Arbeitskreis-Gemeindeordnung gegründet. Wir werden uns demnächst ernsthaft mit der Gemeindeordnung auseinandersetzen. Ich schlage vor, auch in anderen Regionen ähnliche AK zu gründen, damit wir uns gegenseitig ergänzen können. Wir müssen darauf achten, Fehler und Defizite zu entdecken, Lücken zu finden und sowohl darauf hinzuweisen, als auch Lösungen suchen und uns darüber positionieren. Also meine Devise in allen Bereichen ist, vorher die Dinge beim Namen zu nennen und präventive Maßnahmen zu treffen, nicht erst, wenn es zu spät ist. Regierungspräsidenten gelten zwar als Landesmittelbehörden und Aufsichtsbehörden, aber die Wahrheit sieht ganz anders aus. Die Regierungspräsidenten sind gleichzeitig Teil der Exekutivorgane der Landesregierung in Düsseldorf. Diese preußischen Einrichtungen von 1816 sind meiner Meinung nach überflüssig und nicht zeitgemäß. Die Regierungspräsidenten verhindern und behindern in vielerlei Hinsicht unnötig die kommunalen Arbeiten vor Ort. Ich plädiere dafür, die Kommunen direkt mit mehr Kompetenz zu stärken und die Regierungspräsidenten abzuschaffen. Liebe Freunde, warum ich das Problem anspreche? Im Mai 2010 sind wir in Bielefeld mit Schulschulschließungen, Grundschulschließungen konfrontiert. In unserer Bezirksvertretung wurde vorgeschlagen, dass wir darüber diskutieren müssen bzw. uns darüber entscheiden. Da kam jemand von der Verwaltung und sagte uns, Sie als Kommunalvertreter in Dornberg haben nur beratende Funktionen, also Sie können Ja oder Nein sagen. Im Endeffekt wird der Rat der Stadt Bielefeld darüber entscheiden und gegebenenfalls wird der Regierungspräsident in Detmold entscheiden, ob Grundschulen geschlossen werden sollten oder nicht. Und wir sollten dann Bürgerinnen und Bürgern das erklären, dass das so ist. Die Menschen konnten das einfach erstmal nicht kapieren. Ich selber auch nicht, um ehrlich zu sein. So, als ich, ich war parteilos und ich habe versucht, von vornherein gegen Grundschulschließungen zu kämpfen, aber ich habe gesehen, alleine gegen so viele, das reicht nicht und ich musste etwas machen. Somit, ich bin, ich habe eine Aktion angekündigt, zu Fuß von Bielefeld nach Düsseldorf, um mit Parteien bzw. Fraktionen im Landtag darüber zu sprechen. Also im Oktober 2010 bin ich zu Fuß in Bielefeld, 20. Oktober gestartet. Sieben Tage habe ich gebraucht, in Düsseldorf zu sein. Es ist mir tatsächlich gelungen, mit allen Fraktionen darüber zu reden. Und später haben wir auch mit betroffenen Familien, mit Schulministerin Löhrmann, Gespräche geführt. Danach gab es eine ausführliche Moderation in Bielefeld. Und im Endeffekt, es ist tatsächlich mir und vielen betroffenen Menschen gelungen, Grundschulschließungen zu verhindern. Und das haben wir geschafft. Und daher, ich sehe es nicht ein, dass Menschen vor Ort nicht das Sachen haben, sondern nur die obere. Das geht nicht. Wo wir gerade sagen, wir sind eine Partei für Demokratie, Transparenz und Partizipation. Daher sollten wir uns ernsthaft über Gemeindeorten Gedanken machen. Zum Schluss möchte ich noch ganz kurz etwas sagen zu diesen Verbrechen der Neonazi. Ich möchte diese Taten der Neonazi gegenüber Migranten verurteilen, da ich auch selber ein Migrant bin. Das betrifft mich auch zutiefst. Ich hätte mir auch heute sehr gewünscht, dass unsere Landespartei auch offiziell dies verurteilen würde. Dankeschön. Okay, mir liegen zwei GO-Anträge vor. Einen schriftlichen GO-Antrag und dann noch, hattest du dich gemeldet mit einem weiteren GO-Antrag. Es gibt einmal einen GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Ich lese vor, wir beantragen das Positionspapier Scientology unter dem Tagesordnungspunkt Sonstiges aufzunehmen. Gleichzeitig beantragen wir diesen Punkt als ersten Punkt des Tagesordnungspunkt Sonstiges zu behandeln. Ich lese das jetzt nicht vor, da kämen wir dann in der Aussprache dazu. Wir stimmen diesen GO-Antrag ab, beziehungsweise gibt es dazu Gegenrede? Es gibt keine Gegenrede, oder? Es gibt doch, es gibt Gegenrede, formell. Dann stimmen wir ab. Wer ist dafür, dass wir diesen GO-Antrag so annehmen? Wer ist dagegen? Okay, damit ist dieser GO-Antrag angenommen und wir verändern die Tagesordnung dementsprechend. Dann haben wir da hinten einen weiteren GO-Antrag. Ja, ist jetzt kein GO-Antrag, den ich da höre. Also insofern können wir im Programm, bitte. Nee, es gibt keinen GO-Antrag zur Tagesordnung zurückzukehren. Ist übrigens aberwitzig, ich sag mal, sich auf die GO zu beziehen, dass da irgendwas nicht im Interesse läuft und dann falsche GO-Anträge zu stellen. Okay, damit machen wir weiter in der Tagesordnung und ich darf damit dieses Positionspapier zur Aussprache bitten. Ich weiß nicht, wer von euch möchte dazu was sagen und das vortragen? Wer sich dazu nachher äußern möchte, kann natürlich schon während des Redebeitrags vielleicht in Richtung Mikrofon gehen, damit wir da keine Pause haben. Also, es geht jetzt kurz nur darum, wir möchten gerne ein Positionspapier verabschieden, dass wir ganz klar machen, dass Leute, die der Scientology-Organisation angehören, nichts bei den Piraten verloren haben. Es gibt einen ähnlichen Antrag für den Bundesparteitag. Wir möchten bloß verhindern, dass wenn dieser Antrag bei dem Bundesparteitag nicht behandelt wird, dass das untergeht. Und deswegen möchten wir dieses Positionspapier verabschieden. Ja, gibt's... Ui, wieso bin ich denn so laut? Hi, alle wach? Okay, gibt's Fragen dazu? Möchte jemand was dazu sagen? Wer dazu was... oder bitte? Das ist der komplette Antrag, der da auf dem Bildschirm steht. Bitteschön. Das Mikrofon müsste eingeschaltet werden. Darf ich einmal kurz deine Stimmkarte... Ach, da, alles klar, schon gut. Also, wir Neusser-Piraten, wir haben uns auch über dieses Thema zusammengesetzt und haben dazu eine Neusser-Selbsterklärung verfasst und diskutiert. Die habe ich leider erst heute Morgen rausschicken können an die Liste in NRW. Wir denken, dass wir also dieses Thema auf jeden Fall angehen sollten, glauben aber nicht, dass es zielführend wäre, schon bei einem möglichen Parteieintritt darauf zu achten, ob jemand Scientologe ist oder irgendwie außerhalb unseres Rechtsrahmens steht. Sondern erst dann, wenn er ein Parteiamt oder Fraktionsamt anstrebt, dann sollte ein Mitglied der Piratenpartei angeben, ob er in solchen Bereichen tätig war, wie lange er tätig war und ob er sich davon entfernt hat oder nicht. Damit dann eben die entsprechenden Wahlberechtigten sich ein umfassendes Bild der Kandidaten machen können. Ich möchte jetzt einfach nur darum bitten, dass man sich vielleicht die Neusser-Selbsterklärung einfach nochmal anschaut. Die steht auch im Piratenpett nochmal zur Diskussion und man kann also da eigene Vorschläge und Ergänzungen nochmal vornehmen. Ja, dazu möchte ich kurz Stellung nehmen. Also es geht nicht darum, dass wir dort Kontrollen durchführen oder ähnliches, sondern es geht ausschließlich darum, dass wir erklären, dass wir damit nicht einverstanden sind und dass wir das grundsätzlich ablehnen. Dankeschön. Ich habe jetzt das Problem damit, dass es relativ kurzfristig auf die Tagesordnung gekommen ist und ich mich ehrlich gesagt gerne damit beschäftigen würde, bevor ich über sowas abstimme. Könnt ihr dir vielleicht wenigstens kurz erklären, was es mit diesem Urteil des Bundesarbeitsgerichts auf sich hat und was generell die Regeln nach L. Hubert oder wie auch immer man das ausspricht genau besagen? Weil ich kann zumindest, ein bisschen was über Scientology habe ich natürlich schon öfter mal gehört, aber kann jetzt mit diesen konkreten Dingen hier in dem Antrag, muss ich sagen, einfach nicht viel anfangen. Danke. Danke. Ich würde diese Leute nach meiner Erfahrung gar nicht erst reinlassen, nicht erst, wenn sie ein Amt anstreben. Das mit dem Nicht-Reinlassen ist halt insofern schwierig, gerade für den letzten Satz. Wie will man feststellen, ob jemand nur danach lebt, ohne dass er offizielles Mitglied ist? Fragen. Fragen, genau. Wie wollt ihr sicherstellen, also den letzten Satz durchführen praktisch? Einfach Fragen. Wenn er lügt, kann ich es nicht ändern, ne? Ich glaube, die Anmerkung eben bezog sich darauf, dass wirklich mal konkret gesagt werden sollte, was diese Lebensregeln sind. Also was konkret sind diese Lebensregeln jetzt, die nicht vereinbar sind? Bei Scientology ist eine Sekte und die haben einen Alleinvertretungsanspruch, das heißt, ihre Sichtweise des Lebens ist das Allein glücklich machende und nichts anderes. Ich bin kein Scientology-Experts, um das jetzt ganz intensiv erklären zu können und das möchte ich eigentlich auch gar nicht. Nichtsdestotrotz, ja. Wolltest du noch was dazu? Ich bin ein bisschen in Ruhe, ja. Wolltest du nur noch? Ja. Ja, bitte. Von, oder in dem Arbeitsgerichtsurteil wurde festgestellt, dass Scientology eben gerade keine Kirche oder Religionsgemeinschaft ist, sondern dass es sich dort um einen Wirtschaftsverein handelt. Und ein Wirtschaftsverein passt im Allgemeinen einfach nicht zu unseren Grundsätzen und deswegen lehnen wir das ab. Dankeschön. Ja. Ja, da kann ich gleich dann anschließen. Wer sich ein kleines bisschen mit Scientology beschäftigt, der wird schnell feststellen, dass es sich dabei um eine klar verfassungsfeindliche Organisation handelt, die mit undemokratischer können die Ziele nicht sein. Ihr ausgewiesenes Ziel, laut Aaron Hubbard, ist, die bestehenden gesellschaftlichen Ordnungen gegen ihre eigene auszutauschen. Das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun und solche Menschen möchte ich nicht in meiner Partei haben, auch nicht, ob mit Amt oder nicht. Ja, das ist schöne oder charmante, finde ich, es ist kurz und knackig. Wenn wir darüber jetzt abstimmen, das wollte ich nur mal, sagen wir das, wir sind das höchste Gremium hier in NRW, was es gibt. Und wir sagen, dass wir da die Scientologen nicht wollen und damit, dass wir das einmal gesagt haben, wir müssen da ja keine Gesinnungsprüfung tatsächlich machen. Aber wir sagen, dass das nicht vereinbar ist und wenn sich das dann hinterher herausstellt, muss das nicht erst kompliziert auf Schiedsgerichtswegen geklärt werden, ob das denn so ist oder nicht, sondern das können wir quasi legislativ heute sozusagen entscheiden. So verstehe ich den Antrag. Okay, es gibt mehrere GO-Anträge. Zuerst habe ich den Ansgar. Antrag auf Schließung der Rednerliste. Gibt es da zur Gegenrede? Eine formelle wahrscheinlich, ja? Bitte? Eine begründete Gegenrede. Dann bitte ans Mikro. Wunderbar. Ich halte in diesem Fall nichts davon, die Rednerliste jetzt schon zu schließen, gerade weil dieses ein großer Streitpunkt ist. Auch wenn jetzt anhand der Redebeiträge scheinbare Einigkeit herrscht, sollten wir auch noch die restlichen Redebeiträge hören. Da ist es in diesem Fall einen sehr kritischen Punkt beschließen. Wir schließen Menschen davon aus, unserer Partei mitzuarbeiten und das, finde ich, sollte ausgiebig diskutiert werden. Okay, wir stimmen, wir stimmen den, wir können das Mikro ein kleines bisschen wieder runterringen, weil ich habe hier eine Rückkopplung. Wir stimmen den GO-Antrag erstmal so weit ab. Also, GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Wer ist dafür? Ich auch. Wer ist dagegen? Damit ist die Rednerliste geschlossen. Ich habe noch einen GO-Antrag von der Chrissy. Wahrscheinlich der gleiche. Dann hatte ich noch einen GO-Antrag da hinten in der Ecke irgendwo. Ist der gleiche gewesen. Dann habe ich hier noch einen GO-Antrag von dir. Meinungsbild. Meinungsbild einholen, ob wir grundsätzlich dem Positionspapier zustimmen. Also, ein Meinungsbild, ob wir dem Positionspapier so zustimmen. Dann darf ich um die Kärtchen bitten, wer dem Positionspapier so zustimmen würde. Dann die Gegenprobe dazu. Okay, ist also eine überwältigende Mehrheit für das Positionspapier. Der Mike, der GO-Antrag war der gleiche von dir, ja? Eine Frage von mir an die Redner, die jetzt noch auf der Rednerliste stehen. Die Rednerliste ist ja geschlossen. Wir haben jetzt einige Statements ja schon dazu gehört. Der Alex hatte eingangs gesagt, dass wir redundante Wortbeiträge dann ja auch abbrechen werden. Ich würde euch bitten, wenn das weitere inhaltlich identische Beiträge sind, sich vielleicht schon direkt wieder von der Rednerliste zu streichen. Ansonsten fahren wir mit dir fort. Ja, ich bin seit 20 Jahren ein eingefleischter Gegner dieser Sekte. Aber der einzige Weg dagegen kann nur sein, Information, Bildung anscheinend, wie ich eben mit Erschrecken festgestellt habe, gibt es über Scientology anscheinend noch eine Menge Aufklärungsbedarf. Und das kann der Weg sein. Wenn wir jetzt aber hier irgendwie beschließen, dass wir eine bestimmte Lebensauffassung verbieten, dann ist die Frage, wozu das führt. Das führt eben möglicherweise zu Hexenjagden, zu Gesillungsprüfungen und so weiter. Und es ist die Frage, ob wir uns da festlegen. Wenn wir es bei denen machen, vielleicht gibt es irgendwelche anderen Glaubensrichtungen und fast alle Glaubensrichtungen sind irgendwo totalitär. Ich finde das den falschen Weg, auch wenn das Ziel, gegen Scientology vorzugehen, das Richtige ist. Dankeschön. Ich möchte dazu kurz Stellung nehmen. Es geht uns nicht darum, dass Scientologen ihr Leben nicht führen sollen, wie sie das möchten, sondern es geht darum, dass wir damit nichts zu tun haben möchten. Richtig. Ja, ich möchte einen Beitrag zu einer Unterscheidung leisten. Ich möchte, dass wir uns dazu bekennen, dass wir Religionen würdigen, aber Doktrinen nicht. Die Scientologie ist eine Doktrin, keine Religion. Das ist eine Doktrin, die die Weltherrschaft für das ökonomische Gedankengut anstrebt. Der Mensch wird seine emotionale Symbolismen beraubt. Es geht nur darum, dass der Mensch rational wird und die Emotionalität als irrational ausgegrenzt wird, damit die Wirtschaft Erfolg schafft. Der Mensch ist nicht mehr ein Wesen, sondern ein Produkt von einer Doktrin. Denn dieses Unmenschlichkeitsprodukt, was diese Doktrinen anstrebt, hat Hitler schon versucht mit seiner Arie. Das ist nur eine Vor-Hitler-Ideologie, wenn man die Gesellschaftstheorien studiert hat, ist der Vordenker von Ron Roberts. Deswegen wollen wir nicht in diesem Maßstab, diese Vorarbeit von Hitler-Ideologie ansteigen und auch nicht unterstützen. Wir wollen keine Doktrin befördern und auch nicht bei uns entwickeln. Scientology ist in Griechenland zum Staatsfeind erklärt worden. Scientology steht in zahlreichen demokratischen Staaten unter Beobachtung der staatlichen Behörden, weil erhebliche Verdachtsmomente gegen ihre Verfassungsfeindlichkeit, ihren Totalitarismus und ihre antidemokratischen Tendenzen bestehen. Scientology wird aktiv bekämpft weltweit von Anonymous-Aktivisten. Die Mitgliedszahlen von Scientology gehen überall dort zurück, wo sie von Anonymous bekämpft werden. Anonymous ist in diesem Zusammenhang entstanden. Viele Piraten sind Anons. Wir schulden Anonymous diese Solidarität. Lehnt Scientology ab. Danke für diesen Beitrag und dass du Anonymous nochmal speziell erwähnt hast. Denn nur weil man von irgendwelchen Staatsschutzorganisationen beobachtet wird, das wäre für mich noch kein Argument gewesen. Das geht auch ganz anderen so. Danke. Angesichts des Meinungsbildes auch ganz kurz. Man sollte bedenken, dass bei vielen Verträgen mit großen Unternehmen, mit Beratungsfirmen im Kleingedruckten drinsteht, dass die Beratungsfirmen gewährleisten müssen, dass sie keine Mitarbeiter oder freie Mitarbeiter haben, die mit Scientology in Verbindung stehen. Zweitens, bald kommt noch ein Defacement von Anonymous, das dann unsere Recherchierin einfacher machen wird. Also, den ersten Satz, den kann ich vollbehaltslos unterschreiben. Und persönlich habe auch leider eine differenzierte Meinung zu den Sätzen danach. Weil ich glaube, das Problem oder Diskussion darum, Scientology, NPD etc. haben wir damit nicht erledigt. Wir werden das wahrscheinlich gleich abstimmen mit Mehrheit. Aber um eine Anregung für die nächste Diskussion zu beten, möchte ich halt mal was vorlesen, was ich normalerweise nicht tue, weil ich auf Abgeordnetenwatch auch zu einer Frage gefragt worden bin. Und ich habe mir gestern Abend sehr viele Gedanken dazu gemacht. Und diesen Text möchte ich euch jetzt mal vorlesen. Also die Frage war, sind Sie der Meinung, dass Ihre Partei hingegen konsequent vorgehen muss? Also Mitgliedschaft von Sektariern, wie Scientology, und Extrem, wie NPD. Sind Sie der Meinung, dass Ihre Partei hingegen konsequent vorgehen muss? Bei der Aufnahmeprüfung und im Ausschussverfahren? Sehr geehrter Herr, ich darf den Namen nennen, der ist öffentlich, Dr. Neugebauer. Ich möchte auf Ihre Frage differenziert anhand folgender Fragestellungen antworten. Gegen was konkret zu welchem Zeitpunkt mit welchen Mitteln vorgegangen werden? Mit den dann vorliegenden Antworten auf das Was, Wann und Wie in der Hand, muss dann konsequent denen alles vorgegangen werden, das den Grundsätzen der Piratenpartei widerspricht. Vorab möchte ich Sie informieren, die Piraten Düsseldorf, die haben ja auch schon linken gesteckt, wo ein paar Informationen drauf sind, da sollte man draufschauen. Und ich wurde auch in der WN dazu interviewt. Leider ist es ja etwas vertürzt und unvollständig wiedergeben, deshalb mein weiterer Text. Den Grundsatz der Piratenpartei bezeichne ich mit meinen eigenen Worten als Erhaltung, Förderung und Weiterentwicklung der freiheitlichen, demokratischen Grundordnung. Ausführungen sind in der Bundessatzung und dem Parteibegramm zu finden. Bereits von Scientology selbst an dem Erzielen erdippt sich, dass Scientology eine Gesellschaft anstrebt, in der nur Scientologen Träger von bürgerlichen Rechten sind. Dass sie Bestrebungen verfolgen, die darauf gerichtet sind, die im Grundsatz kontrisierten Menschenrechte zu beseitigen oder außer Geltungsversetzen. So weit, so gut. Das ist, glaube ich, all unserer Meinung. Nach meiner Auffassung widerspricht eine gleichzeitige Mitschlechtschaft bei der Piratenpartei und bei Scientology eindeutig der Satzung der Piratenpartei. In unserem Satz müssten die also damit aus unserer Partei ausgeschlossen werden oder nicht aufgenommen werden. Aber die nötige Differenzierung bei dem Wann, also bei der Beantragung oder der Ausübung der Mitgliedschaft in der Piratenpartei, haben Sie in Ihrer Frage auch angesprochen. Mit meiner bisherigen Argumentation habe ich bisher ausgeschlossen, dass Scientologen-Mitglieder in der Piratenpartei eintreten dürfen. Zu dieser Position stehe ich weiterhin. Allerdings habe ich durch die Diskussion in den letzten zwei Tagen, insbesondere über das wie und welchen Verfahren der Problematik indegengewirkt werden kann, gemerkt, dass das was im Detail betrachtet werden muss. Eine vorliegende Mitgliedschaft sagt noch nicht genügend über die eigentliche Problematik aus und zeigt vor allen Dingen im Fall eines Parteiausschussverfahrens nicht alle Aspekte auf. Um es vorwegzunehmen, hierfür habe ich auch noch keine endgültige und vollständige Lösung gefunden. Deshalb habe ich auch Probleme mit dem zweiten Teil dieses Absatzes. Ich unterscheide, ob sich die Person zu etwas bekämmt, etwas verbreitet oder danach handelt. Ich vermute, in den Fällen der beiden letztgenannten Punkte ist es unstrittig, dass eine Aufnahme verweigert bzw. ein Parteiausschussverfahren eingeleitet wird. Grundsätzlich steht parteitern auch noch ungelöste, aktuell diskutierte und nicht abgestimmte spannende Frage im Raum, wie Entscheidungsträger der Piratenpartei überhaupt von der Sache Wind bekommen. Wenn jemand sich outet oder versucht zu missionieren, dann weiß sofort jeder, wo der Pfeffer wächst. Eine Mitgliedschaft mittels einer Unterschrift kann aber im Verborgen bleiben. Jetzt stellt sich die Frage, sind die Werkzeug, um an diese Informationen zu bekommen, mit den Grundsätzen der Piratenpartei vereinbar? Um Missverständnisse auszuräumen bzw. vorzuweigen? Für mich persönlich sind die Betriffe Religionsfreiheit oder Meinungsfreiheit hier jetzt in der Analyse und Argumentation nicht angebracht. Was jemand aber als Privatperson denkt und für sich selber ausübt, das muss weiterhin Privatsache bleiben. Was kann ein Entscheider über eine Mitgliedschaft zum Beispiel machen? Erstens, eine Recherche nach öffentlichen, zudemlich persönlichen Daten. Zweitens, eine persönliche Kontaktaufnahme durch den Vorstand. Drittens, eine Recherche mit uneingestreckten, trennten, detektivischen Methoden. Viertens, eine Befragung des Antragstellers nach frühen Mitgliedschaften. Fünftens, eine Befragung des Antragstellers nach aktuellen Mitgliedschaften. Sechstens, eine Befragung nach der Zustimmung zu konträten Leitsätzen. Abgeleitet oder zitiert aus den Grundsätzen der Piratenpartei. Siebtens, eine Befragung nach der Zustimmung zu konträten Leitsätzen, wie es zum Beispiel Scientology oder NPD. Achtens, von allen neuen Mitgliedern Vertrauen schenken und erstmal einen konträten Verdacht, Vorfall, ein Parteiausschussverfahren oder Ähnliches einleiten. Zur Anwendung von Punkt 1 und Punkt 2, sprich persönlicher Kontakt und öffentliche Recherche. Dazu wurden gerade aktuell die Vorstände von den Teilgerübungen aufgerufen, um uns zu machen. Sie machen es auch. Sie geben erst den Mitglied frei, wenn sie das beprüft haben. Da sehe ich meiner Meinung nach, das ist ein sinnvolles Vorgehen und da sehe ich auch kein Problem drin. Punkt 3, diese detektiven Maßnahmen sehe ich mit unseren Grundsätzen der Piratenpartei nicht vereinbar. Punkt 4 und 5 wird zurzeit diskutiert. Also, ob wir bei der Mitgliedsaufnahme überprüfen sollen, welche Mitgliedschaften geherrscht haben oder aktuell herrschen. Ich sehe uns da auch noch in Diskussionen und glaube, das sollten wir jetzt eigentlich auch nicht vorwegnehmen. Auch wenn es vielleicht da tun werden. Das werden wir halt offenbar, da stehen glaube ich auch Anträge zur Diskussion und werden wir da uns entscheiden und diskutieren, was wir da machen wollen. Pascal. Ja, Moment. Nein, Punkt 6 und 7 halte ich für möglich, allerdings für unnötig. Und da ist nach meiner Interpretation schon mit der Unterschrift und dem Mitgliedsantrag geschieht. Also sprich, die Befragung nach Grundsätzen der Piratenpartei oder der Scientology. Und Punkt 7, dass man dem Mitglied erst mal Vertrauen schenkt und dann erst bei einem fronteten Vorfall oder dem Vertrag so etwas wie ein Parteiausschussverfahren oder Ähnliches einleitet. Das können wir bisher auch machen und bleibt auch im Zutun weiterhin bestehen. Wie Sie sehen können... Pascal, ich sag mal, reicht. Mir geht es darum, dass wir den Punkt... Also persönlich würde ich da lieber einen Schnitt beim ersten Satz machen, aber mir geht es darum, darauf hinzudeuten, dass wir damit die Diskussion noch nicht abgeschlossen haben und dass wir die Diskussion viel differenzierter betrachten müssen als mit den restlichen Sätzen, die wir da hingeschrieben haben. Okay. Keine Frage. Für mich persönlich sind Grundsätze der Scientology mit unserer Grundsätze nicht vereinbar. Aber das Was und Wie und Wann müssen wir noch weiter diskutieren. Ja, bevor wir zum Stefan kommen, Carsten, ist das noch aktuell, dass du die Shuttlebus-Fahrer suchst? Nein, hat sich erledigt. Dann ist der Stefan... Ne, warte, du wolltest direkt was dazu sagen oder im Anschluss? Direkt? Noch ein Beitrag dazu. E.O. Begrenzung der Redezeit auf 30 Sekunden. Gibt es dazu... Ja, dazu gibt es Gegenrede, formell oder begründet. Da möchte wer auch immer begründet. Also ich sehe es nicht ein, dass jetzt ich als der Nachfolger für den Filibassa meines Vorredners abgestraft werde. Daher bin ich dagegen. Man kann eine generelle Lösung finden, um sowas zu verhindern. Aber jetzt bitte nicht die Nachfolgenden dafür abstrafen. Also ich komme gleich zu meinem eigenen Beitrag. Der wird dann nicht so lange. Das ist versprochen. Okay. Wir stimmen den G.O.-Antrag natürlich ab. G.O.-Antrag auf Begrenzung der Redezeit auf 30 Sekunden. Wer ist dafür? Das ist überschaubar. Wer ist dagegen? Jawohl. Ich habe noch vom Albert hinten G.O.-Antrag. Oder hat sich damit erledigt? Ja, dann bitte. Sorry Rolf, ich habe dich vergessen. Ja? Stefan. Nein, Quatsch. Du wolltest fragen. Mensch. Was ist los hier? Ja, ich wollte nur zum einen darauf hinweisen, ja, wir wurden zum Anfang gelobt dafür, dass das Ganze so knackig und kurz war. Das würde ich mir von den Redebeiträgen auch wünschen. Das ist das eine. Zum einen, es geht um ein Positionspapier. Das heißt, hier geht es nicht darum, das Ganze in die Satzung einzutragen oder ähnliches. Das heißt, das Ganze kann durchaus noch ausgearbeitet werden und sollte unter Umständen auch noch ausgearbeitet werden. Das nehmen wir da ja nicht vorweg. Das ist das andere. Und zum Dritten möchte ich sagen, natürlich geht es darum, dass wenn ein Scientologe, ja, sagen wir mal, friedlich vor sich hin lebt, dass wir damit im Prinzip nicht die Probleme hätten. Nur die Sache ist natürlich die, dass es die nicht gibt, weil eben diese Lehren von L. Ron Hubbard eben genau darauf aussehen, sich zu verbreiten und wer danach lebt, der verbreitet diese Lehre. Dankeschön. So, ich möchte darauf hinweisen. Eine der wichtigsten Techniken von L. Ron Hubbard ist das sogenannte Auditing. Das ist eine Art Lügendetektortest, der sich aber auch über Stunden hinziehen kann. Und dabei macht der Tester, der macht dann über seinen Opfer auch Notizen. Und diese Notizen, die er macht, wo manchmal ziemlich persönliche Dinge offenbart werden, die können möglicherweise Monate oder Jahre später gegen den Betroffenen verwendet werden. Das ist gängige Praxis bei Scientology. Und das ist eine Art von Überwachung, die wir als Piraten eigentlich immer und überall sonst ablegen. Applaus Ich bin Alexander aus Bielefeld, Student. Ich hasse mich ganz kurz, ich plädiere sehr stark dafür, dass man das Positionspapier Scientology, um jegliche Organisationen, die gegen die deutsche Verfassung verstoßen oder einzustufen sind, zu ergänzen, damit man zum Beispiel Problematiken wie die NPD-Sache gar nicht erst auflebt. Ganz kurz nur dazu, wir befinden uns hier im Themenbereich Sonstiges und Anträge zum Bereich Sonstiges können jederzeit gestellt werden, auch von dir, auch jetzt. Werde ich machen, danke. Okay, dann kommen wir zur Abstimmung dieses Antrags, so wie er da vorne steht. Wer ist dafür, dass dieses Positionspapier angenommen wird? Wer ist dagegen? Ja, es ist eine ganz deutliche Mehrheit dafür. Damit ist dieses Positionspapier angenommen. Danke für eure Arbeit. Das war der. Wir sind jetzt bei den Sonstigen-Anträgen. Wir fangen jetzt im Prinzip mit Antrag 1 von den Sonstigen-Anträgen an. Ah, okay. Okay. Wir sind nicht unter Sonstige, sondern Sonstige-Anträge. Sonstige-Anträge. Okay, damit machen wir weiter mit den Sonstigen-Anträgen. Ich darf dann auch wieder um Ruhe bitten. Der erste Antrag, der kommt vom FITZ und den darf ich auf die Bühne bitten. Der ist bestimmt nicht hier, das war ihm zu weit nach Soest. Der ist unterwegs. Nee, das will ich nicht. Was? Nee, das ist der... Also ich habe den Antrag Professionalisierung des Vorstandes als ersten Antrag aus dem Wiki. Nee, die sind im Wiki nicht nummeriert. Das soll mir aber im Prinzip... Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, dann müssten wir eine Information haben, inwieweit morgen der Shuttlebus benutzt oder benötigt wird. Da bitte ich einfach mal vielleicht um Handzeichen, wer morgen den Service des Shuttlebusses vom Parkplatz hierhin in Anspruch nehmen möchte. Haben wir so, hast du zur Kenntnis genommen, Fitz? Alles klar, ja. Okay, damit gibt es einen weiteren GO-Antrag und zwar einen GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Ja, der Nico hat vorhin schon angekündigt, dass wir uns zu seinen Ausführungen letzten Endes positionieren und das darfst du selber vorstellen. Nein, Quatsch. Wir sollten natürlich auch den GO-Antrag abstimmen, oder? Alles klar. Also gibt es dazu Gegenrede zu diesem GO-Antrag? Nein, gibt es nicht. Dann war ich doch auf... Bitte? Die gilt nach wie vor. Es gibt jetzt einen schriftlichen GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Änderung der Tagesordnung ist eben, dass... Den Vortrag, den der Nico vorhin gehalten hat, er hat ja angekündigt, dazu eine Abstimmung durchführen zu wollen und das möchte er jetzt letzten Endes tun. Das ist der Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Dazu gibt es eine formelle Gegenrede, ja? Nein? Du möchtest formell dagegen reden, also wer ist dafür, dass wir diesen Tagesordnungspunkt dann jetzt sofort behandeln? Wer dafür ist, hebt bitte sein Kärtchen. Wer dagegen ist, hebt es bitte jetzt. Damit ist dieser GO-Antrag angenommen und der Nico hat das Wort. Ja, Dankeschön. Ich möchte es kurz machen. Ich habe es nochmal formuliert, was ich euch gerade vorgestellt habe, im Wortlaut. Der Landesverband NRW der Piratenpartei... Ne. Müsst ihr jetzt gerade nur mal zuhören, ich habe es nicht schriftlich für den BIMA. Der Landesverband NRW der Piratenpartei spricht sich dafür aus, eine Serverinfrastruktur für ein Online-Sammelsystem zu errichten, um EU-Bürgerinitiativen gemäß Artikel 11 Absatz 4 EU-Vertrag durchzuführen. Dies dient dem Ziel, den demokratischen Prozess innerhalb Europas zu stärken und die Zusammenarbeit der europäischen Piratenparteien zu fördern. Der Bundesvorstand und die anderen Landesverbände der Piratenpartei werden gebeten, dieses Projekt der AG Europa wohlwollend zur Kenntnis zu nehmen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu unterstützen. Vielen Dank. Okay, wer dazu reden möchte, kann das bitte jetzt tun. Gleiche Verfahrensweise wie schon den ganzen Tag. Maik, du bewegst dich zum Mikrofon, ja? Sehr schön. Ich freue mich immer auf deine Ausführungen. Hey, das war ernst. Ist diese Unterstützung vorwiegend finanzieller Natur, ist meine Frage. Um ehrlich zu sein, ist es sowohl finanzieller, aber auch personeller Natur. Also es geht in der Tat darum, überhaupt erstmal innerhalb der Piratenpartei eine Aufmerksamkeit dafür zu wecken. Und ich freue mich darüber, wenn sich vor allem IT-Spezialisten, wo es ja den einen oder anderen innerhalb unserer Partei geben soll, dazu aufgerufen fühlen, diese Server-Infrastruktur durch Manpower zu unterstützen. Und natürlich werden wir nicht darum herumkommen, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, um solche Infrastruktur zu kaufen oder auch zu mieten. Das ist mir relativ gleich. Da muss man gucken, was am praktikabelsten ist. Da bin ich absolut offen. In welchem Umfang wäre diese finanzielle und personelle Unterstützung zu leisten, in etwa, geschätzt? Also laut Angaben aus dem Kreis der AG IT NRW wurde mir versichert, dass das mit einem vierstelligen Betrag zu erledigen sei und auch von den Arbeitseinsatzstunden für die Initiierung dieses Projektes das mit einer Handvoll Leuten zu bewerkstelligen ist. Aber ich verrate da kein Geheimnis. Je mehr Leute wir haben und auf so mehr, je mehr Schultern sich das Ganze verteilt, desto erträglicher wird es für alle. Vielen Dank, viel Erfolg. Danke. Ja, also ich habe, ich weiß nicht wie viele Jahre schon mit der EU zusammengearbeitet. Ich war EU-Kulturmanager. Ich könnte meine Kompetenz zur Verfügung stellen und ich hätte aber gern eine Aufgabe in deinem Projekt, in dieser Bürgerinitiative, dass sie eine Aufgabe bekommen. Dann könnte man bei dem Europäischen Sozialfonds Fördergelder beantragen, wenn sie eine Aufgabe haben. Übergreifend. Also, es geht jetzt hier erstmal ganz grundsätzlich um überhaupt... Wow! Alle wach? Also es geht... Hallo? Ja. Es geht erstmal darum, überhaupt die Infrastruktur für solche Vorhaben zu schaffen. Wenn du da ein gewisses Anliegen hast und meinst, das dann darüber verwirklichen zu können, können wir sicherlich darüber reden, sobald diese Struktur geschaffen ist. Im Moment halte ich es für etwas verfrüht, aber du kannst dich da auch gerne an die AG Europa wenden. Wir treffen uns am 23.11. das nächste Mal im Mambel NRW. Okay. Gut, dann geht gut. Ja. Ja, es gibt GO-Anträge. Du hattest zuerst einen GO-Antrag. Der ist zurückgezogen. Dann haben wir vom Rolf einen GO-Antrag. GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Gibt es dazu Gegenrede? Formell gibt es die Gegenrede. Dann stimmen wir ab. Wer ist dafür, dass die Rednerliste geschlossen wird? Okay, wer ist dagegen? Damit ist die Rednerliste geschlossen. Wer jetzt noch draufsteht, darf noch reden. Ja, also ich möchte drei Punkte, die sehr wesentlich sind für ein Konzept. Also, ja, mehr Demokratie, Schwerpunkt, Teilhabe, Gerechtigkeit und grenzübergreifend Bürgerinitiative. Das sind die drei Sperrpunkte, die die EU locker machen wird für die Mitfinanzierung. Und, ja, alles andere Sperrpunkte, die wir besprechen, innerhalb der Arbeitsgruppe, das wird zu lang. Würde ich vorschlagen, dass wir das so machen, danke. Ja, hallo, du hast gesagt, du bist von der AG Europa. Meine Frage ist, ist das eine Position der AG oder ist das von dir alleine? Weil ich das, glaube ich, mich so verstanden habe, dass das nämlich ein Punkt ist, den du vorträgst. Deswegen würde ich gerne wissen, ob das mit der AG Europa abgesprochen ist, weil das meiner Meinung nach nicht der Fall ist. Der Punkt wurde in der letzten Sitzung der AG Europa am 3. November besprochen und der Beschluss ist einstimmig dafür ausgefallen. Gut, danke. Wir haben hier mit landespolitischen Themen zu tun, wir haben auch übergreifend mit bundespolitischen Themen zu tun. Und wenn ich den Niko und die AG Europa richtig verstanden habe, dann geht es darum, überhaupt erst mal eine IT-Infrastruktur zu schaffen, die es uns ermöglicht, auf europäischer Ebene aktiv zu werden. So habe ich das verstanden. Und wir dürfen Europa an dem Punkt nicht vergessen, denn die aktuelle Situation ist die, dass unser Europa, die EU, ein Projekt der Staatsregierung ist und kein Projekt der Bürger. Und es ist doch klar, wohin das gehen soll. Und ich fordere die Versammlung auf, den Antrag vom Niko zu unterstützen. Dankeschön. Okay, dann stimmen wir diesen Antrag ab. Wer ist dafür, dass dieser Antrag so angenommen wird? Die Gegenprobe, wer ist dagegen? Der ist also auch mit überwältigender Mehrheit angenommen. Danke, Nico. Danke, Nico. So. Dann sind wir weiter bei den sonstigen Anträgen. Wir haben das Positionspapier Datenschutz dann als nächstes zu behandeln. Da bist du dran, Jörg. Ja, erstmal hallo zusammen. Ich lese euch den Antrag nicht vor. Ihr habt ihn ja alle selber gelesen. Es dreht sich im Wesentlichen darum, dass wir aus dem AK Datenschutz euch ein Angebot machen möchten, bei der Ausarbeitung eines Datenschutzprogramms mitzuarbeiten. Und wir haben ein Problem, wenn wir über Datenschutz sprechen, dann bedeutet das immer, dass Datenschutz ist alles. Ja, also zum Beispiel, wenn wir über Datensicherheit sprechen, dann ist das Datenschutz. Oder wenn wir über Google Street View sprechen, ist das Datenschutz. Und wenn wir über einen Staatstrojaner sprechen, ist das auch Datenschutz. Und das ist alles sehr, sehr ärgerlich und sehr, sehr problematisch. Und wir würden gerne in unserem Datenschutz im Grundsatz mal festlegen, was denn Datenschutz ist. Und unsere Idee, die wir aus dem Arbeitskreis haben, ist, dass wir Datenschutz definieren über die Beziehung, die wir haben. Und die Beziehung zwischen mir als Bürger gegenüber dem Staat ist irgendwie besonders. Denn einer von uns beiden hat einen Gewaltmonopol. Das ist der Staat. Und ich habe gesagt, Google tritt mir keine Tür ein. Das BKA kann es, wenn es möchte. Oder wenn es grundlegende Bedingungen dafür erfüllt sind. Und genau in diesem Punkt möchten wir gerne ansetzen und möchten das Datenschutzprogramm, das wir in NRW entwickeln, genau darauf ausbauen. Und wir möchten euch auch die Möglichkeit geben, da möglichst früh und möglichst viel mitzuarbeiten. Denn allzu viele Leute sind wir leider nicht in dem AK. Daher würde ich mich bedanken, wenn ihr den Antrag nicht nur annehmt, sondern wenn ihr auch uns ein bisschen unterstützen möchtet. Wir treffen uns das nächste Mal am 11.12. direkt nach dem Bundesparteitag. Und wir treffen uns immer im NRW-Mambel und darüber hinaus auch im UPH in Essen. Also, hau rein. Gibt es Fragen? Ja, gibt es Meinungsäußerungen zum Antrag oder zur Mitarbeit? Gibt es Freiwillige? Super, alle. Fantastisch. Eine Frage, das bedeutet das, was wir eigentlich zur Landtagswahl 2010 schon mal hatten, soll jetzt getrennt werden die zwei großen Bereiche, Datenschutz, Verbraucherschutz mit zwei AKs, richtig? So ist dein Antrag. Weil die Begründung ist ja eigentlich das, was eigentlich geschrieben werden müsste und oben steht ja nur die Trennung. Naja, das unten, die Begründung, die da drin steht, das ist ein Flyer, den wir gerade entwickelt haben für den Datenschutz, in dem wir so ein bisschen in das Thema einführen möchten. Und so in der Art kann das natürlich aussehen, aber das ist nicht geschliffen und das ist auch noch nicht fertig. Also, das würde ich jetzt so ungern in ein Programm schreiben. Deswegen frage ich ja, dann heißt der Satz nur noch, der Datenschutz soll den Fokus auf die Beziehung zwischen Mensch und Staat legen, den Bereich der Verbraucherschutz, weil ja oben würde dann stehen, dass wir uns dafür aussprechen müssen. Das gehört ja eigentlich zur Erklärung, nicht zum Text, ne? Ach so, ja, okay. Gibt es weitere Anmerkungen? Einen Geschäftsordnungsantrag. Wozu, wenn sich keiner draufstellt? Okay, dann muss ich den jetzt annehmen, ansonsten hätte ich gesagt, die Rednerluste war sowieso leer. Gut, dann haben wir einen Antrag, dahinter ist ein Gegenantrag. Formell? Okay, danke. Dann müssen wir darüber abstimmen, ob wir die Rednerliste schließen. Wer ist dafür, die Rednerliste zu schließen? Okay. Wer sagt nein? Rednerliste bleibt offen. Okay, damit ist die Rednerliste geschlossen. Dann noch zwei Redner, bitte. Also es ist sicherlich wichtig, beide Bereiche abzudecken, sowohl Datenschutz als auch Verbraucherschutz. Es ist sicherlich wichtig, beide Bereiche abzudecken, das heißt einerseits Datenschutz, andererseits Verbraucherschutz, ist ganz klar. Aber es gibt natürlich auch Überschneidungen. Wie habt ihr euch vorgestellt, weil auch gerade Unternehmen sammeln ja sehr viele Verbraucherdaten. Wie ist daran gedacht, die Bereiche, die sich überschneiden, die datenschutztechnischen Bereiche zu verarbeiten zwischen den Arbeitsgruppen? Da haben wir noch überhaupt nichts zu. Und das ist ja relativ einfach, warum wir da nichts zu haben. Wir fangen gerade an. Wir sind zwar die Datenschutzpartei, aber wir haben überhaupt keine sinnvollen Aussagen zum Thema Datenschutz. Wir erklären seit rund einem Jahr, was wir unter Datenschutz verstehen, wo der Datenschutz herkommt, was das bedeutet. Das Angebot besteht nach wie vor. Aber wer Interesse hat, wir bieten da eine Vortragstour zu an, haut uns an. Wir kommen gerne vorbei und helfen. Und das ist der erste Schritt, den wir machen. Danach hören wir nicht auf. Ja, also ich halte Datenschutz natürlich auch für sehr wichtig und bin dafür, dass da ordentlich was getan wird. Aber ich weiß nicht, ob man das überhaupt trennen kann. Die datenschutztechnische Beziehung zwischen Bürger und Staat und die datenschutztechnische Beziehung zwischen Bürger und meiner Meinung nach, der Kreditkartenorganisation oder dem Internetprovider, dem er da angehört, weil der Staat ja in vielen Fällen auf diese Daten einfach durchgreift und in vielen Fällen halt auch Daten gesammelt und Profile erstellt werden von privaten Organisationen und Unternehmen, um dann erstmal ihre Tempotaschentücher besser zu verkaufen und zu sehen, wo der mit dem Einkaufswagen herläuft, aber dann hinterher auch, um halt diese Bewegungsprofile abzuspeichern irgendwo und dann gegebenenfalls die staatlichen Stellen zugänglich zu machen. Ich verstehe nicht, weswegen da überhaupt eine Trennung angedacht ist zwischen diesen beiden Bereichen. Den Daten, die Unternehmen horzen und die teilweise viel aggressiver vorgehen als jeder Bundestrojaner und den Daten, die der Staat dann mit solchen Mitteln erheben will, weil letztendlich von der Wahrheit des Staates ausgesehen, hat er ja auf jeden Datenpool den Durchgriff. Also, der Staat hat mitnichten auf alles Zugriff und der darf auch nicht alles. Und die Frage, die zu dieser Trennung führt, ist die, Google hat kein Gewaltmonopol. Du gibst Google freiwillig deine Daten. Du musst es nicht. Wenn ich als Staat sage, ich will Googles Daten haben, ich will, dass jeder einen elektronischen Personalausweis hat und sich an jeder Türschwelle in Zukunft identifiziert, das kann der Staat machen. Wir haben ein Parlament, das beschließen wir einfach. Google kann sowas nicht entschließen. Ja, aber Google, das beste Beispiel, hat de facto das Suchmaschinenmonopol. Das heißt, ich kann Google nicht daran hindern, ein Profil von mir zu erstellen, was ich so suche und so mache und so tue. Ob das jetzt rechtlich abgedeckt ist oder nicht, ist ja dabei egal. Wesentlich ist ja nur, dass die Daten erhoben werden und wie sie dann hinterher verwendet werden können, im schlimmsten möglichen Fall. Ich verstehe auch gar nicht, wie das gehen soll. Also, bestes Beispiel, Vorratsdatenspeicherung oder solche Sachen, die werden ja von privaten Firmen durchgeführt. Die werden ja nicht vom Staat direkt durchgeführt. Der hat die nur angeordnet, ja. Ja, aber das ist doch genau der Punkt. Der Staat ordnet das an. Aber ich arbeite mit. Also, wenn du da Spaß dran hast, komm vorbei, er hilft mit. Ja, Spaß habe ich schon da dran. Ich frage mich wirklich, ob diese Unterscheidung überhaupt sinnvoll ist. Wir kommen auf vier Minuten, ich glaube, da haben wir jetzt leider drüber. Ja, okay, war meine Frage, ist das sinnvoll? Die Unterscheidung. Bitte komm einfach mal vorbei, diskutier mit. Und da ist auch jeder zu eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Okay, wir haben hier nichtsdestotrotz ein Positionspapier in diesem Antrag, das zur Abstimmung bittet. Und somit folgen wir dem Ganzen jetzt. Und wer der Meinung ist, dieses Positionspapier sollte angenommen werden, Positionspapiere benötigen eine qualifizierte Mehrheit, also einfach die 50% plus X der abgegebenen Stimmen. Möge jetzt bitte Stimmkartenzeichen erheben. Okay. Dann die Gegenprobe. Okay, damit stelle ich fest, dass nahezu mit der sehr großen Mehrheit das angenommen ist, das Positionspapier. So. Dann kommen wir zum nächsten Antrag. Resolution für ein neues Bleiberecht. Thema Asylpolitik. Da bitte ich den Antragsteller bitte nach vorne zur Erklärung. Wer ist das? Garneboot. Hansjörg. Okay, wir holen den eben. Holt den jetzt jemand oder holt den keiner? Okay. Ansonsten stelle ich den DO-Antrag auf Änderung. Ja, dann nutze ich einfach mal selber die Gelegenheit. Ich mache ja nicht nur dieses Versammlungsamt, sondern bin halt auch im Landesverband politischer Geschäftsführer und möchte somit auch die AK-Koordination besser vorantreiben. Deswegen würde ich mich freuen, wenn die Sprecher der Arbeitskreise hier in Nordrhein-Westfalen sich dann mal zu mir befinden und dass wir uns ein bisschen besser koordinieren können. Ich würde es da anregen, dass man da einmal im Monat ein koordinierendes Gespräch hat. Also wäre schön, wenn da die Leute, die sich dafür zuständig fühlen, bitte dann mal den Weg zu mir finden. So, jetzt ist der Hansjörg da. Der muss erstmal sein Zettel kramen. Genau, Region Mumble. Am 5. jeden Monat gibt es die Region Mumble. Das ist eine Vernetzung der verschiedenen Regionen, die wir hier haben in Nordrhein-Westfalen. Es geht darum, Ideenaustausch zu machen, Hilfe sich gegenseitig anzubieten. Das findet, wie der Name schon sagt, in Mumble statt. Jeden 5. des Monats ab 20 Uhr dauert meistens so zwei Stunden. Da wird jeder der Kreise und Stammtische halt gebeten, sich einfach mal in drei Minuten vorzustellen, was sie so machen, gemacht haben. Auch da ist jeder herzlich eingeladen. Bisher waren wir meist so zwischen 30 und 40 Leuten. Wir haben auch eine Treppe. Gut, brauche ich nicht. Dann bitte, du hast das Wort. Ja, es geht darum, dass eine Innenministerkonferenz stattfinden wird jetzt im Dezember, wozu eine Resolution vorliegt von einem relativ breiten Bündnis. Bei diesem Punkt geht es ja jetzt nicht um Programmatik im engeren Sinne, sondern einfach nur darum, eine Resolution zu unterstützen, die meiner Meinung nach im schönen Einklang steht mit unserem generellen Politik, unserem eigenen Selbstbild und Weltbild als sozial-humanistische Partei, will ich das mal nennen. Es geht um ein neues Bleiberecht, das alte Bleiberecht oder das im Moment geltende Bleiberecht für Flüchtlinge ist unzufriedenstellend. Es gibt Probleme mit Leuten, die hier nur in Duldung sind, wenn die ihren Arbeitsplatz verlieren, sich nicht mehr selbst versorgen können, sind die ständig in Gefahr ausgewiesen oder beziehungsweise verschoben zu werden. Deportation sagt man ja in Deutschland nicht mehr, das Wort hat einen fiesen Beigeschmack, deshalb nennen sie das jetzt auch nicht Ausweisung, sondern Abschiebung. Es sind also 75.000 Menschen hier in Deutschland davon betroffen, die seit mehr als sechs Jahren kein dauerhaftes Aufenthaltsrecht haben, keine Aussicht darauf haben und hier auf Abruf leben müssen. Das ist wirklich ein Problem, wenn die Leute länger hier leben vor allen Dingen und auch eure Kinder hier leben und schon zur Schule gehen und ein bisschen integriert sind. Die kleinen Kinder, die die Sprache des Landes, aus dem ihre Eltern stammen, nicht mehr sprechen und dann in ganz unsichere Verhältnisse ausgewiesen werden. Das ist ein Problem, ich finde, dass wir als zivilisierter Rechtsstaat mit diesen Menschen anders umgehen sollten und möchte gerne, dass diese Resolution der Landesmitgliederversammlung unterstützt wird. Die Resolution für ein neues Bleiberecht, dass diese unhaltbaren Zustände, ich finde wirklich, dass das eine Schande ist für den zivilisierten Rechtsstaat. Dass diese Resolution eben unterstützt wird. Fragen? Ja, keine direkte Frage, sondern insofern eine Anmerkung, solch einen Antrag und solch eine Resolution eindeutig zu unterstützen. Es kann nicht sein, dass wir als Piraten irgendwelche Asylverfahren unterstützen, die der Staat und auch sogar teilweise Staatenbünder sich ausdenken, die in tiefster Weise inhuman und unmenschlich sind. Ich habe beruflich leider Gottes selber schon an sogenannten Abschiebungen teilnehmen müssen. Ich bin Polizeibeamter von Beruf hier in Nordrhein-Westfalen. Wir haben mitten in der Nacht eine tschetschenische Familie aus dem Bett klingeln müssen, nur als Unterstützung des damaligen Ausländeramtes vor Ort. Haben selber nicht ganz genau gewusst, um was für Personen es sich dann handelt. Und haben dann hinterher erfahren, dass es eine tschetschenische Familie war mit kleinen Kindern, die mitten in der Nacht um drei Uhr aus dem Bett geklingelt worden sind. Und dann über den Flughafen in Düsseldorf, dann über die Bundeskulette abgeschoben worden sind. Ich habe mich damals zutiefst empört und habe auch eine entsprechende schriftliche Beschwerde eingeleitet, worauf man mir mehr oder minder mit einem Dissignatverfahren gedroht hat. Ich habe aber dennoch diese Beschwerde aufrechterhalten und habe es geweigert und weigere mich auch weiterhin, so etwas dienstlich überhaupt zur Verfügung zu stehen. Es kann von meinem Menschenverständnis her überhaupt nicht sein, dass ein Mensch illegal ist. Das ist ein Widerspruch in sich, das spricht ihm überhaupt seine menschliche Existenz ab. Von daher kann so ein Gesetz überhaupt gar nicht meines Erachtens existent sein und muss mit aller Schärfe bekämpft werden. Kein Mensch ist illegal in keinem Land. Und der Staat hat die verdammte Pflicht, dafür zu sorgen, dass Menschen, die hier herkommen, gleich aus welchen Gründen hier entsprechend in Frieden und Freiheit und Sicherheit leben können. Und wenn wir als politische Partei unsere Kraft dafür aufwenden, dies zu unterstützen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass eine große Mehrheit der Bevölkerung dagegen sein wird, sondern im Gegenteil das auch mit unterstützen wird. Danke schön. Ahoi! Auf die Gefahr, dass ich mich als neues Mitglied bei euch fundamental in die Nesseln setze, muss ich etwas anderes sagen. Bitte, dass wir darüber nicht befinden, aus folgendem Grund. Ich bin Schöpfe. Ich habe zu Dutzenden, zu Hunderten Fälle, wo also mit dem Bleiberecht Schindluder getrieben wird. Und das ist nicht nur eine rechte Empfindung oder das blökende, bildlesende Volk, das so empfindet. Es ist juristisch so, dass viele Verbrecher in Gänsefüßchen, also straffällig werdende Leute, nicht abgeschoben werden. Das mag politische Gründe haben. Es ist schittegal. Es gibt einerseits die Fälle, wo blind abgeschoben wird, wo man sagen würde, mit einem Bürgschaft zum Beispiel, durch Zivilisten oder Organisationen müssten die Leute hier im Lande bleiben dürfen. Andererseits werden Leute nicht abgeschoben, die permanent von Knast zu Knast, von Verurteilung zu Urteil laufen. Und das soziale System, in dem wir leben, ausbeuten, nach Strich und Faden. Ich möchte bitten, dass man nicht einfach nur ein Gutmensch ist. Das wird mir immer nachgesagt. Aber die Erfahrung hat mich gelehrt, man muss die Augen offen haben, in beide Richtungen. Deswegen bitte, bevor wir in irgendeiner Richtung uns festlegen, darüber sorgfältig diskutieren, nachdenken, plausible Lösungen finden und sich nicht einfach nur an irgendetwas dranhängen. Danke. Hallo, ich bin auch neu bei den Piraten, erst seit ein paar Wochen. Und ich spreche zu dem Thema hier aus eigener beruflicher Betroffenheit, weil ich seit 15 Jahren mit einer eigenen Anwaltskanzlei in Düsseldorf selbstständig bin und wir einen Migrantenanteil in der Mandantschaft von circa 50 Prozent haben und immer wieder mit dieser Problematik auch befasst werden. Und es wiederholt sich alle paar Jahre hier das Trauerspiel, dass in der Innenministerkonferenz im Beschlusswege etwas schnell entschieden werden muss, was das Gesetz nicht leistet. Weil das Gesetz nämlich in diesem Punkt der Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen an Flüchtlinge, die sich länger hier aufhalten, in einer Art und Weise vage bleibt und alles in das Ermessen der Ausländerbehörde stellt, was dazu führt, dass die Leute alle paar Wochen zur Ausländerbehörde müssen, um ihre Duldungen erneuern zu lassen und dort behandelt werden wie der letzte Dreck. Ich muss allerdings auch sagen, das, was meine Vorrednerin eben gesagt hat, verlangt natürlich auch nach einer differenzierten Betrachtung. Das Problem ist eben, dass Integration nicht belohnt wird. Tatsächlich stattgefundene Integration nicht belohnt wird. Dafür wird nachreisewilligen Familienangehörigen abverlangt, dass sie in Ost-Anatolien ein Goethe-Institut suchen müssen, um Sprachkenntnisse dort erst einmal zu erwerben. Und wenn sie dann hier sind und sie halten beispielsweise die vorausgesetzten Bestandszeiten einer Ehe nicht ein, dann hilft es ihnen überhaupt nichts, wenn sie hier ihren Lebensunterhalt selber bestreiten können, wenn sie von den öffentlichen Kassen unabhängig sind und wenn sie sich natürlich auch straffrei führen. Also das Ganze verlangt nach einer differenzierten Betrachtung. Und dieser Punkt, der hier angesprochen wird, der ist richtig gesetzt. Den unterstütze ich auch. Aber die Piratenpartei muss weit darüber hinausgehen und zwar sich einsetzen für ein neues, aktualisiertes Bleiberecht, das dieser tatsächlichen Integration auch gerecht wird. Danke. So, wir haben zwei GO-Anträge in vorne. Schließung der Rednerliste. Gibt es dazu einen Gegenantrag? Kommell. Okay. Dann Abstimmung. Schließung der Rednerliste. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Ich stelle fest, die Rednerliste ist geschlossen. Wir haben einen zweiten GO-Antrag. Der GO-Antrag wurde zurückgezogen. Möchtest du darauf antworten, auf den Wortbeitrag noch nicht? Dann bitte, hast du das Wort. Also ich begrüße diesen Antrag. Ich kenne das Problem sehr gut. Ich bin einer der Mitbegründer im 80er Jahre von Flüchtlingsrat in Bielefeld gewesen. Das Problem ist sehr gut bekannt. Die Rednerin vorhin, was sie gesagt hat, sie hat meines Erachtens nicht recht, das Problem so zu formulieren. Es gibt sicherlich immer irgendwelche Leute, die auch ihre Rechte missbrauchen. Das ist gar keine Frage. Aber so etwas darf man nicht pauschalisieren. Also die Mehrheit ist, die nach Deutschland kommen, die leben und arbeiten und verhalten sich auch rechtmäßig hier. Und eins darf man auch nicht vergessen. Diese Menschen werden von Anfang an Einschränkungen haben. Zum Beispiel, sie dürfen ihre Kreise nicht verlassen. Sie dürfen erst mal nicht arbeiten. Also die Freiheit der Menschen ist so eingeschränkt in Deutschland, sondern das können nur die Menschen, die das erlebt haben und miterlebt haben, nachvollziehen. Und daher, ich begrüße diesen Antrag sehr gerne. Allerdings, ich glaube, dieser Antrag würde für Bundesparteitag viel interessanter sein, denn Flüchtlingsprobleme ist ja nicht Landessache, sondern das ist eine Bundessache. Und daher, ich würde es auch begrüßen, wenn man so einen Antrag für Bundesparteitag stellen würde. Danke. Wenn ich da kurz darauf antworten darf, sehe ich auch so. Es ist eben auch kein programmatischer Antrag, sondern es geht nur um eine Resolution, nur in Anführungsstrichen. Der Bundesparteitag ist ganz, ganz kurz vor dieser Innenministerkonferenz. Und dadurch, dass es eine Innenministerkonferenz ist und die Länder eben auch was zu sagen haben in dem Bereich, deshalb habe ich diesen Antrag hier gestellt, weil das eben auch landespolitischen Aspekt hat. Okay, Frank? Ja, also normalerweise ist es ja nur der Aufruf zu diesem einen besagten Tag. Ich weiß persönlich, dass die AG Innenpolitik sich mit dem Thema Asyl, wir haben eine eigene Asylpolitik AG, wir haben eine Integrationspolitik AG. Und ich glaube, wir sollten uns nicht, auch wenn das Thema interessant ist und wirklich bearbeitet werden soll, auf eine Meinungsäußerung mit vorgefertigten Links einer Organisation berufen, solange wir als Piraten nicht ein komplettes Konzept haben, wie wir uns Integration und Asylpolitik vorstellen. Und deswegen würde ich sagen, dass man das zur Kenntnis nimmt, aber jetzt nicht als NRW-Verband sagt, wir haben zwar keine politische Aussage, aber das, was die anderen sagen, wird schon irgendwie recht sein. Ich glaube, dass das Thema sehr emotional geführt wird, auch vor Ort in unterschiedlichen Ecken. Ich kann mich gut erinnern, Ende der 90er Jahre, als die Kirchenbesetzungen stattfanden, Unterschüsse vom Pro Asyl, seitdem sind einige Jahre vergangen, das Thema ist da. Allerdings, Deutschland ist kein Anwanderungsland mehr, sondern eher Auswanderungsland. Aus dieser Perspektive müsste man das Thema auch schauen. Wir müssen für die Leute, die hier Bleiberrecht suchen, auch die Chance geben. Und das wurde recht oft verpasst. Also die Chance müsste vor Ort, und nicht nur jetzt von der Gesetzgebung her, auch von der allgemeinen Gesellschaft, und deshalb ist das Thema immer aktuell, bleibt aktuell, müssen wir ständig Signale auch in Richtung Innenministerkonferenz, dass sie nicht alleine hinter geschlossenen Türen das Thema abdiskutieren sollen, sondern müssen sie entsprechend die Forderungen von Pro Asyl zum Beispiel oder anderen Gruppierungen in Acht nehmen und entsprechend reagieren. Danke. So, ich möchte dazu noch sagen, dass ich es generell sehr wichtig finde, dass Menschen, die einmal in Deutschland sind und von mir aus, wie das in Amerika gehandhabt wird, kein zeitlich begrenztes Visum haben oder keine zeitlich begrenzte Aufenthaltsgenehmigung haben. Dass diese Menschen niemals aus Deutschland exportiert werden dürfen, sage ich mal. Ja, und ich kenne selbst sehr viele Fälle, wo Integration sehr gut gelungen ist. Ich habe in einer Pizzeria gearbeitet, wo die türkische Familie super in Deutschland klarkommt. Und generell würde ich sagen, wenn man das Bleibericht entziehen möchte, dann muss vorher auch gewährleistet sein, dass derjenige, der es am Anfang, wenn er hierher kommt, weiß. Und das so als Maxime. Ja, ich wollte nochmal Stellung nehmen zu der Vorrednerin, wo ja die Aussage getätigt wurde, dass es viele straffällige Asylbewerber gibt. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Schöpfe wäre und tagtäglich mit solchen Fällen zu tun hätte, würde ich sicherlich auch eine selektive Wahrnehmung entwickeln, weil ich die positiven Fälle ja gar nicht vor Gericht sehe. Also da würde ich dann lieber nochmal wirklich auf verlässliche Zahlen zurückgreifen, wenn man hier solche Aussagen trifft und dass man das auch statistisch untermauert. Weil das, finde ich, geht eigentlich gar nicht. Die Problematik mit straffälligen Asylbewerbern und Immigranten ist, dass die aktuelle Politik, also die sogenannten Altparteien, in den 20 letzten Jahren es total verkackt haben. Und wir müssen es besser machen. Und das ist ein guter Anfang und ich bitte, das zu unterstützen. Ich will dazu gar nichts inhaltlich sagen. Aber wer die letzten paar Minuten aufmerksam zugehört hat, der wird feststellen, dass ein paar Neumitglieder unter uns sind, die den Kompetenzenreichtum der Piratenpartei noch weiter bereichern. Und ich fordere diese Neumitglieder, ich erinnere vor allen Dingen an die Schöfin und an den Anwalt aus Düsseldorf, explizit auf, wir sind eine Mitmachpartei, engagiert euch in der AG Innenpolitik, arbeitet ein neues Ausländerrecht aus und wir sind die Letzten, die das dann nicht positiv verabschieden. Danke. So, dann kommen wir zur Abstimmung hierzu. Wer ist dafür, diesen Antrag anzunehmen? Okay, wer ist dafür, diesen Antrag abzulehnen? Okay, damit ist der Antrag beschlossen. Wir kommen zu einem Geschäftsordnungsantrag, der hier eingereicht worden ist zur Änderung der Tagesordnung. Oh ja, natürlich, Entschuldigung, ich wollte den Applaus nicht klauen. Wir kommen zu einem Geschäftsordnungsantrag zur Änderung der Tagesordnung. Auf der Tagesordnung soll eingebracht werden unter den Punkten sonstige Anträge und zwar vor dem Punkt Vorstandsvergütung ein Antrag über die Unvereinbarkeit der Mitgliedschaft bei den Piraten und Sympathiebekennung mit einer verfassungsfeindlich eingestuften Organisation oder Partei. Das ist ein Antrag, der jetzt abgestimmt werden muss, ob wir den Antrag zur Änderung der Tagesordnung jetzt so beschließen wollen. Das wäre dann nochmal genannt, vor der Vorstandsvergütung. Wer möchte diesen Punkt vor Vorstandsvergütung dann behandeln? Den bitte ich jetzt im Kartenzeichen. Okay, dann gibt es Verständnisprobleme. Ah, brüllt doch einfach. So, okay, da habe ich ja gerade gesagt, ein Antrag auf Unvereinbarkeit der Mitgliedschaft in dieser Partei mit der Sympathiebekundung mit einer verfassungswidrigen Organisation. Also man kann nicht gleichzeitig Pirat sein und verfassungsfeindliche Organisationen Mitglied sein oder supporten oder toll finden und lobhudeln und so weiter. Darum geht es in diesem Antrag, der dann behandelt werden soll. Der Antrag lautet auf Änderung der Tagesordnung, diesen Punkt einzufügen, und zwar genau unter dem Punkt Sonstiges, und zwar vor Vorstandsvergütung. Gegenantrag. Gott, das muss dann leider schriftlich. Kannst du den dann eben noch, weil das ist ein Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung, was ich, okay, der Antrag dann sehr sicher bleibt, aber du möchtest den gerne in eine andere Position setzen. Okay, gut, ich gehe mal davon aus, dass du den jetzt gleich einreichst, wird den jetzt einfach abstimmen. Gibt es weitere Gegenanträge oder Gegenanträge, muss man ja jetzt abstimmen, gibt es nicht. Dann gibt es jetzt zwei Alternativen. Einmal diesen Antrag, nein, drei Optionen gibt es für euch. Einmal den Antrag vor Vorstandsvergütung zu machen, einmal nach Vorstandsvergütung und einmal diesen Antrag überhaupt nicht zu behandeln. So, jetzt zunächst das Stimmkartenzeichen vor der Vorstandsvergütung. Okay, nach der Vorstandsvergütung. Okay, gar nicht behandeln. Boah, schwierig. Nochmal nach Vorstandsvergütung. Okay, und überhaupt nicht behandeln. Das zweite, okay, also der wird nach Vorstandsvergütung dann behandelt. Du reichst ihn jetzt gleich noch schriftlich ein. Dann machen wir jetzt weiter mit dem Punkt Resolution gegen Bracking. Und da kommt der Dannebott. Okay, es geht also um einen Punkt, wir hatten das Thema ja schon zweimal heute, einmal im Allgemeinen Energieprogramm. Dann haben wir die konkrete Positionierung gegen Bracking beschlossen. Jetzt gibt es eine Resolution vom BUND, die ist ganz kurz und knackig, steht da ja auch an der Tafel. Ich sage da jetzt einfach nicht mehr viel zu. Ich beantrage nur einfach, dass das eben von der Besammlung hier angenommen werden möchte. Gibt es dazu Wortbeiträge? Das ist nicht der Fall. Ein Mikrofon bitte. Hier vorne, kannst du mir bitte Handzeichen, dass man dir das Mikrofon bringen kann? Nochmal durchreichen, danke. Hört man mich? Ja, wunderbar. Also ich bin nicht gegen diesen Antrag. Ich habe da nur Probleme mit einer Formulierung. Hier steht, die Förderung unkonventioneller Gasvorkommen muss verboten werden. In meinen Augen müsste es doch heißen, die unkonventionelle Förderung von Gasvorkommen muss verboten werden, oder? Kann man so sehen. Allerdings ist eben diese Resolution so, wie sie vorliegt, jetzt nicht änderbar. Also du wirst dann mit diesem Fauxpas leben müssen oder dagegen stimmen müssen. Also die Behauptung, die stimmt nicht. Das ist kein Programmantrag. Insofern kann man sehr wohl hier einen neuen Antrag einbringen, auch noch jetzt auf der Versammlung. Die Resolution des BUND, das ist ja das Problem. Ach so, ja, aber wir können ja eine eigene machen. Also wer da gerne den Text komplett copy-paste machen möchte und nur ein Wort ändern möchte, der eben ist das gerne hier freigestellt. Einmal schriftlich hier einreichen. Solange das noch während dieser Versammlung passiert, ist das vollkommen legitim. Noch eine weitere Wortmeldung. Kannst du bitte zum Mikrofon gehen? Soweit ich weiß, ist der Begriff unkonventionelle Gasvorkommen ein feststehender Begriff in diesen Terminus. Also das sagt man so. Das ist jetzt nicht irgendwie verkehrt dahingesetzt. Also das ist schon so, dass es umgangssprachlich halt der Ausdruck ist. Der Fracking, ich benutze, benutze unkonventionelle Gasförderung. Also das ist der umgangssprachliche Ausdruck im Deutschen. Im Prinzip die Übersetzung von Fracking. Weil Fracking ist ein Kunstwort, das sich gar nicht übersetzen lässt. Ich sehe, es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Damit ist das eine Wortmeldung. Es ist doch bereits ein ausgearbeiteter Antrag vom Bund. Also muss man doch jetzt nicht über die Formulierung diskutieren. Also mit Bund ist jetzt hier gemeint, der Bund Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Nicht die Bund-Veratmeldung. Wofür genau brauchen wir jetzt diesen Antrag noch, wo wir das doch schon im Grundsatzprogramm drin haben. Weil der BUND halt Unterschriften sammelt für diese Resolution. Dass sich das gut macht, wenn wir da als Landesverband auch mit runterstehen. Das ist der einzige Grund. Jetzt speziell eine Verbesserung unserer Position ist das natürlich, soll ich jetzt nicht. So, dann sehe ich jetzt aber, dass die Rednerliste leer ist. Doch nicht. Boah, Jungs. Dann habe ich aber jetzt eine Frage. Du sagtest eben, irgendwas unterstützen. Das steht jetzt aber nicht da drin. Heißt, wir. Resolutionstext. Wir sollen als Mitunterzeichner auftreten. Das steht da ganz. Alles da. Okay, die Rednerliste ist zu. Und damit kommen wir zur Abstimmung. Wir hatten einen Geheantrag. Okay. Die Rednerliste ist zu. Insofern müssen wir hier nichts weiter beschließen. Außer diesem Antrag. Wer für diesen Antrag ist, hebt bitte die Stimmkarte. Und wer gegen diesen Antrag ist, bitte jetzt. Und damit ist dieser Antrag angenommen mit überwältigender Mehrheit. Dankeschön. Gut, dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist Unterstützung des Manifests für ein Europa der Humanität und Solidarität. Da bitte ich auch nochmal den Antragsteller zu mir. Hättest du oben bleiben können. Das ist das letzte Mal für heute. Ich versprich's euch. Ja, auch hier ist es wieder kein Programmantrag, sondern eine Resolution, die vorliegt. Und die man eben, der man sich anschließen kann oder eben nicht. Das heißt, man kann auch am Text halt jetzt nichts ändern. Es ist ein großes Problem im Moment mit Flüchtlingsströmen aus Afrika oder auch aus anderen Ländern, die versuchen, über die See nach Europa zu kommen, die dort in Lebensgefahr sind, wo also Zehntausende von Menschen in den letzten zehn Jahren ertrunken sind, ganz elend im Mittelmeer und auch im Atlantik. Und also die Zustände da sind einfach unhaltbar. Ich denke auch, das sollte allgemein bekannt sein. Und dass diese Resolution hier einfach auch wieder unserer Positionierung als soziale und humanistische Partei entspricht. Und ja, es ist wieder ein breites Bündnis, das diese Resolution ausgearbeitet hat. Also wir kommen auch wieder da in einen Bereich hin, wo wir uns mit Menschen solidarisch erklären, hier in Deutschland, die an dem Thema arbeiten, die eine Kompetenz haben auf dem Gebiet, weil sie lange schon und lange und dauerhaft eben daran arbeiten, nachhaltig daran arbeiten. Organisationen wie Medico International, Pro Asyl, Amnesty International. Ich denke mal, ich möchte dazu jetzt gar nicht weiter viel erklären, sondern vielleicht auch Fragen antworten, wenn jetzt noch Fragen kommen. Also ich möchte an der Stelle nochmal hinweisen, wer Redebeiträge hat auf einen Antrag, der möge sich bitte während des Vortrags des Antragstellers ans Mikrofon zu begeben. Ich stelle fest, dass das nicht passiert ist, somit ist die Redenliste geschlossen. Und wir kommen zur Abstimmung über diesen Antrag. Wer für diesen Antrag ist, bitte ich um Stimmkartenzeichen. Wer ist gegen diesen Antrag? Damit stelle ich fest, dass es einstimmig angenommen. Gut. Dann schicken wir deine Bot jetzt in seinen wohlverdienten Parteitagsruhestand. So. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Einrichtung einer Landesgeschäftsstelle in Düsseldorf. Da bitte ich den Antragsteller bitte hier zur Vorstellung. Der ist nicht da. Kann diesen Antrag jemand vorstellen? Ne, übernehmen müssen wir nicht. Es geht nur um Vorstellung. Hallo, hier draußen. Der Piz, der ist schon unterwegs. Der kommt jetzt. Danke. 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 Kinder ist erst, bummelt da rum und dann wird gedrängelt. So, ja, jetzt wird es lustig. Ich möchte... Das ist ja schon wieder nicht mein Antrag. Gibt es jemanden, der diesen Antrag vorstellen möchte? Du möchtest den Antrag vorstellen? Dann bitte ich dich um Vorstellung. Danke. Danke, Alexander. Ja, da ich auch Düsseldorfer bin und seit 30 Jahren in Düsseldorf lebe, stelle ich vertretungsweise den Antrag hier vor. Düsseldorf ist natürlich auch, sage ich mal so, um die Kosten dann auch relativ niedrig zu halten, gibt es dann natürlich Stadtteile, wo es teurer ist und dann Stadtteile, wo es günstiger ist. Dann muss man natürlich die Verkehrsanbindung sehen, die Erreichbarkeit. Deswegen würde ich also zum Beispiel eventuell, wenn diese Räume also angemietet werden sollen, müsste man sich dann mal schauen, ob es jetzt zentral im Innenstadtbereich oder im äußeren Randbereich wäre. Da könnte man eventuell auch noch die Düsseldorfer Delegation hier mit einbeziehen, weil man dann eventuell sagen könnte, halt die Mietpreise sind in Düsseldorf explosionsartig und um, wie gesagt, die Kosten gering zu halten, halte ich es für sehr nützlich, dass man eventuell diese im südlichen Bereich. Das heißt also, da sind die Mietpreise noch relativ günstig, wenn es möglich ist, da anmieten würde. Dann bitte ich jetzt zur Aussprache zu diesem Punkt und erste Wortmeldung bitte. Ja, sehr interessant. Wir in Düsseldorf, also zumindest die aktiven Piraten, die sich auf Stammtischen und so treffen, waren erstmal von dem Antrag eigentlich überrascht, weil wir kennen ihn nicht. Aber ein paar Kleinigkeiten möchte ich dazu sagen, so als Hintergrundinfo. Einmal, wir hatten schon Bewerbungen von Praktikanten, also jetzt nicht Schülerpraktikum für drei Wochen, sondern sowas, was man ja Uni pflichtmäßig machen muss und was dann auch mal ein paar Monate gehen kann, was natürlich nur mit einer Landesgeschäftsstelle geht. Das ist jetzt kein sofortiger, ja, ein Hinweis, dass man das sofort annehmen muss, denn ich weiß, es gibt sehr viele Schwierigkeiten erstmal bei der Landesgeschäftsstelle. Zweite Sache ist, wir haben jetzt auf Stammtischen 60, durchaus so 60 Interessierte gehabt. Wir haben jetzt sehr viele Neumitglieder in Düsseldorf, 174 sind es, glaube ich, insgesamt. Das heißt, und es gibt ein großes Umfeld, das heißt, von der Personalakquirierung wäre das durchaus mittlerweile möglich. Vor vier Monaten hätten wir gesagt, nee, lass mal sein. Inzwischen kann man darüber nachdenken. Mal ganz abgesehen von allen Dingen, die jetzt noch rein von der praktischen und von der finanziellen Seite aus dazu wahrscheinlich noch gesagt werden. Ich möchte mich jetzt noch nicht daran beteiligen, zu sagen, wo so ein Dings sein könnte und sowas. Da gibt es dann schon Möglichkeiten, wenn es dazu kommt. So, nächste Wortmeldung bitte. Ja, also mich würde mal interessieren, was macht so eine Landesgeschäftsstelle? Also, ja. Ja, die ist Anlaufpunkt für Interessierte. Das heißt, da könnten zum einen Treffen des Landesverbandes stattfinden, die im kleineren Rahmen da sind, aber dort wird halt auch Verwaltungsarbeit koordiniert und zentralisiert. Ja, ist ein Anlaufpunkt für Pressebürger, andere Parteien, für jeden. Das heißt, die Verwaltung würde dann da sitzen und so weiter und so fort und es wären hohe Tiere zum Beraten da und man könnte Anträge einreichen oder wie auch immer oder was. Hohe Tiere, das werden auf jeden Fall Leute sein. Welche, die Ahnung haben? Das werden Leute sein, die zumindest die Sachen, Ahnung haben, wie man Sachen entgegennimmt und dann auch Ahnung haben, wie man Sachen weiter verteilt und ja. So, wir haben einen Geschäftsordnungsantrag. Schließung der Rednerliste. Gibt es da zur Gegenrede? Formell? Formell. Dann müssen wir abstimmen. Wer möchte die Rednerliste geschlossen sehen? Wer möchte die weiter offen haben? Okay, alles klar. Dann ist die Rednerliste geschlossen. Zweiter GO-Antrag. Begrenzung der Redezeit auf zwei Minuten wurde der Antrag gestellt. Gibt es da zur Gegenrede? Es gibt Gegenrede formell oder Gegenantrag? Formell. Das heißt, wir stimmen ab. Wer ist für eine Begrenzung der Redezeit auf zwei Minuten? Wer ist dagegen? Okay, damit ist die Redezeit auf zwei Minuten begrenzt. Okay, dann hast du das Wort. Hallo, wir raten weiter im Text. Wenn ich mich richtig entsinne, dann wollten wir eigentlich den Landtag entern. Das heißt, wir müssen lernen, dass wir eine Partei sind und diese Organisationsform auch im Wahlkampf, sprich in der breiten Wirkung nutzen. Das heißt für die Presse, das heißt für neue Mitglieder, das heißt für Institutionen, das heißt für Firmen, die von uns Aufträge wollen, etc. pp., sie brauchen eine Anlaufstelle. Die wollen nicht zwei Stunden im Netz herumsuchen, um eine Adresse zu finden. Die brauchen eine zentrale Stelle. Das muss kein Prunkbüro sein, das muss eine Adresse sein, wo zum Beispiel Werbematerial hingeliefert wird. Schon aus juristischen Gründen. Dankeschön. Okay. Möchte ich mal eben eine Stellungnahme zu abgeben, weil das so klingt, als hätten wir solche Strukturen nicht. Wir haben solche Strukturen, wir haben ein Postfach, an das kann man Briefe schicken, wir haben ein Fax, an das kann man Fax schicken, wir haben E-Mail-Adressen, da kann man E-Mails hinschicken und wir haben auch ein Lager und hoffentlich auch bald mehrere, wo man Waren hinschicken kann. Also das ist alles vorhanden. Ich möchte auch nur kurz was dazu sagen, auch als KV, oder als Düsseldorfer. A, es ging eigentlich unter diesem Punkt Professionalisierung der Arbeit, deswegen sollte der Antrag gestellt werden. B, dieser Herr oder sonst was hat nichts mit M.S. zu tun, wo wir mal Büroräume angeboten bekommen haben. Es ging einfach nur darum, dass er gesagt hat, die einen möchten Geld bezahlen, die anderen möchten Räumlichkeit und deswegen sollte das in die Diskussion gebracht werden. Danke. Okay. Dein Antrag, ja. Ja, ich wollte eigentlich, ich hatte eigentlich gehofft, dass der Vastel hier mal seinen Antrag jetzt als Gegenantrag stellt, weil, ja genau, weil da geht es glaube ich darum, dass wir mehrere Büros machen und zwar nicht nur in Düsseldorf, sondern dass wir in Dortmund was machen, in Münster was machen, was weiß ich, also dass wir mehrere Anlaufstellen haben. Das halte ich für sinnvoller. Ja, hi, ich bin der Grumpy und ich bin auch seit ein paar Jahren, so seit meiner Geburt, Düsseldorfer und möchte ganz einfach nur festhalten, dass ich es viel wichtiger fände, wenn wir viel mehr Leute motiviert bekommen, aktiv die Klamotten mitzugestalten und ich glaube, dass wir zum derzeitigen Zeitpunkt ganz einfach noch überhaupt keine Ladesgeschäftsstelle sozusagen brauchen. Ich hätte ja eine Landesgeschäftsstelle genommen und von daher würde ich ganz einfach vorschlagen, das Ding bitte erst mal abzulehnen, dass wir halt einfach mal mehr Leute motiviert kriegen, aktiv, dauerhaft mitzuarbeiten. Vielen Dank. Mir entzieht sich auch der tiefere Sinn von dem Antrag, denn wir sind hier in einem Flächenland, wie Fitz auch schon sagte, es macht mehr Sinn, uns dezentral zu organisieren und im Moment macht es auf mich den Eindruck, dass wir hier Düsseldorf als Zentrale fördern, das heißt einerseits, die Piraten vor Ort sollen letztendlich auf LV finanziert zusätzliche Räume kriegen, das ist zumindest der Eindruck, den ich als Unterton hier mit rauslese und das andere ist, das gleiche zu machen wie alle anderen Parteien auch, nämlich nach Düsseldorf schön vor die Presse zu rennen und da muss ich auch fragen, ein bisschen Piratiker hätte ich es dann doch gern. Ich bin etwas überrascht von diesem Antrag hier auf dem LPT, warum ist das vorher nicht im Mammel oder irgendwo im AKE oder AK diskutiert worden, zweitens eine Geschäftsstelle in Düsseldorf, ohne dass jemand weiß, was wir kosten, also ich würde zum Beispiel für den Süd von Düsseldorf plädieren, da wo der Dom steht, wenn das zu südlich ist, Wuppertal ist auch noch da, also der Antrag ist einfach zu unüberlegt, zu unpräzise, ich bin für Ablehnung, danke. Ja hallo, ich bin auch für Ablehnung, der ist viel zu unpräzise, es geht zur Zeit ein PET rum für Regionalvertretungen, das PET ist jetzt schon ausgearbeiteter als das da vorne, das wird allerdings noch eine Weile dauern, bis das irgendwie spruchreif ist, meiner Meinung nach brauchen wir nicht eine zentrale Geschäftsstelle, der Vorteil der Piratenpartei liegt in der Dezentralität, in den lokalen Gruppen und wir sollten uns selber nicht beschneiden und ich glaube auch nicht, Leute, das geht von meiner Redezeit ab, und ich glaube auch nicht, dass Piraten wegen irgendwelcher Sachen, wofür eine Landesgeschäftsstelle erforderlich ist, Bock haben, aus dem Münsterland bis nach Düsseldorf zu tingeln. Und das sagt jemand, der in der Nähe von Düsseldorf wohnt. Ich habe für diese Piraten Verständnis. Letzter Beitrag. Ja, letzter Beitrag, also ich schließe mich an und eine Lotte für die ersten brauchen wir nicht. So, damit kommen wir zur, ach so, du hast den Antrag vorgestellt, möchtest du noch was sagen? Nein. Nichts, okay. Dann kommen wir zur Abstimmung über diesen Antrag. Wer dafür ist, diesen Antrag anzunehmen, bitte ich um ein Stimmkartenzeichen. Gegenprobe. Damit stelle ich fest, dass der Antrag fast einstimmig abgelehnt worden ist. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, und zwar Vorstandsvergütung. Hier bitte ich den... Den Fitz nun endlich auf die Bühne. Wie hoch ein Antrag? Entschuldigung, habe ich übersehen? Zurückgezogen. Ja. Okay. Geo-Antrag? Antrag auf nicht schließende Rednerliste, wenn der Gröfahrts Interviews gibt. Abgewiesen. Abgewiesen. Nicht gültig. So, dann Fitz, du hast das Wort. So, jetzt habe ich auch endlich mal. Also Professionalisierung des Vorstandes. Wir sind mittlerweile 3.000 hier in NRW. 18.000 Bund. Ich weiß, dass unser aktueller Vorstand ungefähr, wenn es wenig ist, 60 Stunden die Woche da reinbuttert. Ich weiß, dass es beim letzten Vorstand auch schon nicht ganz viel weniger gewesen ist. Und ich muss mir die Frage stellen, müssen wir noch viele Vorstände verbraten, bis wir das endlich mal verstehen, dass es kein Hobby ist? Okay, dann Wortmeldung. Ich setze mich selbst auf die Rednerliste. Ich bin zurzeit selber im Vorstand tätig. Und ich glaube auch, dass wir uns professionalisierter aufstellen müssen. Allerdings bin ich der Meinung, dass wir nicht den gewählten Vorstandsmitgliedern ein Gehalt zahlen sollten, sondern dass wir Leute beschäftigen sollten, die dem Vorstand zuarbeiten. Das heißt, die die Kommunikation quasi filtern und aufbereiten. Weil das ist eigentlich das, was wahnsinnig viel Zeit klaut in der Vorstandsarbeit, der ganze Verwaltungskram. Dafür sollten wir Mittel bereitstellen und nicht dafür irgendwelche Positionen, gewählte Positionen zu vergüten. Weil das hat nur eins zur Folge, dass die Vorstandsposten, diejenigen, die das bekleiden, auch davon leben können werden. Und damit ein ganz anderes Verhältnis zu ihrem Amt haben, als das eigentlich gewünscht ist. Somit haben sie auch nicht mehr irgendwie die Flexibilität zu sagen, ja, ich verzichte auch auf dieses Amt. Weil da hängt ihre Existenz, ihre Finanzielle dran fest. Das möchte ich nicht, diese Abhängigkeit. Und deswegen lehne ich diesen Antrag ab. Entschuldigung, warte mal kurz, Lukas, wir haben einen Geschäftsordnungsantrag von Jamasi. Okay, das Meinungsbild wird gestellt. Die Frage ist, wer unterstützt diesen Antrag? Den bitte ich um Stimmkartenzeichen. Wer lehnt diesen Antrag ab? Gut, ich teile hiermit fest mit, dass dieser Antrag negativ ausgefallen ist. Das Quorum. Wir haben einen weiteren Geschäftsordnungsantrag hier vorne. Wir haben einen Antrag auf Schließung der Rednerliste. Gibt es dazu Gegenrede? Eine Gegenrede? Formell begründet. Formell. Darüber wird abgestimmt. Wer ist für die Schließung der Rednerliste? Wer möchte die Rednerliste offen halten? Okay, damit ist die Rednerliste geschlossen. Ein weiterer Geo-Antrag, bitte. Mit Mikrofon, bitte. Beschränkung der Redezeit für die Rednerliste. Nein. Eine Beschränkung. 30 Sekunden. Bitte. Antrag auf Beschränkung der Redezeit auf zwei Minuten. Entschuldigung. Halt, Stopp. Wir haben bereits eine Redezeitbeschränkung von zwei Minuten. Die ist nicht aufgehoben worden. Also, ich erkläre den für nichtig. Weiterer Geschäftsordnungsantrag ganz hinten. Jedes ein Geo-Antrag. In der Ecke bitte jemand das Mikrofon hinreichen. Ist schon geschlossen. Ich bitte um Ruhe. Ich bitte wirklich um Ruhe, damit ich auch diesen Geschäftsordnungsantrag behandeln kann. Was ist denn jetzt der Antrag? Das war der Antrag da hinten. Dann ist der zurückgezogen worden. Einmal nicken, bitte. Okay, der ist. Danke. Also, wenn ihr einen Geschäftsordnungsantrag stellt, dann bin ich der Fokus. Und ihr kommuniziert mit mir. Wenn ihr dann plötzlich die Kommunikation einstellt, stehe ich hier ein bisschen doof da. Okay. So. Jetzt entschuldige ich mich bei Lukas für die permanente Unabgängigkeit. Bitte. Du hast das Wort. Zwei Minuten. Ja, es ist eigentlich alles klar. Es ist eigentlich auch schon alles gesagt. Aber ich würde eher sagen tatsächlich, dass wir uns konstruktiv Gedanken machen fürs nächste Mal, ob wir nicht die Verwaltung professionalisieren sollen mit ein bis zwei, 400 Euro Stellen, die einfach mal so diese große Arbeit abfangen, Mitgliedsanträge eingeben und so weiter. Ich denke, das würde den Vorstand massiv entlasten und er könnte wieder politische Arbeit leisten. Vielen Dank. Ja, Kai Schmalbach, aktuell zweiter Vorsitzender. Ich schließe mich meinem Redner, meinem Kollegen Alex Reinsch vollumfänglich an und ich möchte nochmal darauf hinweisen auch, dass die Höhe des Gehaltes unter anderem auch bestimmt, wer sich dafür überhaupt bewirbt am Ende. Das heißt, mit dem Gehalt, was du jetzt vorsiehst, würden sich eher nicht so viele bei uns melden, weil wir alle nicht so schlecht verdienen. Also das ist ein Problem, das sich nicht auflöst. Und da eklatante Summen einzusetzen, führt tatsächlich dazu, dass alle das wollen. Also ich halte das auch in Zukunft für nicht möglich in der Piratenpartei. Stattdessen tatsächlich Zuarbeit, Leute einstellen auf Halbtagsbasis oder was immer, aber so nicht. Danke. Ja, dazu nochmal einmal kurz was sagen. Einmal die Höhe da, das soll natürlich nur eine Entschädigung sein für die Zeit, die man da einwendet. Aber vielleicht ist es schon aufgefallen, eigentlich wollte ich nur die Diskussion, die wir jetzt gerade haben. Bitte. Ja, dann diskutieren wir mal weiter. Carsten Trojan, ich bin einer derjenigen, der diese 60 Stunden dort ableistet, Halbmitglied im Vorstand. Und ich möchte eigentlich nicht nächstes Jahr dann zur Wahl mich wieder aufstellen und dann Gegenkandidaten haben, die nur dort stehen, weil da Geld im Spiel ist. Ich möchte Gegenkandidaten haben, die arbeiten möchten. Nichts anderes. Ja, liebe Piraten, wir haben ja schon sehr viel gehört. Ich denke, da sind wir uns doch relativ einig. Ich möchte nur darauf hinweisen, also generell für jemanden, der sehr viel Arbeit tut, der soll auch gerne seinen Gehalt dafür bekommen. Ich sehe nur, dass, wenn wir uns auf irgendeinem Betrag festlegen, wie hoch der auch sein soll, schließen wir explizit manche Leute aus. Vor allen Dingen, wenn es ein Vollzeitjob ist. Nicht jeder kann zwei Vollzeitstellen besetzen. Von daher wird man damit direkt schon mal die möglichen, der Pool an Kandidaten für unsere Vorstandsämter sehr, sehr einschränken. Deswegen bitte auch in der Zukunft, bitte überdenken, ob wir sowas wirklich wollen in jeder Art. Nur um zu vermeiden, dass jetzt im Antrag schnell Vorwürfe gemacht werden. Ich verstehe die Intention sehr wohl und ich finde die Intention auch insgesamt zunächst mal löblich. Aber die Ablehnungen, die hier von den Betroffenen vorgetragen wurden, halte ich für zutreffend. Vielen Dank. Der Kai hat sich vorgestellt, ich mache das auch. Mein Name ist Michel Marsching. Ich bin erster Vorsitzender in diesem Landesverband. Ja, überraschenderweise. Fitz, ich lehne den Antrag ab. Das habe ich dir vorher schon gesagt, weil ich die Befürchtung hatte und es hat sich jetzt bewahrheitet, dass wir über die Höhe dieses Gehaltes reden. Ich bin eher dafür, dass wir uns nach diesem Landesparteitag mal konstruktiv zusammensetzen und darüber reden, Aufwandsentschädigungen oder Ähnliches einzuführen. Denn wie Carsten gerade schon gesagt hat, ich bin für einen Vorstand, der arbeitet. Und wenn er bei einem Vorstand arbeitet, dann muss die Möglichkeit gegeben sein, ihn auch in irgendeiner Form zu entschädigen. Vielen Dank. Ja, ich möchte einfach nur noch mal sagen, dass der Antrag von gerade mit der Professionalisierung, also ein Büro in Düsseldorf zum Beispiel und dieser hier, dass sie wohl thematisch irgendwie zusammenhängen. Also ich als Neupirat hätte auch ganz gerne gehabt, dass ich mal eine Telefonnummer anrufen kann und einen Ansprechpartner habe. Und wenn ich dann jemanden zum Beispiel in Düsseldorf anrufen könnte als Interessent, fände ich das positiv. Und wenn das dann eine Vollzeitstelle ist, fände ich dann das noch besser, wenn es also so organisiert wäre. Und wenn es dann noch jemand ist, der Kompetenzen hat, beziehungsweise der im Vorstand sitzt, fände ich das noch besser. Und ich glaube, dass das ein Schritt in die richtige Richtung wäre, nur dann muss dann natürlich auch zu einem ordentlichen Gehalt passieren, wenn jemand die ganze Woche 40 Stunden für die Partei da ist, dann soll er auch entsprechend entlohnt werden, weil Arbeit muss entlohnt werden, das ist ganz klar. Auch wenn es hier auch viel um Ehrenämter geht und so weiter, aber Vollzeit, ich kann keine zwei Jobs gleichzeitig machen. Ich weiß nicht, wie lange die Vorstände das immer durchhalten können. Danke. Und nochmal was zur telefonischen Erreichbarkeit. Also es ist so, dass auch viele Leute E-Mails an uns schicken und dann bitte um Rückruf. Das wird eigentlich meistens erfüllt. Also ich nehme mir dafür immer die Zeit, die Leute zurückzurufen. Manchmal ist es natürlich besetzt oder keine Ahnung, ungültige Nummer, das ist ein bisschen merkwürdig. Aber diese Gespräche führen wir und wer telefonischen Kontakt haben möchte, kann das haben. Also das wird erfüllt. Alex, du hattest ja gesagt, dass du hier eigentlich eher eine Professionalisierung der Zuarbeit oder der Verwaltung wünschst. Und ich würde vorschlagen, dass vielleicht der Vorstand selbst zum nächsten LMV einen Vorschlag macht, wie das aussehen könnte, welche Stellen, wie man die trennen könnte und welchen Etat man dafür zur Verfügung stellt. Denn ich nehme an, dass der Vorstand selbst weiß, wie man welche Verwaltungsarbeit da von der eigentlichen Vorstandsarbeit abtrennen kann. Und dafür dann Stellen zu schaffen und ich fände das sinnvoll. Okay, nehmen wir mit. Ansatzweise hat Carsten das bereits angefangen und wir werden das auf jeden Fall weiter bearbeiten, auch jetzt nach dem Landesparteitag. Möchtest du noch abschließend was sagen, Herr Sandrich Speller? Sparen wir uns das. Ich ziehe den Antrag zurück. Ich wollte, wie gesagt, nur die Diskussion. Danke. So, dann kommen wir jetzt zu dem Eingeschobenen. Nein, ist zurückgezogen worden. Achso, Moment, stopp. Übernimmt den Antrag jemand? Du übernimmst den Antrag. Dann, okay. Dann müssen wir den Antrag abstimmen. Vorgestellt worden ist er ja. Ja, der Antrag, der jetzt gerade hier diskutiert worden ist. Okay, wird wieder zurückgezogen. Übernimmt den Antrag jemand? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Antrag ohne Befassung. Wir kommen zum nächsten Punkt. Das war der eingeschobene Tagesordnungspunkt von vorhin. über die Unvereinbarkeit. Da bitte ich jetzt um Wortmeldung oder Vorstellung. Hallo. Moment. So. Hallo. Ich bin Alexander Lungo, Politikwissenschaftler aus Bielefeld und Student im Master politischer Kommunikation. Es geht mir darum, mich ähnlich wie bei der Orientierung um die Scientology-Debatte, geht es mir hier um die Mitgliedschaft auszuschließen, beziehungsweise ein Positionspapier anzufertigen, dass die Mitgliedschaft in einer der folgenden Parteien oder Organisation mit der Mitgliedschaft der Piratenpartei NRW unverhandelbar ist. Ich zähle auf, NPD, DVU plus ARA in Deutschland als bekannte Terrororganisation unverhandelbar ist. Dazu die Begründung. Extremistischen Gedankengut jeglicher Natur dürfen wir keinen Raum bieten und geben, sei es von rechts oder links extremistischer Seite. Solche Leute können wir und dürfen wir in unserem Reihen nicht dulden, weil sie die Partei schädigen und ihre Ideen. Dankeschön. Zwei EUs. Kurz vorher, bevor ich jetzt die EU-Anträge behandle. Ich bitte um Ruhe. Es geht darum, dass der Antrag hier in keiner Schrift, also keinem wirklichen Wortlaut hier vorgebracht worden ist. Deswegen bitte ich nochmal um eine saubere Formulierung dessen, was hier Antragstext ist, ohne Begründung. Die Mitgliedschaft in einer der folgenden Parteien oder Organisation ist mit einer Mitgliedschaft in der Piratenpartei NRW unvereinbar. Und jetzt kommen die Beispiele, NPD, DVU plus ARA in Deutschland als bekannte Terrororganisation. Das ist der Antrag. Die Beispiele gehören mit zum Antragstext. Die Beispiele gehören mit zum Antragstext. Eine abschließende Liste? Ja. Okay, das ist eine... Es handelt sich um eine abschließende Liste. Okay. So, jetzt haben wir Geschäftshoffnungsanträge. Ich weiß nicht mehr, wo die ganzen alle herkamen. Da war der erste. Antrag auf Schließung der Rednerliste. Antrag auf Schließung der Rednerliste. Gibt es also Gegenrede? Vorsicht. Gegenrede formell begründet? Ruhe! Begründet. Okay, dann bitte ich dich mal eben kurz ans Mikrofon. Ich bitte nochmal explizit um Ruhe. Ich weiß, dass jetzt gerade so ein Antrag, der nicht in Schriftform vorliegt, sehr verwirrend ist, wir bereinigen das, aber das muss ruhig dafür sein. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass hier jede Menge Leute jetzt zum Mikro gelaufen sind und da natürlich dann auch irgendwie reflexhaft die Sorge besteht, dass das jetzt hier irgendwie länger dauert. Angesichts der Tragweite der Entscheidung, die wir jetzt hier treffen, finde ich es aber durchaus berechtigt, dass man dieses Thema ausführlich diskutiert. Gut, das war die Begründung der Gegenrede. Moment. Achso, warst du nicht fertig mit der Begründung? Warst du fertig? Nur noch kurz allgemein an die Versammlung. Wer andere Parteitage erlebt hat, wird feststellen, dass wir heute sehr häufig, sehr schnell zu dem Punkt gekommen sind, Rednerlisten zu schließen und Redezeiten zu begrenzen. Das hat Vorteile, aber auch Nachteile. Und wir haben eigentlich eine sehr offene Diskussionskultur hier auf diesen Parteitagen immer. Und ich möchte eigentlich, dass wir an diese Tradition anknüpfen und nicht damit brechen, dass wir Diskussionen vorschnell abwürgen. Und ich würde jetzt bei der Abstimmung über diesen Antrag das einfach mit berücksichtigen. Okay, gut. Gibt es... Entschuldigung. Ja, weiteren Gegenantrag gibt es nicht. Macht keinen Sinn. So, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist... Bitte? Es gibt nur eine Gegenrede. Eine Begründung. So, dann kommen wir zur Abstimmung über diesen Geschäftsordnungsantrag auf Schließung der Rednerliste. Ich bitte um Kartenzeichen, wer die Rednerliste schließen möchte. Ich bitte um Gegenzeichen. Puh, da müssen wir nochmal machen, weil das kann ich kein eindeutiges Bild erkennen. Nochmal, wer möchte die Rednerliste schließen? Ich bitte um Auszählung. Entschuldigung. Okay. Wie viel hast du? Okay. Dann entgegen, gegen... Draußen kommt die Meldung, ja? Genau. Draußen haben wir sechs dafür. Sechs dafür. Dann die Gegenstimmen bitte. So, drei sind dagegen von hier draußen. Okay, danke. Weiß nicht. Was hast du hier? Okay, dann ist die Rednerliste geschlossen. Gut. GO-Antrag. Noch, ja, Mikrofon. Okay. Ich hätte gerne ein Meinungsbild, ob wir diesen recht schwammig formulierten Antrag heute überhaupt abstimmen sollten. Okay. Dieses Meinungsbild hat jeder verstanden? Nein. Es geht darum, wer fühlt sich in der Lage, diesen Antrag abzustimmen? Den bitte ich jetzt um Stimmkartenzeichen. Wer fühlt sich nicht in der Lage, über diesen Antrag abzustimmen? Okay? Gut. Ich stelle fest, das Meinungsbild ist eindeutig negativ. So, gut. Dann kommen wir jetzt. GO-Antrag. Okay. Ja, ich glaube, das ist möglich. Ich bitte den Helfer der Versammlungsleitung oder jemand, dass er mal das Papier nimmt, da vorne zum Beamer bringt und zum Eintippen bringt. Und währenddessen öffne ich mit dem ersten Redebeitrag, bitte. Ja. Warte mal kurz. Noch mal kurz. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, in Bezug auf die Geschäftsordnung, da ist es so, wenn wir einen Antrag auf Schließung der Rednerliste haben, kann nur noch der reden, der vorstellen, also bevor dieser GO-Antrag gestellt wurde, schon auf der Rednerliste war. Ja, ich muss für mich gestehen, dass ich nicht genau aufgepasst habe, aber ich sehe zumindest im hinteren Bereich Leute, die zu dem Zeitpunkt sich noch hier vorne am Mikrofon aufgehalten haben. Zum Beispiel dem Pascal, also du hast hier gerade noch mit Nico zum Beispiel gesprochen. Ich würde der Fairness halber bitten, dass diejenigen, die noch nicht in der Reihe standen, sich bitte selber wieder von der Rednerliste streichen. Wir haben einen weiteren GO-Antrag. Mikro bitte, ich verstehe nichts. Es ist eher eine GO-Frage. Ich verstehe gar nicht, wie man jetzt... GO-Fragen bitte ans Gremium, nicht als GO-Antrag. Danke. Ja, aber Moment, wenn wir jetzt weitermachen... Dann formulieren wir einen GO-Antrag. Okay, ich beantrage, dass erstmal der Antrag, der gestellt wird und über den abgestimmt und diskutiert werden soll, so vorliegt, dass alle ihn verstehen können, bevor wir irgendwelche Entscheidungen treffen, wer in der Rednerliste... Der GO-Antrag ist nicht gültig und falls du zugehört hast, dann hast du bestimmt mitbekommen, dass wir gerade dafür sorgen, dass der in Textform hier an den Beamer gebrochen wird. So, und jetzt, da es keine weiteren GO-Anträge gibt, doch ein GO-Antrag. Pascal, bitte zum Mikrofon. Oh, hallo. Ich möchte einen GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Nur schriftlich. Danke. Damit hat Maik das Wort. Also, mein Wortbeitrag richtet sich im Wesentlichen an den Antragsteller, deswegen stelle ich jetzt zunächst den GO-Antrag auf Unterbrechung der Versammlung, bis der Antragsteller wieder vorne auf der Bühne ist. Welche Zeit? Für die Dauer, bis der Antragsteller wieder am Rednerpult ist und in der Lage ist, auf meinen Wortbeitrag unmittelbar zu reagieren. Okay, dann sind das fünf Minuten, wenn ich das mal so abschätze. Gegenrede? Ja. Kann der Antragsteller vielleicht nach vorne kommen und jemand anders den Antrag eintippen lassen? Eine Minute. Gut, dann singen wir alle jetzt ein Lied. Hat jemand einen Vorschlag? Bing, 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 bing. Ich, ich, nein, ich brauche für meinen Redebeitrag den Antrag nicht auf dem Bildschirm. Ich brauche nur den Antragsteller am Rednerpult. Frank? Ist schon abgelaufen. Ruhe bitte. Ne, der hat ja noch. So, okay, der Antragsteller ist hier. Maik, bitte, du hast das Wort, zwei Minuten. Danke für die Geduld. Lieber Antragsteller, in Paragraf 1 der Satzung der Piratenpartei Deutschland lautet der letzte Satz des ersten Abschnitts. Totalitäre, diktatorische und faschistische Bestrebungen jeder Art lehnt die Piratenpartei Deutschland entschieden ab. Dein Antrag ist damit bereits im ersten und wichtigsten Paragrafen unserer Satzung vollumfänglich abgedeckt. Und ich möchte dich daher bitten, diesen Antrag zurückzuziehen, da er keine neue Information zu unserer bereits bestehenden Satzungslage, die für ganz Deutschland in der Piratenpartei bindend ist, hinzufügen kann. Bist du bereit, deinen Antrag zurückzuziehen und uns allen mit der Versammlung fortfahren zu lassen? Ich wollte es in der Deutlichkeit klar machen und weil wir die Diskussion gehabt haben, apropos Scientology, dass wir vielleicht überhaupt diese Diskussion nochmal aufleben. Egal, ob es abgestimmt wird oder nicht, ist mir wichtig. Es ist mir wichtig in Bezug auf linksradikale Äußerungen oder rechtsradikale Äußerungen. Ob es jetzt dieser Antrag zugestimmt wird oder nicht, ist mir wichtig, dass es zur Meinung gekommen ist und thematisiert wurde. Dankeschön. Ich kann dir versichern, wenn es in Paragraf 1 der Bundessatzung steht, dann ist es schon mal thematisiert worden und mit einer satzungsgebenden Mehrheit von einem Bundesparteitag verbindlich dauerhaft beschlossen worden. Vielen Dank. So, da du scheinbar nicht zurückziehst, führe ich mal ein Beispiel aus unserem Dortmunder Stammtisch an. Da ging es darum, ob NPDler, also frühere NPDler, die heutzutage ihre Sinne gewandelt haben, ob die berechtigt sein sollten, in der Piratenpartei zu dienen, sage ich mal. Und wenn man wirklich nicht mehr diese totalitären etc. Systeme unterstützt, dann finde ich es richtig, nicht von der Piratenpartei ausgeschlossen zu werden, weil jeder mal eine Jugendsünde macht oder was weiß ich. Scientology ist da was anderes, da gehört schon einiges dazu. Und dann würde ich gerne noch wissen von dir, kannst du die in Deutschland bekannten Terrororganisationen vollständig nennen? Nicht alle, aber mir fallen bestimmt vier oder drei dazu ein. Soll ich jetzt nennen, Hamas zum Beispiel oder PKK? Oder, ja, mir momentan, wegen der Aufregung, tut mir leid, können wir alle Wikipedia oder googeln. Gut, also wäre es wirklich gut, wenn du das Ding zurückziehen würdest. Okay, ich ziehe es zurück. Danke. Also der Antrag ist zurückgezogen vom Antragsteller. Ich habe gleichzeitig einen GO-Antrag, der dadurch aber weiterhin aktuell bleibt. Ich suche dich gerade, Pascal. GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Nach den Satzungsänderungsanträgen wird ein Tagesordnungspunkt Stellungnahme zu demokratiefeindlichen Positionen eingefügt. Und der Pascal möchte das gern begründen. Ähnlich wie bei der vorherigen Sache mit Scientology oder jetzt bei diesem Brandordnungspunkt ist ja großer Distriktionsbedarf da. Und die Erfahrung auf anderen Parteien hat ja Zeit, dass, wenn wir eine Nacht darüber schlafen, vielleicht beim Bierchen heute etc., wir auch auf jeden Fall etwas erarbeiten können, eine Stellungsnahme, die wir morgen mit Mehrheit verabschieden können. Deshalb würde ich euch raten, lasst die Gemüte etwas runterkommen, lasst uns heute Nacht darüber reden und morgen diesen Punkt doch mal aufgreifen, weil der beschäftigt viele, viele Leute. Der Antrag ist zwar jetzt zurückbezogen worden, aber damit sind die Emotionen und die Bedürfnisse, unsere Bedürfnisse sind noch nicht glätt und wir sollten morgen vielleicht dann doch einen Tagesordnungspunkt nochmal draufsetzen, wo wir da eine Position zu beziehen. Okay, gibt es dazu Gegenrede? Ich sehe ja, begründet. Ich bin der Meinung, dass die Meinungsbildung generell innerhalb der Piratenpartei nicht nur auf dem Landesparteitag stattfinden sollte und dass es natürlich okay ist in dringenden Fällen, auch Sachen, wenn es nach Satzung möglich ist, spontan hier einzubringen. Ich fände es aber gut, wenn wir in der Regel die Dinge ausreichend Zeit vorher einbringen, sodass die Leute vorher schon darüber diskutieren können, sich eine Meinung bilden können und wir nicht einfach spontan hier jede Menge Anträge reinschmeißen und dann spontan darüber abstimmen. Insofern bin ich dagegen, das jetzt hier noch einzufügen. Okay, dann stimmen wir diesen GO-Antrag ab. Wer ist dafür, dass dieser GO-Antrag so angenommen wird, wie der Pascal ihn gerade vorgestellt hat? Also morgen wird das sein, nach den Satzungsänderungsanträgen diesen Punkt mit aufzunehmen. Wer ist dagegen? Okay, der GO-Antrag ist abgelehnt in der Form. Der vorliegende Antrag ist zwar zurückgezogen worden, natürlich hat aber noch jemand die Möglichkeit, den Antrag gegebenenfalls zu übernehmen. Möchte den Antrag jemand übernehmen? Der André möchte ihn übernehmen. Das ist gut, oder? Cool! Ja, dann kommen wir direkt auf, wenn man sagt, man hat den Regeln jetzt zu und dann hat sie ihn weggelehnt. Das ist super. Ja, alles klar. Dann kannst du direkt auf die Seite. Nee, du kannst nicht. Ja, doch, als Letzter kann man das als Ein-Hallstelle, als Ein-Hallstelle, dann kann man das die Möglichkeit zum Letzter. Okay, der André hat noch das Wort dazu. Ansonsten, die Rednerliste ist nach wie vor geschlossen. Als Antragsteller darf ich ja jetzt das letzte Wort haben. Ihr habt natürlich recht, dass es grundsätzlich... Hört man nicht? Doch. Ihr habt natürlich recht, dass das grundsätzlich im Paragraf 1 der Satzung steht. Das Problem ist, das steht da sehr schwammig. Und man könnte jetzt auch so etwas sagen, wie das NPD und Co. ja verboten wären, wenn das, was bei uns im Paragraf 1 ausgeschlossen ist, zutreffen würde. Sind sie nicht? Und deshalb ist es schwammig. Das ist eine Konkretisierung, die finde ich grundsätzlich richtig. Ob in dieser Form, ich hätte es auch besser gefunden, darüber zu schlafen, aber ich würde das gerne trotzdem abstimmen, weil ich finde diese Parteien scheiße und ich finde das auch tatsächlich unvereinbar. Also, es... Es gibt einen GO-Antrag. Gibt es einen Antrag auf Öffnung der Rednerliste? Gut. Mir ist gerade eingefallen, dass ich den ganz dringend zurückziehen muss. Also, der André zieht den Antrag zurück. Ich danke dir dafür, dass du den zurückziehst und frage dennoch, ob den jemand übernehmen möchte. Glücklicherweise findet sich niemand, der den Antrag übernehmen möchte. Damit machen wir weiter mit der Tagesordnung. Ja, wir kommen dann zu den Satzungsänderungsanträgen. Übrigens habe ich in der Zwischenzeit wieder die Versammlungsleitung übernommen. So, da brauche ich... Bitte. Oh, wir haben noch einen vergessen. Kurze Beine, kurze Wege. Also, wir haben noch die Unterstützung der Initiative Kurze Beine, kurze Wege. Antragsteller ist eigentlich der Kemal, aber ich sehe den Bernhard, der dazu was sagen möchte. Ja, hallo Piraten. In dieser Initiative geht es um einen konkret vieler Eltern nervenen Umstand, nämlich das Bekenntnis Schulen und Kindergärten eben nach dem Bekenntnis die Erzieher, die Angestellten und die Kinder darin auswählen. Dies soll im Sinne der Kinder, dass die eben zu dem nächstgelegenen Schulkindergarten eben hinkommen können, dass die Schulen die Kinder nicht abweisen, nur aufgrund des Bekenntnisses eben abgelehnt werden. Also, das heißt, dieser Antrag beschreibt eben das, dass man eben die Bekenntnisschulen im Endeffekt abschafft, dass das, da die ja eh zu über 90% steuerfinanziert sind, sollen die auch alle Kinder in der Umgebung eben annehmen müssen, die sich da bewerben, nach den normalen Kriterien, also uns die Lehrkräfte nach Qualifikation und nicht nach Bekenntnis, nicht nach nicht-qualifikationsgetriebenen Kriterien. Dieser Antrag wurde, haben wir schon in Bonn abgestimmt, der wurde dort fast einstimmig angenommen oder einstimmig angenommen und bitte darum auch den LPT das so zu halten. Ich setze mich selber auf die Rednerliste, der Pascal ist zuerst an. Ich hatte erstens gewundert, was der Inhalt des Textes ist, weil kurze Beine, kurze Wege ist mir in etwas anderem Zusammenhang bekannt, auch kommunal. Also, da geht es letztlich darum, dass es Schulbereichsbeziele gibt und ob die Eltern auch so rundherum, zu welchen Schulen die gehen können. Jetzt sehe ich aber gerade im Text, da geht es um eine ganz andere Sache, sondern um Diskriminierung oder Ausschließung an Schulen teilzunehmen. Deshalb, also weil diese kurze Wege, kurze Beine sagen überparteilich auch alle kommunal bei uns im Stadtrat, sollen wir umsetzen, hat aber einen ganz anderen Hintergrund. Deshalb würde ich gerne diesen Antrag auf morgen schieben lassen, damit wir uns das nochmal angucken können. Auf was? Auf morgen schieben? Ja. Der Antrag steht ja jetzt seit vier Wochen. Wie lange haben sich alle angeguckt, nehme ich an? Kein Problem, wir können uns abstimmen. Ich wollte nur den Hinweis geben, kurze Beine, kurze Wege steht eigentlich im anderen Zusammenhang, dieser Begriff. Es steht im Zusammenhang damit, dass Eltern, es gibt diese Schulbereichsbezirke und es steht da, wir können gerne noch in einem Detail darüber reden, ich müsste da auch nochmal nachlesen, aber es steht darum, dass Eltern sich die eigene Schule aufsuchen können, in ihrem Bezirk oder überbezirklich. Und inhaltlich ist es aber etwas ganz anderes. Deshalb habe ich gerade den Spitalen Einfall gehabt, dass uns eventuell ein Missverständnis hervorrufen kann. Dies ist aber, so wie das in dem Antrag formuliert wird, einer der Hauptärgernisse eben, was aktuell in NRW eben existiert, als einem der letzten Länder eben in Deutschland überhaupt. Ja, ich bin der Herr Erz. Ich habe eine Frage dazu. In dem Antrag ist eine Auflistung von drei Punkten. Sind das alle Forderungen dieser Initiative, die drei Punkte, die hier erwähnt sind? Die Initiative geht noch unwesentlich darüber hinaus, aber das sind die Hauptpunkte. Also, meines Erachtens ist es so, dass da durchaus deutlich mehr Punkte noch aufgeführt sind, auf der Homepage auch von denen. Ich kann die jetzt nicht einzeln aufzählen, aber für mich persönlich ist der Antrag so nicht abstimmbar. Ich wollte jetzt eigentlich fast das Gleiche sagen. Das Zweite, was ich einfach sehe, wir sind im laufenden Schuljahr, jetzt ist es sowieso vorbei. Es kann sowas nur vor dem Schuljahr, nach dem Schulgesetz von NRW verabschiedet werden. Dass man Initiativen unterstützt, anstatt es als Parteiprogramm einzubringen, kann ich nicht nachvollziehen. Gibt es in den Schulausschuss oder in unseren AK-Bildungen, dann haben wir für den nächsten Parteitag ein Programm, was wir zur nächsten Einschulung entsprechend fordern. Danke. Also, wenn wir über diesen Antrag abstimmen, hätte ich gerne, dass wir tatsächlich über diese drei Punkte, die da stehen, abstimmen. Von mir aus sogar gesondert und als geänderter Antrag. Diese drei Punkte sind durchaus relevant. Ich kann dazu noch ein Beispiel bringen. Also, ich komme vom Ländlichen. Meine Frau arbeitet in Kevela an einer Schule, wenn einem das was sagt, das ist ein Wallfahrtsort. Da ist es tatsächlich so, dass muslimische Kinder gezwungen werden, an der katholischen Schule katholischen Religionsunterricht mitzumachen. Das führt dazu, dass die muslimischen Eltern hingehen und ihre Kinder zu anderen Schulen schicken, wo es Islamunterricht gibt, obwohl die nicht im Dorf sind. Und damit fahren irgendwie die Eltern zwei, drei Dörfer weiter. Das muss alles nicht sein. Und deswegen diese drei Punkte, die da stehen, die sollten wir durchaus unterstützen. Danke. Also, ich sehe in diesem Schreiben oder Resolution zwei Probleme. Einmal das mit den Bekenntnisschulen, das kann ich voll und ganz unterstützen. Zum anderen, kurze Beine, kurze Wege, kann ich auf keinen Fall unterstützen. Wenn jetzt jemand im Stadtteil, wo besser Privilegierte wohnen, gehe ich mal davon aus, dass die Schulen da auch ganz anders laufen, wie im Prekariaren Bereich, wo die Hauptschulen vielleicht mehr Streitigkeiten oder die Schulgemeinschaft nicht so gut ist, dass also die Kinder gezwungen werden, in dem Stadtteil, in dem sie leben, da auch zur Schule gehen müssen. Ich bin also für Schulfreiheit in der ganzen Stadt und nicht eben da, wo ich gezwungen bin, als Kind oder als Eltern zu leben, da meine Kinder auch zur Schule zu schicken. Die Intention ist auch genau umgekehrt. Also nicht, dass man dort, wo man lebt, eben gehen muss. Was? Ich glaube, da ist Interpretationsfrage. Deshalb eben auch die Unterstützung der Initiative, weil das dort wesentlich ausführlicher eben beschrieben ist, als es hier überhaupt beschrieben werden kann. Das war jetzt eben, jeder hatte jetzt sechs Wochen Zeit, sich mal darüber zu informieren. Ich denke, das haben alle getan. Und darum, es ist auf jeden Fall eine sehr unterstützungswürdige Initiative von Eltern, die eben sich nicht durch Konfessionen und Ähnliches einschränken lassen wollen, wohin sie ihre Eltern schicken wollen, wohin sie ihre Kinder schicken wollen. Und dies ist zurzeit eben der Fall. Dies wäre eben eine deutliche Maßnahme, eben auch in Richtung eines Familienprogramms, damit wir eben auch die Eltern eben nicht hier weiter so ausgrenzen, beziehungsweise eben nicht ausgrenzen, aber nicht direkt ansprechen, wie es aktuell ist. Okay, wir haben keine weiteren Redebeiträge. Damit stellen wir diesen Antrag zur Abstimmung. Wer ist dafür, dass wir dem Antrag so zustimmen? Machen wir die Gegenprobe. Wer ist dagegen? Ja, würde ich gerne auszählen lassen, Olaf. Also nochmal, wer ist für diesen Antrag? So, also draußen haben wir zwei dafür. Okay, dann machen wir auch hier nochmal die Gegenprobe dann. Wer ist dagegen? So, draußen haben wir auch zwei dagegen. Okay, damit ist der Antrag angenommen. Danke. Ich danke euch. Nehmt das von der Leyen. Noch eine Bitte an jeden, der sein Stimmkärtchen hebt. Wenn wir auszählen, ist es besonders wichtig, dass wir die Frontseite sehen. So ist es sehr schwierig. Knapp, aber drin. So, dann kommen wir jetzt zu den Satzungsänderungsanträgen. Oder Ansgar, hast du noch was anderes für mich? Okay, kannst du mir den ersten Satzungsänderungsantrag, da haben wir ihn schon. Wir haben ja hier die Teilseiten, die sich vorwärts verantworten, dass es für mich geschätzt wird. Also in welche Reihenfolge das ist. Ja, okay. Also ob wir den Satzungsantrag, das werden so in den Konträgen behandeln, oder ob wir die Ergänzungsanträge beantworten, das werden so in den Konträgen behandeln. Okay. GO-Antrag habe ich gesehen, Frank. Ansgar, kannst du mir einmal nochmal die Tagesordnung, die wir abgestimmt haben, an die Wand schmeißen? Und dann haben wir welchen GO-Antrag, Frank? Ich stelle den Antrag auf Verschiebung der Tagesordnung, wenn der da gleich kommt. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Irgendwo gibt es da so einen Punkt U-Boot-Satzung, Gesamtneusatzung, weil ich sehe es nicht ein, am Anfang über Satzungsänderungsanträge zu stehen, um danach zu entscheiden, dass wir die ganze Satzung wieder löschen. Deswegen diesen Punkt ganz nach vorne machen. Da drüber die Diskussion. Die Tagesordnung sieht jetzt vor, dass wir uns entscheiden. Bitte? Schmeiß bitte nochmal genau den Punkt der Tagesordnung bitte vorne ran, der jetzt dran ist. Also nicht die einzelnen Satzungsänderungsanträge, sondern die eben abgestimmte Tagesordnung. Da steht nämlich das drauf, was der Alex gerade gesagt hat. Wir müssen uns also jetzt erstmal entscheiden, welche Anträge wir zuerst behandeln, sprich die tatsächlichen Satzungsänderungsanträge an der bestehenden Satzung oder ob wir uns eben damit mit den U-Boot-Anträgen beschäftigen wollen, die ja letzten Endes den kompletten Austausch der Satzung vorsehen. Das ist der Tagesordnungspunkt, der jetzt behandelt wird. Wir diskutieren jetzt darüber, ob wir erst die Satzungsänderungsanträge an der bestehenden Satzung diskutieren und behandeln wollen oder die komplette Satzung. Dann ziehe ich den GO-Antrag zurück, weil da war ja schon der erste Satzungsänderungsantrag der alten Satzung. Ich habe den nächsten GO-Antrag vom nächsten Frank. Genau, mein Gott, ist das tief. Und zwar ein GO-Antrag auf Einholung eines Meinungsbildes. Und zwar möchte ich gerne wissen, ob die Versammlung auf eine Abstimmung zum Austausch der Satzung, also Satzungsänderungsantrag U1, gleich verzichten möchte. Und damit den beteiligten und interessierten Piraten die Gelegenheit bietet, endgültig gemeinsam über eine Satzung zu finden. Nicht jetzt hier in einer Kampfabstimmung zu einer Satzung zu kommen, sondern nochmal sich zusammenzusetzen, eine gemeinsame Satzung zu erarbeiten und die auf dem nächsten LPT vorzustellen. Also Meinungsbild auf die Abstimmung zu U1 zu verzichten. Das ist mein Antrag. Ja, du hast jetzt ja noch mehr gesagt, sage ich mal. Aber deine Meinungsbildabfrage ist nur, ob wir auf den Antrag U1 verzichten sollen. Auf die Abstimmung zu dem Antrag U1 verzichten, weil der ist ja auf der Tagesordnung, den kriegen wir ja nicht weg, soweit ich weiß. Ja, okay, das Meinungsbild können wir ja einholen. Genau. Wenngleich ich die technische Abwicklung für schwierig finde. Meinungsbild, ob wir auf die Abstimmung... Was dann passiert, muss der Antragsteller möglicherweise entscheiden. Okay, alles klar. Also, wir wollen ein Meinungsbild haben, ob wir auf die Abstimmung zu U01 und die folgenden U-Anträge verzichten wollen. Verzichten wollen, mit dem Hintergrund etwas nochmal gemeinsam zu erarbeiten. Genau. Okay. Wer ist dafür, dass wir darauf verzichten, auf die U-Anträge? Okay, wer ist dagegen? Ja, das ist ein deutliches Meinungsbild, dass wir die abstimmen wollen. Okay, der... Nein, du hast deinen auch zurückgezogen. Dann ist der Gröfahrt. Ich hoffe, ich verstehe das richtig. Wir sind immer noch bei dem Punkt, welchen von den Anträgen wir zuerst behandeln. Ja, dann möchte ich mich dafür aussprechen, dass wir U01 zuerst behandeln. Und zwar aus folgendem Grund. Es würde sehr wenig Sinn machen und wir haben alle nur eine begrenzte Lebenszeit, jetzt die bestehende Satzung zu verändern, die ganzen einzelnen Anträge durchzugehen, am Ende eine geänderte Satzung zu haben und dann über U01 zu reden und das alles wieder in die Tonne zu schmeißen und wieder von vorne zu beginnen quasi. Den möchte ich hier gerne beantworten. Also ich sehe das ein bisschen anders. Es ermöglicht uns halt, wenn wir erst die anderen und danach U01 machen, können wir sagen, okay, die Satzung, die wir jetzt haben, haben wir es geschafft, die mit den Anträgen hinzubekommen, zu fixen oder nicht? Und wenn wir Meinung sind, nee, haben wir nicht gefixt und die Art und Weise, wie die Satzung danach aussieht, ist nicht zufriedenstellend und da würde die U-Satzung besser sein, dann können wir die auch immer noch abstimmen. So, und da war ein GO-Antrag auf? GO-Antrag auf Einholung eines Meinungsbildes. Formulierst du das bitte? Ja. Entscheidungsfrage an die Versammlung. Haltet ihr U01 für zustimmungsfähig, ja oder nein, um mögliche Diskussionen darüber abzukürzen? Ja, der Mike fragt, ob ihr U01 als zustimmungsfähig, hast du gesagt, zustimmungswürdig empfindet. Dann bitte jetzt euer Stimmkärtchen in die Luft. Wer hält U01 für nicht zustimmungsfähig? Okay, das stelle ich fest, die Mehrheit hält U01 für zustimmungsfähig. Okay. Angesichts dessen, wenn ich auf der Rednerliste stehe, angesichts dessen, dass die Mehrheit U01 offensichtlich für zustimmungsfähig hält, würde ich vorschlagen, dass wir den Vorgang darüber abkürzen und die Aussprache über U01 auf, sagen wir mal, ein notwendiges Minimum, ohne irgendjemandem das Wort abschneiden zu wollen, ein notwendiges Minimum zu halten, da es offensichtlich ist, dass es eine Mehrheit gibt, die über U01 abstimmen möchte. Vielen Dank. So, dann haben wir den Bernhard, der dazu was sagen möchte. Oder ihr schiebt noch ein bisschen, ja? Alles klar, der Berner möchte hinter mir drankommen, weil der Letzte hat immer mehr zu sagen. Ich wollte kurz antworten... Ich wollte kurz antworten auf das, was Alex gerade gesagt hat. Mir geht es tatsächlich darum, dass wir U01 deswegen diskutieren sollten, weil dort mehr Fixes drin sind, als überhaupt an Satzungsänderungsanträgen für die aktuelle Satzung gegeben sind. Sollte U01 abgelehnt werden, haben wir überhaupt gar kein Problem damit, alle anderen U-Anträge sofort in die Tonne zu schmeißen und mit der Diskussion über die anderen Anträge zu beginnen. Ja, das nehmen wir so zur Kenntnis. Andererseits, die meisten der anderen Satzungsänderungsanträge sind von mir. Trotzdem schlage ich vor, über die U01 zuerst abzustimmen. Dies hat praktische Gründe, auch wegen der Lebenszeit, wie gesagt. Und ich halte meine Bemerkungen zu U01, werde ich dann los, wenn es soweit ist. Danke. Entschuldigung, das ist jetzt kein Redebeitrag, das ist nur mal die Frage, worüber reden wir jetzt? Weil die Satzung ist ja noch gar nicht vorgestellt worden. Wir reden derzeit rein über die Reihenfolge, was wir abstimmen wollen. Okay, damit zieht sich der eine oder andere Grad von der Rednerliste zurück. Frank ist jetzt dran. Bitte. Da ich es mir ja auch alle durchgelesen habe, ich kann nur so sagen, man sollte erst über U01 unterhalten und die Leute, die die anderen Satzungsänderungsanträge gestellt haben, können ja schon mal gucken, weil eigentlich hat sich in den Paragraphen nicht viel geändert, ob sie danach das auch auf die neue Satzung als Änderungsantrag wünschen oder nicht. Danke. Okay, gibt es weitere Redebeiträge dazu? Ansonsten würde ich das gerne zur Abstimmung stellen. Nein, das scheint nicht der Fall zu sein. Ich bitte jetzt um entsprechendes Handzeichen, wenn ihr dafür seid, erst die Änderungsanträge an der bestehenden Satzung, also nicht U01 abzustimmen, dann bitte jetzt das Kärtchen nach oben halten. Okay. Also, erst die Änderungsanträge zu behandeln. Wer dafür ist, bitte jetzt das Kärtchen hoch. Also, bitte. Also, ich stelle jetzt die Frage, entweder behandeln wir zuerst die Änderungsanträge, die die bestehende Satzung betreffen. Das sind die Änderungsanträge 2 bis 12. Das sind die Änderungsanträge 2 bis 12 und OBY1 bis 7, die Anträge... Das ist separat. Okay. Und die Alternative ist halt, erst die U-Anträge zu bearbeiten. Das sind die Anträge U01 bis U05 und U101 bis U103. Diese U-Anträge ersetzen die komplette Satzung, wie sie momentan ist. Alle anderen Anträge, ja, sind eben klassische Änderungsanträge an der bestehenden Satzung. Also, wer ist dafür, dass wir zuerst die Anträge 2 bis 12 und OBY1 bis 7 bearbeiten? Was? Ja, keine Ahnung, was O, OBY1 ist. So, und jetzt, wer ist dafür, dass wir die U-Anträge zuerst... Ja, Dankeschön. So, damit haben wir eine weitere Tagesordnung. Wir behandeln jetzt erst die Anträge U01 bis U05 und fangen dann natürlich mit U01 an und da darf ich die Antragsteller oder einen Antragsteller oder wen auch immer auf die Bühne bitten. Ich selber bin ebenfalls Mitantragsteller, werde daher die Versammlungsleitung an den Alex übergeben. So, ja, wer von euch stellt vor, wir haben immer noch eine Redezeitbegrenzung von zwei Minuten, deswegen stelle ich selber den GO-Antrag auf Aufhebung der Redezeitbegrenzung und du hast einen Gegenantrag. Du möchtest abstimmen, okay. Dann, wer ist für den Antrag auf Aufhebung der Redezeitbegrenzung? Wer ist dagegen? Okay, damit ist die Redezeitbegrenzung aufgehoben. Ihr habt jetzt die freie Zeit, den vorzustellen. Bitteschön. Es war mir ja klar, dass ich wieder ran muss. Also, ich stelle vor den Antrag U01, die sogenannte U-Boot-Satzung. Und zwar geht es bei dieser Satzung um Folgendes, wir haben seit Januar 2011 versucht, aus den Satzungsfragmenten, die wir hatten, und zwar aus der Reboot-Satzung inklusive ihrer Überarbeitung, aus der aktuellen Satzung, aus den Anmerkungen zu der Reboot-Satzung, sowohl von PG-Struktur als auch PG-Satzung, als auch der Bundes-AG-Recht und so weiter und so weiter. einen Satzungskompromiss zu finden, der so viele wie möglich Mitglieder im Landesverband mitnimmt und ihnen die Werkzeuge an die Hand gibt, die sie gerne selber benutzen wollen. Wir wollten keine Festlegung auf eine Verbandsstruktur, wir wollten keine Festlegung auf eine Crewordnung, sondern wir wollten etwas dazwischen, wo jeder Pirat jederzeit in dem Gebiet, wo er sich engagieren möchte, an die Mittel kommt, politische Arbeit zu leisten. Das größte Problem natürlich, und das spreche ich auch direkt am Anfang deswegen an, ist, dass wir am Ende immer über Geld streiten. Wir hatten eine Konferenz, in Anführungszeichen, ein Treffen, zweimal, zwei Treffen mit der Schatzmeisterin, wo es darum ging, wie verteilen wir die Mittel aus der Parteienfinanzierung, die Mittel der Mitgliedsbeiträge, das ist klar, wie verteilen wir die Mittel aus der Parteienfinanzierung. Und am Ende fand sich zweimal eine große Mehrheit dafür, einen Verteilungsschlüssel anzuwenden, wie wir ihn hier vorschlagen. Am Ende fand sich eine große Mehrheit bei unseren Diskussionen dafür, dass wir den Piraten vor Ort freistellen, ob sie einen Verband gründen oder nicht. Es fand sich eine große Mehrheit dafür, dass wir die sogenannten virtuellen Kreisverbände einführen. Dort, wo es keinen tatsächlichen Kreisverband gibt, dort wird ein Konto eingerichtet, wo genau die gleichen Mittel hinfließen und wo jeder Pirat innerhalb dieses Gebietes, wenn er für dieses Gebiet arbeiten möchte, mit dem Geld darauf auch Zugriff erhält. Und dabei ist es egal, ob er in einem Verband organisiert ist, in einer Crew, in einem Stammtisch oder in irgendwas anderem, eine Piratenfamilie. Schiedegal, diese Piraten haben Zugriff auf das Geld in ihrem lokalen Bereich. Das ist der Kernpunkt. Darüber streiten wir am meisten. Alles andere sind Verbesserungen, sind Zusammenfassungen aus den verschiedenen Satzungen, sind Anpassungen an das tatsächliche Piratenleben, wie wir es erlebt haben im letzten Jahr beziehungsweise in den letzten anderthalb Jahren, seitdem der Kuschelkreis begonnen hat. Und wir haben das Ganze zusammengefasst, wir haben das Ganze veröffentlicht. Ich hoffe, dass so viele wie möglich sich diese Satzung angeguckt haben. Es macht meines Erachtens nach, da können meine Co-Autoren gerne einspringen, keinen Sinn, jeden Paragrafen einzeln durchzugehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr Fragen habt zu der Satzung, dass ihr die einfach stellt, dass wir vielleicht Dinge, die unklar sind, aufklären können. Wir selber wissen von einigen kleineren Fehlern, die in dieser Satzung enthalten sind. Aber wir sind der Meinung, das ist immer noch die bessere Lösung gegenüber dem Konstrukt, wie wir es jetzt haben. Und Fehler, die wir jetzt finden, können wir beim nächsten Landesparteitag mit einem einfachen Änderungsantrag ausbügeln. Dankeschön. Im Laufe der Zeit, als diese Satzung bearbeitet wurde, gehörte ich zu denjenigen Leuten, die ab und an mal, wenn ich Zeit dazu hatte, an dieser Satzung mitgearbeitet haben. Die Gruppe derjenigen, die die Satzung geschrieben hat, war stets offen für jede Mitarbeit. Und mir wurde nie zum Vorwurf gemacht, nicht zu denen zu gehören, die jede Sitzung oder jede Stunde und immer dabei waren, sondern ich konnte im Grunde kommen und gehen, wie ich wollte. Ich konnte jederzeit Anmerkungen, Fragen und Korrekturen anbringen. Und insofern fand ich diese Arbeit, die da geleistet wurde, hervorragend, weil sie in einer Art und Weise offen war, wie es für die Piratenpartei typisch ist. Ich finde diese Arbeitsweise, die da an den Tag gelegt wurde, es wurde großartig, man hat sich vor niemandem verschlossen, niemand wurde ausgeschlossen, alle konnten jederzeit mitmachen, sofern sie sich dafür interessiert haben. Daher möchte ich zunächst mal die Gruppe von Leuten, ich stehe als quasi siebeneinhalbter mit unter den Antragstellern, erstmal dafür bedanken, dass man meinen Namen mit in die Liste der Antragsteller aufgenommen hat, denn ich habe einen der eher geringeren Teile beigetragen. In dieser Satzung, das habe ich oft gehört, denn ich bin im Regierungsbezirk Köln ein bisschen rumgekommen, steht für den einen oder anderen, der eine oder andere Punkt, dem man nur halb oder vielleicht gar nicht zustimmen kann. Die meisten Piraten, mit denen ich gesprochen habe, sehen aber in dieser Satzung, eine Satzung, mit der man zu 80 oder 90 Prozent ohne weiteres zustimmen kann, bei den anderen 10 Prozent vielleicht noch Redebedarf bestehen. Aber seien wir doch mal ehrlich, niemals kann man es allen auf einmal recht machen. Und hier die jetzige Satzung, die wir hier ausgearbeitet vorliegen haben, ist eine Satzung, die entstanden ist unter der Prämisse, wie es mein Vorredner schon sagte, so viele Leute wie irgend möglich mitzunehmen, zu viele Kritikpunkte aufzugreifen und auszuarbeiten und niemanden auszuschließen davon, sich selbst in dieser Satzung wiederzufinden, dass keine Organisationsform ausgeschlossen wurde und auch keine Art und Weise innerhalb der Piratenpartei zu arbeiten. Diese Satzung ist entstanden, wie ich finde, unter der Prämisse, eine harmonische Lösung zu finden, mit der jeder leben kann. Wenn es tatsächlich am Ende so sein sollte, dass euch der eine oder andere Aspekt dieser Satzung nicht gefällt, dann bitte ich euch, Folgendes zu tun. Stimmt dieser Satzung zu. Es ist der größtmögliche Konsens, den Dutzende von Leuten in vielen Monaten ausgearbeitet haben. Und die einzelnen Stellen daran, die euch nicht gefallen, die könnt ihr ohne weiteres durch Satzungsänderungsanträge korrigieren lassen. Diese Satzung ist eine Konsensfindung und ich würde es schön finden, wenn die Piratenpartei in einer Weise brillieren würde, wie ich sie bisher kennengelernt habe, nämlich durch die Fähigkeit zum Dissens, indem man zusammenarbeitet und sich auf Dinge einigt, auch dann, wenn man nicht vollständig miteinander einverstanden ist und wenn man über einzelne Punkte immer noch weiter streitet. Denn ich glaube fest daran, dass diese Satzung in ihrer Gesamtheit immer noch weit besser ist als die alte Satzung, egal wie viele Korrekturen man an der alten Satzung vornimmt. Ich bitte euch um Einigkeit, ich bitte euch um Befürwortung dieser Satzung. Vielen Dank. Ich muss noch einen kurzen Satz loswerden und zwar zur Aufklärung, weil ich gefragt wurde. In dieser Satzung gibt es ein paar Abschnitte, da steht optional drüber. Da, wo wir optionale Abschnitte als U02 bis, ich glaube, 8 oder sowas eingereicht haben, ist es so, dass wir geguckt haben, dass ein Abschnitt möglichst mehrheitsfähig ist und ein weiterer alternativer Vorschlag möglichst abstimmfähig ist, sodass wir am Ende sagen können, wer diese Satzung möchte, zum Beispiel mit der Finanzierung, wer diese Satzung möchte, mit einem anderen Schlüssel, dem haben wir den anderen Schlüssel als optionalen Antrag hinterher angehängt. Wir können diese Satzung durchaus mit dem ersten Schlüssel beschließen und gleich den optionalen Verteilerschlüssel hinterher sofort ändern. Dafür ist ein optionaler, dafür ist ein Änderungsantrag sofort hinten angehängt. Das nur zur Klärung. Das war die Vorstellung. Jetzt ist die Rednerliste geöffnet. Ich bitte um die erste Wortmeldung. Gut, mir wurde auf unseren Stammtischen schon einiges über diese neue Satzung erklärt, aber dadurch, dass ich vor guten 60 Stunden halt Hals über Kopf diesem LPT zugestimmt habe und dann gekommen bin, was sind so die Meilensteine, die da reinkommen? Also ein bisschen Detail, nicht zu viel, dass wir hier keine halbe Stunde mit Erklärungen zu bringen, aber einfach ein bisschen Erklärung noch. Okay, wir haben zwei Meilensteine. Das eine ist die freie Wahl der Organisation innerhalb deines Kreisgebietes. Du musst dich nicht auf dem Kreisverband festlegen. Du kannst als Crew agieren, du kannst als Stammtisch agieren, das ist völlig egal. Und der zweite Meilenstein ist, dass das meines Wissens nach der einzige Satzungsänderungsantrag bei diesem Landesparteitag ist, der die Verteilung der Parteienfinanzierung regelt. Das ist der große Meilenstein, denn das ist ein Punkt, den wir klären müssen. Derzeit werden nur die Mitgliedsbeiträge verteilt, die Parteienfinanzierung muss auch irgendwie verteilt werden. Der Schlüssel, den die Mehrheit dieser Schatzmeisterkonferenzen gefunden hat, der steht hier drin und das wäre einer der Meilensteine. Wo auch immer du sitzt, ich würde dich gerne angucken. Ah, dahinter, okay. So, ja. Hallo liebe Piraten, hallo liebe Neupiraten. Besonders ihr Neupiraten seid mir hier gerade besonders wichtig, denn das Thema verfolgt uns seit Jahren und ich denke mal, ein paar frische Köpfe tun da ganz gut. Ich werde diesem Antrag zustimmen, möchte ich von vornherein mal sagen, aber vielleicht nicht aus den Gründen, wie manche glauben. Ich werde diesem Antrag zustimmen und jetzt muss ich mal deutlich werden, auch wenn ich mir damit vielleicht keine Freunde mache, weil ich keinen Bock mehr auf Satzung habe. Ich habe darauf keine Lust mehr. Wir verreden uns seit Jahren, die Köpfe heiß, wegen Struktur. Hebt mal bitte die Hand, wer von euch in die Partei eingetreten ist, weil er sich gedacht hat, ich möchte gute Strukturen schaffen. Das ist doch nicht der Grund, weswegen wir hier sind. Sehr witzig. Das ist doch nicht der Grund, warum wir hier sind. Wir sind hierher gekommen, weil wir politische Arbeit machen wollten. So. Ich habe mal geglaubt, ich habe mal geglaubt, Vergangenheitsform, dass gute politische Arbeit nur in richtig guten Strukturen funktionieren kann. Ich habe auch mal geglaubt, dass wir irgendwann mal einen wirklich richtig großen, breiten Konsens in dieser ganzen Satzungsfrage finden würden. Bei manchen ist dieser Glaube ja immer noch da, bei mir nicht mehr. Wir haben die Jahre, die letzten gut zwei Jahre damit verbracht, uns kilometertief in unsere Gräben einzugraben und uns gegenseitig zu bewerfen. Das war unsere Vorstellung einer guten Strukturdebatte. Darauf habe ich keine Lust mehr. Ich mache meine beziehungsweise unsere politische Arbeit mit den Mitteln, die ich aufgrund von unserer Struktur wohl irgendwie mal kriegen werde, beziehungsweise nicht ich, sondern halt die Gruppierung, bei denen ich irgendwie dabei bin. Sei es ein KV, sei es eine Crew, sei es eine PGE, ist mir scheißegal. Da, wo das Geld, irgendwie kommt da dann schon irgendwelches Geld und das werden wir dann schon irgendwie sinnvoll nutzen. Dementsprechend werde ich hier zustimmen. Wenn das nichts wird, werde ich dem anderen zustimmen. Und zwar werde ich so lange zustimmen, bis es irgendwas geworden ist, damit wir endlich wieder politisch arbeiten können. Vielen Dank. Also ich habe im Wesentlichen zwei Fragen. Und die erste Frage ist, wer arbeitet an dieser neuen Satzung, wenn sie denn abgestimmt wird? Wer arbeitet daran weiter? Und zweitens, also dass diese Bugs da rauskommen. Und zweitens wird es auch transparent geschehen. Weil ich habe nämlich nichts davon mitbekommen und ich habe auch eher die Hälfte von denen, die dort oben auf der Bühne stehen, für diese neue Satzung im Kuschelkreis erlebt, dass sie mehr blockiert haben, als dass sie konsequent an einer Versöhnung gearbeitet haben. Okay, zweiteilige Antwort mit dem Kuschelkreis. Ich gebe dir recht, aber das war nicht die einzige Gruppe, die blockiert hat. Wir waren von anfänglich irgendwie 60 Leuten, am Ende noch 10, wenn es hochkommt, als wir da in der Küche gesessen haben, bei mir am Büro. Ich kann dazu nur eins sagen. Wir haben ja in Essen zusammengesessen. Du hast mir einige Bugs aufgezeigt und ich gebe zu, es sind Fehler in dieser Satzung drin. Ich möchte, also ich persönlich kann von mir nur sagen, ich habe gerade hier hinter mir Hände gesehen, ich werde weiter an dieser Satzung arbeiten. Ich werde auch diese Fehler, die du gefunden hast, die sind ja nicht kriegsentscheidend, aber es sind Fehler, ganz klar, die müssen ausgebügelt werden. Ich werde weiter an dieser Satzung arbeiten. Ich stehe auch dafür, dass beim nächsten Landesparteitag Satzungsänderungsanträge kommen, die diese Fehler ausbügeln. Und ja, wenn du mitarbeiten möchtest, werde ich dich herzlich auch einladen. Ich werde dich auch persönlich einladen, wenn du das möchtest. Wir haben im Mumble gearbeitet, wir haben auf der NRW-Liste geschrieben, dass wir arbeiten, wann wir arbeiten. Wir haben in einem Pad zusammengearbeitet, wo teilweise irgendwie 30 Leute gleichzeitig drin waren. Wir haben versucht, so transparent wie möglich zu sein. Wir werden es beim nächsten Mal einfach noch ein bisschen mehr versuchen. Ich habe eine Verständnisfrage und zwar bezüglich der Konten der virtuellen Kreisverbände. Was für Konten sind das? Sind das Bankkonten gemeint oder sind da Buchungskonten innerhalb der Haushaltsführung gemeint? Gut, dann direkt eine Anschlussfrage. Worin unterscheiden die sich juristisch jetzt von den virtuellen Crew-Konten, die auch Buchungskonten in der Haushaltsführung wären? Juristisch in der Buchhaltung unterscheiden sie sich überhaupt nicht. Sie unterscheiden sich in ihrer Ausrichtung. Die Kreisverbandskonten sind darauf ausgerichtet, dass innerhalb eines Gebietes, wenn für dieses Gebiet gearbeitet wird, auf dieses Geld zugegriffen werden kann und zwar egal von wem. Die Crew-Konten, Crews sind, wie wir wissen, ortsungebunden. Das heißt, die Crew-Konten stehen zur freien Verfügung einer kleinen, sich selbst organisierenden Einheit, die mit diesem Geld machen kann, was sie möchte, laut Crew-Ordnung. Die virtuellen Kreisverbände sind dafür ausgelegt, dass dort das Geld eingesetzt wird, wo es hinverteilt wurde und zwar nach diesem Schlüssel, der ganz am Ende kommt. Vielleicht kann da mal jemand runterscrollen. Ja, nach eurer Satzung, nach dem Entwurf ist das halt jetzt so, dass die kleinste Einheit, die auf so ein Konto zugreifen könnte, ein Pirat wäre. Finde ich etwas kritisch. Womit wir bei der Finanzierung wären. Wer es mitgekriegt hat, der weiß, ich bin einer der größten Kritiker von dieser Ordnung, von der Satzung. Allerdings, ja, die Satzung, naja, erstmal zu dem Kuschelkreis. Ich habe ähnliches Problem, wie meine Vorrednerin. Ich habe davon auch kaum mitgekriegt und es war nur, der Kuschelkreis schrumpft, der Kuschelkreis sagt, macht immer weniger und dass es da nur um die Satzung ging, war meinem Empfinden nicht zu entnehmen. Aber ich weiß, Michel, als Vorsitzender kann man gar nicht genug kommunizieren, ich hatte mal deinen Job, ich weiß es genau. Die Satzung selbst, sie beginnt gut. Das erste Drittel ist gut, das zweite Drittel ist etwas langatmig, da merkt man schon, dass die Leute müde waren oder weniger waren und Sachen, die in der GO oder in der Erklärung, in den Kommentar reinpassten, eben dann eben dort trotzdem ein Inhalt inhaliert wurden. Und der dritte Teil, die Finanzordnung, halte ich für eine Katastrophe. Das aus mehreren Gründen, also zum einen ist die, also wenn man etwas wirklich kompliziert machen will, dann macht man es so. Diese Änderungen, die Alternativen heilen, das meiner Meinung nach nicht. Der zweite Teil ist, der zweite Grund ist, der Gedankengang, der aus dieser Finanzordnung spricht, und zwar der Top-Down, also von oben nach unten Gedanke. Es wird nicht danach geschaut, den unteren Gliederungen so viel wie möglich zukommen zu lassen, sondern erstmal kriegen wir prozentual, was eben im Angesicht dessen, dass wir durchaus höhere Einnahmen erwarten in den nächsten Jahren, ich denke, das ist nicht unrealistisch, eine Rückwärtsbezogenheit zeigt. Und deshalb ist die Finanzordnung für mich absolut schlecht. Daran werde ich allerdings mich in der nächsten Zeit festbeißen, da könnt ihr euch sicher sein. Das sind die wesentlichen Kritikpunkte, direkt an der Satzung. Einer ist noch, wenn ihr da Monate dran gearbeitet habt, hat das zumindest ein Geschmäckle, wenn das Ding Stunden vor Ex eben ins Adressportal gestellt wird. Also ich weiß, du hast es mir erklärt, den Grund, der andere Grund ist, auch wenn ich in der Gruppe mitarbeite und die Gruppe hat eben eine Meinung und ich habe eine andere, wenn ich dann einen Änderungsantrag hinstellen will, kann ich das als Einziger tun. Wenn ich das in der Gruppe mache, wird er, auch wenn ich von der Gruppe mitbekommen habe, was bei mir nicht der Fall war, dann eventuell nicht beachtet. Also das ist ein großer Grund und außerdem ist dieses Antragsportal nun mal ein Leuchtturm in unserem Wiki für NRW. Also da, wenn man irgendwas zu Anträgen wissen will zum LPT, guckt man erstmal da rein. Und wenn man dann sieht eben, es kommen drei Stunden vor Fristablauf dann so ein Riesenbatzen da rein, ist das erstmal ein Schock. Darum möchte ich auch hier mal an alle Gruppen, die irgendwelche Programme, Sachen Satzungen ausarbeiten, eben auch den Appell richten, solche Sachen eben früher irgendwo rein zu stellen, wenn es zu einem Parteitag geht, eben möglichst früh in das Satzungsportal einzustellen, damit man dort kriegen das wirklich alle mit. Nur dort ist das garantiert. Ja, trotz der Kritikpunkte ist es tatsächlich eine Verbesserung zur aktuellen Situation und darum rufe ich den LPT auf, dem Satzungspunkt zuzustimmen. Bleibst du bitte stehen, ich möchte dir gerne antworten, ich kann mir echt nicht alle Fragen merken, der Alex muss nur eben was sagen. Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag, bitte formuliere einen Geschäftsordnungsantrag, der Antrag lautet auf Schließung der Rednerliste, gibt es einen Gegenantrag, ja, ich gebe einen Gegenantrag begründet auch, ich glaube, dass es hier noch eine ganze Menge zu klären gibt, ich denke nicht, dass man leichtfertig eine Satzung verabschieden sollte, ich glaube auch nicht, dass die Mehrheit davon Gebrauch machen konnte, diese Satzung rechtzeitig sich auch erklären zu lassen durch die Antragsteller, deswegen möchte ich bitten, diese Rednerliste noch nicht zu schließen, weil wir auch keine Möglichkeit haben, diese wieder zu eröffnen. Und eine andere Sache, bevor ich jetzt zur Abstimmung über diesen GO-Antrag komme, bitte ich nochmal die Lautstärke zu senken, falls es wirklich extremen Diskussionsbedarf untereinander gibt, dann wäre ich auch bereit, hier nochmal eine kurze Pause von zehn Minuten einzulegen, dass jeder frische Luft schnappen kann und dann können wir dann nochmal in Ruhe weitermachen. Aber jetzt würde ich gerne erstmal abstimmen, wer ist für die Schließung der Rednerliste? Wer ist dagegen? Damit bleibt die Rednerliste offen. Gut, Michelle, bitte Antwort. Jetzt habe ich noch mehr vergessen als vorher. Das geht mir auch so. Also, wenn ich irgendwas noch nicht beantwortet habe, dann sag es nochmal im kurzen Stichwort. Du hast gesagt, die Satzung fängt gut an, hat einen schwächlichen Mittelteil und das Ende ist ganz schlecht. Also, die Satzung ist kein Roman, die liest man nicht von vorne nach hinten. Du hast die Finanzordnung kritisiert. Die Finanzordnung, wenn du die kritisierst, ich gehe davon aus, du meinst die Verteilung der Parteienfinanzierung. Das ist nicht auf unserem Mist gewachsen. Das haben wir übernommen, wir haben das auch für gut befunden, weil es gab zwei Treffen mit der Landesschatzmeisterin und den entsprechenden Interessierten aus den jeweiligen Kreisen. Dieser Schlüssel, wie er da steht, mit diesen 40% für den Landesverband berücksichtigt, sowohl, dass die Parteienfinanzierung nur für Landtagswahlen ausgeschüttet werden und wir dementsprechend für die nächste Landtagswahl, wenn wir effektiv Werbung machen wollen, auch ein gewisses Polster bilden müssen, als auch, dass die jeweiligen Gebiete genug Geld bekommen müssen, damit sie politische Arbeit machen können. Wir haben zurzeit 200 irgendwas, 1000 Euro auf einem Sparkonto liegen. Das ist schön. Da können wir uns auch alle drüber freuen, wenn die Zahl jede Woche neu kommt. Aber das bringt überhaupt nichts, weil das Geld ist weder von den Mitgliedern noch von der Parteienfinanzierung dafür vorgesehen, auf einem Konto zu liegen, sondern das soll in die Gebiete und das soll da bitteschön auch benutzt werden. Im Moment haben wir überhaupt keinen Schlüssel für die Verteilung. Das hat dazu geführt, dass wir bei der letzten Landesmitgliederversammlung am Ende gesagt haben, was machen wir mit dem Geld, der Vorstand entscheidet jetzt über alles. und das halte ich für zutiefst undemokratisch und diesen Zustand möchte ich gerne ändern. Dazu gab es ja meinen Antrag 12. Dazu gab es ja meinen Antrag 12. Dazu gibt es von dir auch einen Antrag, das stimmt. Allerdings, und da komme ich jetzt auf den zweiten Punkt, also das eine ist, wenn du daran was ändern möchtest an dieser Satzung, du hast gerade gesagt, du wirst dich daran festbeißen, du bist ja auch herzlich dazu eingeladen, sollte diese Satzung positiv beschieden werden, dass du hingehst und sagst, okay, den Schlüssel finde ich blöd, ich schlage einen neuen Schlüssel vor. Jetzt zu dem Thema der kurzfristigen Einreichung. Das hat kein bisschen Geschmäckle und zwar aus folgendem Grund. Ich bin, bevor ich als Landesvorstand gewählt wurde, im Januar angesprochen worden darauf, dass die Gruppe, die sich damals Reboot Gruppe nannte, weiter an ihrem Entwurf arbeitet. Ich bin in diese Gruppe reingekommen und hinter dir steht der André Kasper, der kann bestätigen, der ist eine Minute nachdem ich reingekommen bin, rausgegangen und hat gesagt, Marsching, halt die Fresse, ich will nicht schon wieder was von Crews hören. Ich habe gesagt, irgendeiner muss doch hier dafür sprechen, dass wir Crews haben und dass die Geld bekommen müssen, in irgendeiner Form, denn die sind nun mal vorhanden und die müssen weiterhin bis zu den acht Wochen vor dem Landesparteitag sind wir fast wöchentlich zusammengekommen. Wir haben Mails hin und her geschrieben untereinander, okay, das waren immer mehr Leute, das waren am Anfang weniger, am Ende waren das irgendwie 20, 25 Empfänger, alle die gesagt haben, ich interessiere mich dafür. Wir haben acht Wochen vor dem Landesparteitag an die NRW-Mailing-Liste und an die NRW-Info-Mailing-Liste diesen Satzungsentwurf geschickt und haben darum gebeten, wenn jemand Fehler findet, dass er sie doch bitte an uns senden soll, dass wir eine Besprechung machen im Mumble, die hat stattgefunden, es haben sich wenige Leute gemeldet, die Fehler gemeldet haben und wir haben diese Fehler entweder ausgebügelt oder verworfen in Zusammenarbeit mit demjenigen, der diesen Fehler gefunden hat. Wir haben dann diese Satzung ins Liquid Feedback gesteckt. Im Liquid Feedback, da wird immer wieder drauf bestanden, bitte, bitte macht Anträge ins Liquid Feedback. Ja, das benutzen wenige Leute in NRW, aber diejenigen, die es benutzen, konnten es da auch nochmal lesen. Und wir sind dann hingegangen und haben am letzten möglichen Tag, wir haben nämlich noch zwei Fehler rausgebügelt und haben am letzten möglichen Tag diese Satzung dann in das Antragsportal gesteckt und ja, wir haben sogar noch einen Fehler irgendwie drei Minuten vor zwölf rausgemacht, das war ein Rechtschreibfehler, den wir noch gefunden haben, da war ich in Düsseldorf auf dem Stammtisch, hat mich jemand darauf hingewiesen, wir haben bis zuletzt versucht, Fehler rauszubügeln und das uns jetzt als Vorwurf zu machen und zu sagen, die Diskussion hat nicht stattgefunden oder ähnliches, finde ich ein bisschen blöd. Dass die Diskussion nicht stattgefunden hat, habe ich nicht behauptet. Weiterhin hast du dir in dem Sinne auch widersprochen, du hast gesagt, die unteren Gliederungen sollen Geld kriegen und damit machen, was sie wollen, andererseits müssen wir auf Halde eben was sparen für den Wahlkampf, beides ist ja im Prinzip richtig, aber darum geht es eben gerade, dass die Gliederungen eben selbst bestimmen sollen, wie sie ihren Wahlkampf führen. Wenn der Landesverband jetzt das Geld hortet, kann es ja nur für Material sein, um eine Sammelbestellung zu machen. Wenn jetzt aber eine Gliederung der Meinung ist, wir machen hier keine Material Schlacht, sondern wir machen hier 10.000 Vorträge und da brauchen wir das Geld für die Mieten, können sie das nicht machen. Und darum ist es eben der Punkt der Landesverband erstellt eine Liste vom Material, das die unteren Gliederungen bestellen können und bestellen das und zahlen dann mit dem inzufügung gestellten Geld. Diejenigen, die das wollen, diejenigen, die das nicht machen, tun das nicht, aber insgesamt kommt dann erkleckliche Summe zusammen und dann bestellt der Landesverband dann für alle. Damit sind beide Klappen mit einer Fliege geschlagen und man braucht trotzdem nicht das Geld im Landesverband zu horten, sondern die Gliederungen, die eben anders vorgehen möchten, haben trotzdem ihr Geld. Ja, das mit dem Geschmäckle sage ich ja schon, es ist bestimmt auch mein Fehler, dass ich da irgendwo wahrscheinlich zu selten reingeguckt habe, eine Zeit lang, ist okay. Lass mich auf die eine Frage antworten, sonst habe ich die gleich wieder vergessen, ist ja doof. Also, wir haben diese 40% für den Landesverband, die nicht nur für Werbemittel sind, sondern die auch einfach für allgemeine Ausgaben des Landesverbandes sind. Ich kann nicht alle aufzählen, die genannt wurden bei diesen Schatzmeistertreffen, aber es geht zum Beispiel um Verwaltungskosten, es geht zum Beispiel darum, dass gesehen wurde, dass wir uns für den nächsten Wahlkampf beidseitig organisieren sollen, nämlich einmal zentral über Werbemittel, die für den Landesverband sind und einmal soll jedes Gebiet seine eigenen Mittel haben, über das es auch selbst verfügen kann, um sich eigene Werbemittel zu kaufen. Das ist in den Gebieten der Landesverband die Oberhoheit hat und das der Landesverband bestimmt, sondern die Satzung sagt eindeutig, jeder kann innerhalb eines Gebietes, sofern es keinen tatsächlichen Verband dort gibt, also eine tatsächliche Untergliederung gibt, jeder kann innerhalb eines Gebietes auf dieses Geld zugreifen und der Landesverband soll diesem in der Regel zustimmen. Also es geht eben nicht im Top-Down-Verfahren, sondern es geht darum, dass wir mit diesem Geld, was da auf den virtuellen Kreisverbandskonten liegt, auch arbeiten können. Dann ist die Satzung anders als die Intention. Ja, das sagt so, steht nicht, also du glaubst mir, ich habe das aufmerksam gelesen. Zum zweiten Paragraf 4, da steht in Absatz 4, jede Organisationseinheit, jedes Mitglied, jede Gruppe von Mitgliedern des Landesverbandes kann Mittel der Finanzkonten virtueller Kreisverbände beim Landesvorstand zweckgebunden beantragen, der Landesvorstand soll der Budgetzuteilung in der Regel zustimmen, das steht da. Gut, wenn du das so sagst, ich will jetzt hier nicht über einzelne Wörter streiten. Zweite Sache ist, du sagtest, du sagtest, da sind auch die Budgets für den Landesverband, für die Arbeit des Landesverbandes drin, das ist völlig richtig, das sollte meiner Meinung nach, das sind bezifferbare Summen, sollte aufgrund einer Finanzplanung geschehen. Das heißt, der Landesverband sagt, wir brauchen für Büroarbeiten, wir brauchen für Reisekosten, wir brauchen für so, eine Summe X und die wird dann eben zugeteilt und nicht eine prozentuale Summe, die, wenn es mit der Partei weiter so geht, wie bisher, eben sich vervielfachen wird. Deshalb mein Vorwurf eben der Rückwärtsbezogenheit. Zum Zweiten an das, ja, Moment, ich möchte jetzt mal meinen Gedankengang zu Ende, das ist nur noch eine Sache und zwar möchte ich an das Plenum sagen, also grundsätzlich, auch wenn man eine Satzung in dem Fall oder irgendwas lange bespricht und lange drüber redet, es ist trotzdem kein Grund, allem Scheiß zuzustimmen. Also man sollte schon etwas Vernünftigem zustimmen. Also das Argument des Vorsprechers, der da allem zustimmen wollte, kann ich auf keinen Fall zustimmen. Und im Endeffekt habe ich ja empfohlen, diese Satzung so wie sie ist, erstmal anzunehmen. Der Rest wird sich bis zum nächsten LPT jetzt ergeben. Wir werden, also ich und andere werden dann eben entsprechende Änderungen einbringen. Und ja, das war jetzt mein letzter Redebeitrag. Vielen Dank. Dem ist noch nichts hinzuzufügen. So, wir haben GO-Anträge. Bitte. Hat sich erledigt. Also ich möchte nochmal dazu sagen, GO-Anträge, oh, da kommt doch einer, aber ich möchte noch kurz das Wort dazu. GO-Anträge kommen erst dran, nachdem ein Wortbeitrag oder eine Abstimmung erfolgt ist. Also man kann mit einem GO-Antrag keinen Redner dazu bewegen, seine Rede zu beenden. So, jetzt haben wir aber einen GO-Antrag aus der Rednerliste. Mein GO-Antrag ist die Redezeit auf drei Minuten zu begrenzen. Wenn ich mich hier umgucke, wenn wir jetzt alle so lange machen würden, wie der letzte Redner, dann kommen wir nicht weiter. Wir sind noch bei zwei? Dann sollten die zwei Minuten besser umgesetzt werden. Das ist nur auf Schließung der Rednerliste. Okay, also der GO-Antrag ist zulässig, allerdings möchte ich Nein, ich ziehe zurück, wenn wir bei zwei Minuten sind, aber ich bitte darum, dass Sie den nach oben setzen. Bitte, wir sind nicht bei zwei Minuten, wir sind bei einer komplett offenen Redezeit. Also, du möchtest gerne begründet, formell? Begründet, okay, dann machst du die Begründung, sonst hätte ich die gemacht. Ich möchte sagen, dass man dem Antrag nicht zustimmen sollte, weil wir reden hier über unser Grundgesetz und das nicht innerhalb von zwei Minuten oder drei Minuten. Okay, das war die Begründung, damit kommen wir zur Abstimmung über den GO-Antrag auf Begrenzung der Redezeit auf zwei Minuten? Drei Minuten? Drei Minuten waren das. Okay, gibt es sonst noch eine begründete Gegenregel? Gibt es einen Gegenantrag? Gegenantrag lautet auf sechs Minuten? Gibt es weitere Gegenanträge? Bitte Gegenanträge ebenfalls mit GO-Antrag? Vier Minuten. Also drei, sechs, vier, noch ein offener Offen ist keine zulässige Ablehnung, weil wir haben jetzt eine offene. So, noch jemand? Drei ist zurückgezogen. 30 Sekunden? Drei ist zurückgezogen. Drei ist zurückgezogen. Damit haben wir noch sechs, noch sechs und vier. Und wer bietet mehr? Leute, spielt ihr mit mir oder was? Also man kann so eine Geschäftsordnung natürlich auch missbrauchen. Also gibt es jetzt noch wirklich ernstzunehmende Anträge? Okay, dann haben wir sechs und vier Minuten und wenn man das nicht, also alle es nicht haben möchte, gibt es ebenfalls noch die Möglichkeit der Abstimmung. So, wer möchte, also ich werde das abstimmen jetzt vier Minuten, sechs Minuten und Ablehnung einer Redezeitbegrenzung. So, wer ist für eine Redezeitbegrenzung von vier Minuten? Danke. Wer ist für eine Redezeitbegrenzung von sechs Minuten? Danke. Wer ist für eine Ablehnung einer Redezeitbegrenzung? Okay, dann müssen wir noch mal Gegenproben machen für vier und für Gegen. Noch mal hoch bitte für vier Minuten. Okay, müssen wir mal auszählen. Ja, das ist ja. Ja. Draußen ist einer. War es schon vorhin gezählt? Okay, Gegenprobe. Ja, also der Sechs ist durchgefallen, Gegenprobe heißt Ablehnung einer Redezeitbegrenzung. Also wer ist für die Ablehnung einer Redezeitbegrenzung? So, da haben wir fünf draußen. Ja, das ist so viel, das ist schon, wenn ich das Wort enthält da eigentlich. Okay, müssen leider noch mal auszählen, die Zahlen sind leider im Zwischenspeicher verloren gegangen. Nochmal bitte die für vier Minuten. Ein und draußen. Danke. Ist gut für die, blutung. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 18, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 21, 20, 20, 45, 25, 37, 38, 39. Damit haben wir eine knappe Mehrheit für die Redezeitbegrenzung. Damit ist die Redezeit jetzt auf vier Minuten terminiert. Ich werde das überprüfen. Wir haben jetzt zehn Minuten darüber abgestimmt. Naja, was soll's. Die Zeit muss man sich auch gönnen. Da gibt es noch eine Antwort auf den letzten Wortbeitrag. Eine kleine Ergänzung der Antwort auf Bernards Frage. Es wurde ja von Michelle erwähnt, dass zwei Treffen der Schatzmeister stattgefunden haben. Ich war bei beiden Treffen anwesend, genau wie übrigens auch der jetzige Kreisvorsitzende des Kreisverbandes Bonn, der im Bernhard bestens bekannt sein dürfte. Auf diesen beiden Schatzmeister Treffen wurde jeweils einen kompletten Tag lang über diese Finanzfragen im Zusammenhang mit der Schatzmeister natürlich, es waren alle eingeladen, möglichst repräsentativ aus möglichst vielen Gegenden Nordrhein-Westfalens. In beiden Fällen waren rund 20 Leute anwesend und an beiden Tagen führten die Ergebnisse dazu, dass die ausgearbeiteten Zahlen, also die Arbeitsergebnisse einstimmig von allen Beteiligten angenommen waren. Das heißt, auch da wurde so lange gearbeitet, bis ein Konsens gefunden wurde, der für alle akzeptabel schien. Das ist also ein Zeichen dafür, dass hier nicht jemand denkt, da wurde irgendwas ausgewürfelt und da hat sich eine Mehrheit gegen eine Minderheit durchgesetzt, sondern da wurden teilweise, Orange Bay weiß das, hat er einen Vorschlag gemacht, anschließend, als er weg musste in Mülheim, von anderen Leuten weiter vertreten, so lange bis ein Konsens da war, der für alle akzeptabel war und ich finde das kennzeichnend für die Art und Weise, wie gearbeitet wurde an dieser Satzung und deswegen bitte ich euch erneut, diese Arbeit zu würdigen und zuzustimmen. So, der nächste Wortbeitrag, Volker bitte. Ja, also ich hätte es schöner gefunden, wenn mehr Zeit im Liquid Feedback gewesen wäre, um mit dieser Satzung zu arbeiten, das möchte ich euch, achso, ich hätte es schöner gefunden, wenn mehr Zeit gewesen wäre, dass man diese Satzung im Liquid Feedback hätte bearbeiten können und dass wir auf dem ersten Landesparteitag nächstes Jahr die genommen hätten und solange unsere jetzige Satzung gefixt hätten. Nur als Aussage, jetzt meine Fragen, wo kommt das Geld für die Crews her, das habe ich nicht gefunden und eine Crew hat kein Gebiet und das andere, ihr beschränkt die Regionalverbände, ich hoffe Regionalverbände war jetzt richtig, also der Zusammenschluss mehrerer Kreisverbände wieder auf Bezirksgrenzen, das ist gerade an den Grenzen der Bezirke ziemlich doof. Okay, zu den Regionalverbänden gibt es eine einfache Antwort, wir hatten vorher drinstehen, dass sich die Kreisverbände zusammenschließen können, wie sie wollen und nicht über die Regionalverbände hinaus, das Problem ist, was passiert, wenn sich ein Regionalverband gründet und du bist in einem Bezirksverband gründet und du bist in einem Regionalverband, der in zwei Bezirksverbänden liegt, in welchem Bezirksverband bist du dann Mitglied, das ist das Problem und deswegen haben wir diese Bezirksverbandsgrenzen einführen müssen. Dafür ist eine Anregung von mir im Liquid Feedback, den habt ihr nicht aufgenommen. Okay. Ich habe ihn nicht im Kopf, aber solange keine übergeordnete bla 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 besteht, können sich auch über die Grenzen hinaus bla bla bla. Der Landesverband darf, wenn einmal ein Kreisverband gegründet ist, im Kreisverband, auch wenn es dann ein Zusammenschluss von Kreisverbänden ist, nicht einfach reinreden und sagen, wir trennen dich jetzt zwangsweise wieder auseinander, das geht nicht. Und zu dem anderen, die Geschichte mit den Crews, die Crews sind nicht ortsgebunden, nach der jetzigen Satzung, nach der jetzigen Crewordnung, nach dem, was wir an Strukturordnung veröffentlicht haben, das steht ja drin, jetzt muss ich eben kurz blättern, la 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 la. Machen wir das denn? Nein, Quatsch. Also, wir haben ja gesagt, eine Crew kann von mindestens drei Leuten gegründet werden, das ist wieder im Endeffekt das, was jetzt die praktizierte Crewordnung ist und wir haben gesagt, eine Crew ist nicht ortsgebunden, sondern das Budget der regionalen, der virtuellen Kreisverbände, das ist ortsgebunden. Möchte eine Crew eine Aktion in Gebiet A machen, wo es einen virtuellen Kreisverband gibt, dann kann diese Crew auf dieses Budget zugreifen. Möchte sie eine Aktion in Gebiet B machen, kann sie auf dieses Budget dann auch zugreifen. Es ist ja überhaupt nicht gesagt, dass eine Crew nicht in ganz NRW durch die Gegend tingelt und überall Aktionen macht, nur die Crew an sich hat das Budget jeweils für ein Gebiet und zwar liegt es daran, dass wir auf diesem Schatzmeistertreffen von den Verbandslosen, also von den noch nicht gegliederten, noch nicht mit dem KV versehenen Kreisen gehört haben, was passiert eigentlich mit unserem Geld. Was wir nicht wollen ist, dass eine Crew aus Wuppertal hingeht und irgendwo im Bergischen Land plötzlich Geld beantragt und das in Wuppertal in Infostand steckt. Daraufhin haben wir gesagt, okay, das verstehen wir, wir nehmen auf, dass das Geld für Gebiet A, auch nur in Gebiet A und das Geld von Gebiet B nur in Gebiet B benutzt werden darf. Nur vielleicht ergänzend dazu, um das klarzustellen, also jede Crew, die wir jetzt momentan haben, kann weiterhin fortbestehen, auch nach der neuen Satzung und kann auch weiterhin letzten Endes Gelder beantragen. Die Frage ist eben nur, aus welchem Topf die Gelder zu beantragen sind. Das ist das, was mich störte, dass sie halt kein von vornherein Geld hat, mit dem sie planen kann. Das ist das, was mich stört, eben wissen, dass sie bisher, oder wie es letztes Jahr noch war, halt ein virtuelles Konto hatten, da konnten sie mit dem Geld planen und jetzt müssen sie das ja jedes Mal beantragen. War das wirklich so in der Realität? Es musste genehmigt werden, aber wir hatten ein Budget. Hat das funktioniert? Ja. Die Crews können immer noch mit dem Geld planen, sie müssen halt nur entsprechend sich vorher überlegen, wo möchte ich das Geld ausgeben und sich dann ihre Budgets zusammensuchen. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Okay, ich habe eine Frage, hat jemand eine Schachuhr bei? So eine Uhr zum Schachspielen. Weil das ist verdammt schwierig hier durch diese Antwortspiele die vier Minuten hinzubekommen, die ihr beschlossen habt und das ist ziemlich kompliziert. Ja genau, wenn jemand eine App hat und mir dieses dann hier zur Verfügung stellen könnte, wäre ganz toll. Ansonsten möchte ich jetzt den nächsten Redner bitten. André, bitte. Hi. Michelle hat ja gerade in den Raum geworfen. Ich hätte damals, als er eingestiegen ist, gesagt, hören wir auf mit Crews oder so. Ne, das habe ich so nicht. Ich habe gesagt, dass ich die Crew-Ordnung nicht mehr hören kann. Und zwar ist mein konkreter Kritikpunkt an dieser Crew-Ordnung gewesen, dass von Landesverbandsebene den Piraten vor Ort vorgegeben wird, wie sie sich zu organisieren haben. Da wird gesagt, ihr dürft nur neun Leute sein. Ihr bekommt mehr Geld, also wenn man zu neun in einem Ort ist, ich mache das mal als Beispiel auf, und eine Crew hat, bekommt man das Geld für eine Crew. Teilt man diese neun Leute in drei Crews, je drei Leute, bekommt man das dreifache an Geld. Gründet man zusätzlich noch einen Kreisverband, bekommt man noch mehr Geld. Das heißt, wenn man keine Crews gegründet hat, wurde man quasi finanziell abgestraft. Es wurde vom Land eine Organisationsform aufgedrückt, auf die Piraten vor Ort. Und mir ist immer wichtig, dass die Leute vor Ort arbeiten. Es soll darum gehen, wie können wir vor Ort uns am besten organisieren, wie glauben wir, dass wir am effektivsten sind. Und das darf an sich gar keinen Einfluss darauf haben, wie viel Geld zur Verfügung steht. Und das ist auch das, was ich jetzt an diesem Modell halt wichtig finde. Ich soll mich kürzer fassen. Ah, ich habe den Mund, ah, ja, ich merke, Entschuldigung. Ich hoffe, ihr habt mich trotzdem verstanden. Und das ist das, was ich an diesem Modell halt sehr wichtig finde. Egal, wie die Leute sich vor Ort organisieren, es steht immer genau gleich viel Geld zur Verfügung. Sie brauchen keinen KV-Gründen, um mehr Geld zu kriegen. Sie können nur mit Crews das gleiche Geld kriegen. Sie können mit einer Crew genauso viel Geld wie mit drei Crews, sodass man wirklich, dass im Vordergrund steht, wie können wir am besten arbeiten und die politische Arbeit im Vordergrund kommt. Und deshalb bitte ich auch allen, diesen Antrag zuzustimmen. Ja, gut. Sehr schade mit der Redezeit begrenzt. Ich versuche, mich kurz zu fassen. Also einmal, Mike, ich finde das nicht gut, wie du eben geredet hast, mit schönen, butterweicher Stimme, wie transparent und wie toll die Zusammenarbeit war, großer Konsens und so weiter und so fort. Für die Neupiraten möchte ich mal ganz kurz sagen, wie halt bei uns an der Piratenpartei so eine Arbeit an einem Inhalt stattfindet. Da gibt es Arbeitskreise, gibt es Projektgruppen. Die schreiben Protokolle, die veröffentlichen sie im Wiki. Die machen Dinge bekannt über die Mailinglisten. All das habt ihr nicht gemacht. Michelle hat gerade gesagt, seit Januar arbeitet ihr wöchentlich mit einem Mailverteiler. Es gibt genau drei Stellen im Wiki, wo bekannt wird, dass Menschen an der neuen Satzung arbeiten. Soviel zum Thema Intransparenz. Lass mich ganz kurz zu den Protokollen was sagen. Ja, gerne. Ganz kurz aber noch eine Anmerkung. Michelle, du hast nämlich am Montag in der Landespressekonferenz so schön von dem transparenten Arbeiten der Piratenpartei erzählt. Das, was ihr gemacht habt, gehört meiner Meinung nach nicht dazu. Stopp. Okay. Ganz kurz zu den Protokollen. Wir haben in einem PET gearbeitet. Das PET hat eine History. Da kann man den kompletten Chat einsehen. Da kann man die komplette Bearbeitungshistorie einsehen. Da brauchen wir nicht zusätzlich noch ein Protokoll schreiben. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wo ist die Adresse hingeschickt worden vom PET? Über welchen Verteiler? Mach du mal die Uhr. Die Adresse ist geschickt worden an die Leute, die sich dafür interessiert haben. Und zwar, nein, 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 nein. Hätte ich mich interessiert? Nein, Entschuldigung. Diese Adresse ist geschickt worden an die Leute, die im Kuschelkreis waren. Diese Leute ist geschickt worden, aber sowas von. Frank, ich wollte das auch nur anmerken. Ich habe eine Frage dazu. Und da bitte ich dich um eine ehrliche Antwort. Du wusstest nichts von den Aktivitäten, dass hier eine neue Satzung erarbeitet wurde. Ist das richtig? Ich wusste, ich habe mit Michelle ein langes Gespräch gehabt beim JMSTV-Barcamp. Habe da gemerkt, dass er sich dafür interessiert, dass eine Satzung so konkret gemacht wurde, um die hier vorzustellen. Also man konnte was ahnen, natürlich. Also wir haben doch, Entschuldigung, wir haben in der Piratenpartei, glaube ich, eine Bringschuld für die Leute, die was machen, nicht eine Hohlschuld für die Informationen, oder? Ich frage, nee, da hast du absolut recht. Aber nochmal die Rückfrage, du wusstest nichts von den Aktivitäten, dass eine neue Satzung weiterhin geschaffen werden soll. Ich habe doch gerade gesagt, ich habe mich, ich möchte jetzt nicht meine Zeit dafür verschwenden, Entschuldigung, ja? Also ich habe gerade gesagt, ich habe es geahnt, aber das ist es auch. Ihr habt gesagt, ihr arbeitet transparent, und das habt ihr nicht gemacht. So, dann ganz kurz in einem Satz, oder anderthalb, zum Thema Geld, wir haben kein Geldproblem, wir haben auch kein Geldverteilungsproblem, wir haben Geld auf dem Konto, es wird nicht abgerufen. Jeder kann Geld abrufen, es passiert nicht. Die beiden Treffen, die wir gehabt haben, Schatzmeister, beziehungsweise, wie hießen sie noch? Verwaltungspiraten, genau, richtig. Die, was da besprochen wurde, an Geldverteilung, da ging es um die Parteienfinanzierung, wie die auf die Kreise verteilt wird, zum Beispiel, das hat nichts mit der neuen Satzung zu tun, es gibt einen Satzungsänderungsantrag für die bestehende Satzung, die genau die gleiche Geldverteilung macht, wie ihr sie bei euch drin habt, also das wäre kein Grund für die neue Satzung. Der eigentliche Punkt, den ich aber erwähnen möchte, das ist halt die fundamentale Änderung an einem ganz eminent wichtigen Strukturelement, was wir im Moment haben, das ist nämlich die Crew. Ich finde, die Crew ist ein sehr wichtiges Instrument für die Piraten an der Basis, aktiv und verantwortungsvoll tätig zu werden. Wir haben Bedingungen im Moment in der Crewordnung drin, dass wir Parteimitglieder sein müssen, dass sie sich regelmäßig treffen muss, dass sie Protokolle schreiben muss, dass sie hat Aufgaben, Informationsweiterleitung und so weiter und so fort. All diese Geschichten sind mit der neuen Satzung gekippt, sind erledigt. Wir haben eine völlige, wir haben den Begriff Crew nach wie vor drinstehen. Es ist völlig beliebig, was das für ein Kreis ist, das könnte auch ein Häkelkurs oder sonst was sein. Man kann in beliebig vielen Crews Mitglied sein, die Bedeutung dieses Instruments für die Organisation der Basis und vor allen Dingen für die verantwortungsvolle Arbeit der Basis ist flöten gegangen, das ist mein Kritikpunkt, mein Hauptkritikpunkt an der Satzung. Das war jetzt die Uhr, nehme ich an, oder? Entschuldigung. War es noch eine Minute. Ich hoffe, das ist angekommen. Ich fände es einen schweren Fehler, übrigens in der Diskussion mit anderen Parteien, die ja auch inzwischen häufiger werden, wird man immer wieder auf dieses Instrument Crew angesprochen, weil das, dass das interessant ist, hat sich ja schon rumgesprochen, wir töten das mit der neuen Satzung. Finde ich unmöglicher Zustand. So, du schüttest den Kopf, also sag mir, stopp die Uhr und sag mir, was du nicht tötest. Wir haben jetzt die Uhr mal angehalten, du hast noch 33 Sekunden. Schön, danke. Es klang fast wie ein Vorwurf, als du sagtest, dass ich das hier mit butterweicher Stimme vortrage. Ich könnte natürlich im Kasernenhof-Ton den Landesparteitag anschreien. Das würde aber in keiner Weise wiedergeben, in welcher harmonischen Art und Weise die Arbeiten an der Finanzordnung und an der Satzung stattgefunden haben. Da herrschte nämlich der unbedingte Wille zum Konsens. Und wenn du sagst, du wusstest nicht, dass an einer neuen Satzung gearbeitet wird, lieber Frank, du warst anwesend in Mülheim im April dieses Jahres, bei dem ersten Schatzmeistertreffen, als wir im Rahmen der Arbeiten zu einer neuen Satzung an der Finanzverteilung gearbeitet haben. Du musst gewusst haben, oder du hast in der Sitzung nicht zugehört. Es tut mir sehr leid. Du warst dafür. Ich erinnere mich deutlich und ich bin sicher, wenn ich im Saal rumlaufe und andere Fragen, die dabei anwesend waren, werden die das bestätigen, was ich sage. Deswegen nochmal im allersanftesten Ton. Als du weg warst, haben der Babak, mein jetziger Schatzmeister und ich, deinen Vorschlag weiter vertreten. Du wusstest sehr genau, worum es ging. Dass du nicht gewusst haben willst, dass an einer neuen Satzung gearbeitet wird, es tut mir leid, aber das kann man dir nicht abnehmen. Vielleicht hast du was falsch verstanden. Das war ein Haushaltsplanungstreffen. Ich habe jetzt hier gerade den Begriff gefunden. Für Piraten in NRW, die waren aufgerufen, da ging es in keinster Weise um die neue Satzung. Da ging es darum, wie die Gelder aus der Parteienfinanzierung verteilt werden, weil wir da bisher noch keinen Schlüssel für haben. Wir haben zusammengesessen, haben tatsächlich einen Schlüssel gefunden, den haben wir auch gemeinsam im Konsens abgestimmt, der, wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, auch als Änderungsantrag von mir eingebracht ist für die bestehende Satzung. Ganz kurz, Frank, als der Kuschelkreis in Dortmunder B1-Center war, da bin ich aufgeschlagen und habe gesagt, ihr bekommt das nicht mehr hin, wir versuchen daran weiterzuarbeiten, wir nehmen die Arbeit wieder auf und wir haben auch gesagt, wir machen es weiter. Wir haben das Ding nicht abgestimmt und es war vollkommen klar, es gab zu keinem Zeitpunkt irgendeinen Zweifel daran, dass wir daran weiterarbeiten würden. Also diese Ansage, es weiß niemand, halte ich für total lächerlich. Ich habe gesagt, es weiß niemand, ihr habt keine transparente Arbeit gemacht. Das ist der Punkt. Also du hattest gerade gesagt, dass du davon nichts weißt. Nein, das habe ich nicht gesagt, das wollt ihr mir unterstellen. Ich möchte ganz kurz noch darauf eingehen, du hattest gerade die Vorteile einer Crew nach jetziger Satzung vorgestellt. Ich sehe die Vorteile genauso, die finde ich toll. Die sind nämlich sehr unkompliziert und gerade diese Vorteile haben wir auch in der neuen Satzung mit eingebaut. Also jede Crew soll sich regelmäßig treffen, das steht so in der Satzung drin. Und sämtliche Entscheidungen etc. pp. müssen und sollen protokolliert werden und veröffentlicht werden. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Crews sind die kleinste Organisationseinheit und bilden flexible, tatkräftige Teams. Crews sollen sich in der Regel in kurzen Abständen zusammenfinden. und sie können sich eine Crew auch Deine Redezeit ist leider abgelaufen. Ja gut. Das steht sonst was fundamental anderes. So. Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag. Bitte formuliere deinen Geschäftsordnungsantrag. Ich beantrage die Einholung eines Meinungsbildes. Und zwar, wer in diesem Plenum ist jetzt noch gewillt über irgendwelche, ich sag mal Hakenkämpfe, in kleinsten Details, die die reversibel sind zu bereden. Weil das ja eigentlich gerade eben nur ein kleiner Punkt war, wo der Frank morgen eine SEA hätte einreichen können. Und so. Ich weiß nicht, was das... Kannst du noch mal eine Entscheidungsfrage formulieren, bitte? Äh, gut. Wie mache ich das kurz? Ähm... Angemeldet! Angemeldet! Sag was mit Angemeldet! Nein! Nein! Drei, zwei... Ja, dann nicht. Eins, zurückziehen. Okay, gut. Gehörantrag abgelehnt. Oder nicht zureichend. Okay, dann kommen wir zum nächsten... Weiterer Gehörantrag. Ich habe nämlich eine Formulierung dafür. Gehörantrag darauf, Meinungsbild. Wer möchte weiter darüber diskutieren, wie diese Satzung zustande gekommen ist und nicht über die Satzung selbst? Gehörantrag. Gehörantrag. Nein, ja, oder nein, Frage. Antrag auf, äh, ein, äh, Meinungsbild, die Entscheidungsfrage ist, äh, wer möchte hier, äh, nichts mehr wissen über den Hergang und die Entstehung, also die, äh, den transparenten Weg des Ganzen, sondern über, äh, die Satzung im Text. So. Okay. Das war die Entscheidungsfrage. Das kann man mit Ja und mit Nein beantworten. Wer möchte, äh, mal sagen, dass er dem nicht zustimmen kann? Nein. Ich muss noch was mit Ja oder Nein. Die Frage, ich wiederhole sie nochmal. Wer fühlt sich, äh, in der Lage hier... Scheiße. Ja. Okay. Wer will weiter über die Entstehung der Satzung reden und nicht... Möchten wir weiter über die Entstehung der Satzung reden, ja oder nein? Erster, ja. Ja. Mit Ja. Zwei. Okay, wer es nicht, äh, gewillt, weiter über die Satzung zu reden, prima, ähm, ich erfreue dich an diesem Meinungsbild, äh, das negativ ausgefallen ist. Ähm, eine faktische Auswirkung hat so ein Meinungsbild natürlich nicht. Wir werden niemandem hier ein Redeverbot erteilen, wenn er anderer Meinung ist. Ähm, genau. So, ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass um 18 Uhr die Versammlung, äh, bis morgen vertagt wird. Und, das werde ich einfach durchführen, äh, es sei denn, jemand kommt so vor. Ähm, ähm, und, ja, darum geht's jetzt. Ähm, nächster Redebeitrag, Dustin, bitte. Ja, erstmal, ich finde es super, dass ihr so viel Zeit investiert habt, um eine neue Satzung auszuarbeiten. Allerdings finde ich das sehr schlecht, dass ihr bei der Vorstellung schon zugebt, dass da einige Fehler drin sind. Und ich weiß nicht, wie ich das dem Bürger noch am Infostand beibringen kann, dass wir eine andere Politik machen wollen, wenn wir schon Sachen verabschieden, die eindeutig Fehler haben und einfach mit der Begründung verabschieden wollen. Wir könnten es ja nachher ändern. So, dann könnte ich auch gleich zu einer anderen Partei gehen, die machen das genauso. Zweitens, habt ihr Kurs mit aufgenommen. Wofür nehmt ihr Kurs mit auf, wenn da irgendwas drinsteht mit Sollte? Sollte hat, äh, gar keinen Sinn. Das könnten die Juristen nachfragen. Das ist was anderes als Soll. Und des Weiteren, des Weiteren könnt ihr die komplett rauslassen, weil die Kurs können kein Geld mehr beantragen. Die Kurs, ähm, habt ihr komplett rausgestrichen. Also kann man sich das auch sparen, weil wenn eine Kuh keinen Sinn mehr hat, braucht man es auch nicht in eine Satzung reinzuschreiben. Und das Dritte ist, wenn ihr Finanzen verteilen wollt, wieso wollt ihr Leuten Geld geben, die gestern in die Piratenpartei eingetreten sind und für den kompletten Kreis das Geld ausgeben können, wobei eine Kuh, die früher das Geld ausgeben konnte, aus mindestens fünf Leuten besteht und in Konsens handeln musste. Also ich greife ganz kurz, ähm, die, die Crew-Variante auf. Ich habe allerdings, ähm, ja, also habe ich gerade eigentlich ja auch schon gesagt, also die Crew ist weiterhin ganz elementarer Bestandteil auch dieser Satzung. Das muss man ganz einfach, ganz klar so sagen. Da sind wir uns alle auch in dem, in dem Rahmen, in dem Kreis einig gewesen. Weiterhin können auch die Kurs, äh, eben über Gelder verfügen. Und, äh, von daher sehe ich da an der Stelle die Problematik. Was ihr meint und reinschreibt, ist etwas anderes. Wie bitte? Was ihr meint in einen Kreis oder was ihr reinschreibt in die Satzung, ist etwas ganz anderes. Ne, sorry, also das, das steht genauso in der, in der Strukturordnung eben drin und auch in der Finanzordnung drin. Also, ich, ich sehe da wirklich kein Problem. Also die Crew selber steht als Organisationsform in der Strukturordnung drin. Und, äh, wie die Möglichkeit ist oder dass Crews eben Finanzen beantragen können, steht ganz klar in der Finanzordnung geregelt. Okay, ich möchte ganz kurz was dazu sagen, dass wir so viel Zeit investiert haben und jetzt eine fehlerhafte Satzung präsentieren. Die Fehler, die ich BAC nenne, was behebbar ist, das ist genau so etwas, dass wir sagen, wenn eine Mehrheit von, ich sag mal, äh, nein, vom Landesparteitag für, ich sag mal, drei Piraten sind, die zusammen nur Geld beantragen können oder für fünf oder für 23, das ist doch völlig egal, da hätte ein Änderungsantrag hergemusst, den haben wir nicht gemacht, weil wir da nicht dran gedacht haben. Andere haben innerhalb der Zeit, die wir gewartet haben, nämlich bis zur letzten Sekunde keinen Änderungsantrag dafür, ähm, angebracht. Das heißt, das ist einer der Punkte, wo ich sage, okay, das ist ein BAC, da kann man mit einem Änderungsantrag aus einer 1, eine 3, eine 5, eine 23 machen, völlig egal. Also, was ich Fehler nenne, sind keine Fehler im Sinne von tatsächliche, ähm, äh, Deadlocks oder irgendwas, sondern tatsächlich geht es nur darum, dass sich Kleinigkeiten ändern müssen. Die, die Uhr ist abgestürzt, einen Moment bitte. Die, die Antwort auf die noch ausstehende Frage, warum wollt ihr Geld Leuten geben, die erst vor einem Tag in die Piratenpartei eingetreten sind, muss man nicht lange darüber nachdenken, weil wir die Mitmachpartei sind, weil es kein zwei oder drei Klassensystem von Piraten gibt, weil auch Leute, die gestern in die Piratenpartei eingetreten sind, heute schon sinnvolle Aktionen machen. Und wenn jemand im Sinne der Piratenpartei eine sinnvolle Aktion macht, dann hat er selbstverständlich das Recht, zum Landesvorschein zu gehen und dafür Gelder zu beantragen. Und wenn, wenn die Aktion gut ist, dann bekommt er die mit Fug und Recht. Und es gibt keine Bewährungsfrist für Neupiraten. Das halte ich, das kümmelein. Also, eine Bewährungsfrist für Neupiraten würde ich auf jeden Fall auch nicht, weil ich weiß, dass neue Piraten auch super mitarbeiten können. Das sehen wir bei uns am Stammtisch auch. Allerdings wäre es schön, wenn neue Piraten auch zum Stammtisch kommen und da die Aktion, die sie in einer Stadt planen oder in einem Gebiet, auch das mit den Stammtischteilnehmern abklären, damit nicht nur einer irgendwas macht, die anderen wissen von gar nichts. Und die Leute werden in der Regel am Infostand auf Aktionen angesprochen oder am Stammtisch. Und wenn irgendeiner Zwerg kommt und eine Aktion macht und die dann direkt verpufft, dann ist das Geld genauso verpufft. Der Antrag an den Landesvorstand hat schriftlich vor der Sitzung zu erfolgen. Der wird auf der Sitzung durchgesprochen und der ist für jeden, der sich dafür interessiert, einsehbar und auch anfechtbar und diskutierbar. Also da sehe ich gar kein Problem. Wenn jemand zwei Jahre dabei ist, kann er ebenso gut drei Monate lang nicht beim Stammtisch gewesen sein, alleine eine Aktion durchführen und die kann auch erfolgreich sein. Das ist kein Unterschied zu einem Piraten, der erst seit gestern dabei ist und auch noch nie beim Stammtisch war. Selbes Prinzip, keine Bewährungsfrist für neue Piraten, vollkommener Unsinn. Richtig, es geht mir auch nicht um die Zeit, sondern darum, dass die Leute auch die Aktion absprechen, nicht einfach beantragen. Dazu kann man auch einmal zum Stammtisch gehen, bevor man Geld beantragt. Mike, bevor du was sagst, ich sehe gerade, worüber zu gehen. Ich gebe das Wort jetzt weiter und ich denke mal, der Landesverteitag wird dann seine Meinung nach in der Abstimmung kundtun. Und bevor wir es jetzt noch länger rausziehen, gebe ich weiter. Ich sage auch nur einen Satz, kann es schon auf zurücksetzen drücken. Also, ich sehe noch ein Riesenproblem. Ich möchte es nicht ganz so dramatisch sagen wie der Kai gerade, aber wir haben eine Menge... Na, ich bin nicht zynisch, nein. Es geht einfach darum, wir haben eine Menge Gebiete im Moment, wo es überhaupt gar keine Stammtische gibt. Wie versorgen wir die mit Geld und wo sollen die hingehen, mit wem sollen die sich besprechen? Muss ich erst einen Stammtisch gründen, um dann mit denen abzustimmen, was ich mit dem Geld mache? Also, das macht irgendwie vielleicht bei dir vor Ort Sinn, aber wie gesagt, die Anträge sind zu stellen und die sind auch einsehbar, weil sie an den Landesvorstand gehen müssen und weil sie da diskutiert werden in der Vorstandssitzung. Und da, wo es keine Stammtische gibt, muss genauso die Möglichkeit gegeben sein. So, wir haben einen GU-Antrag. Gabriel, bitte. Ein GU-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Für heute, diese Einschränkungen gibt es nicht. Also, ich kann ja aber jetzt schon sagen, dass diese Rednerliste... Ich weiß nicht, was du dir davon erwartest. Eine Schließung der Rednerliste bedeutet danach, dass immer die Abstimmung... 18 Minuten wird vertagt. Aber nichtsdestotrotz, gibt es da so Gegenrede? Gegenrede, gibt es da so eine Begründung? Eine Begründung? Bitte? Ach, mach du mal. Ich muss ja nicht immer reden. Ich rede dagegen, denn es ist ein Thema, das schon seit mehreren Jahren bei den Piraten auf dem Tisch liegt. Ungefähr zwei. Es ist wichtig, dass es einmal durchdiskutiert wird. Wir haben für morgen nicht sonderlich viele weitere Anträge. Es ist absolut unsinnig, dass die Rednerliste geschlossen wird. Und es ist besser, wir diskutieren das einmal ordentlich aus. Alle kommen zu ihrem Recht. Sogar die Leute, die den Antrag gestellt haben, nicken. Und deswegen bitte ich darum, dass das negativ abgestimmt wird. Gut, dann kommen wir zur Abstimmung über diesen Geschäftsordnungsantrag. Aufschließung der Rednerliste. Wer dafür ist, bitte ich um Kartenzeichen. Wer dagegen ist, den bitte ich um Kartenzeichen. Die Rednerliste bleibt geöffnet. Es geht weiter. Der Daniel hat das Wort. Genau, also wir haben jetzt sehr viel darüber gehört, was an Kritikpunkten an der neuen Satzung geäußert wird. Ich habe da nicht viel Inhaltliches zu gehört. Im Wesentlichen wurde also ein bisschen gebetsmühlenartig auf der Transparenz rumgeritten. Ich frage mich, wie transparent soll das denn noch sein, wenn man praktisch den gesamten Text an allen möglichen Stellen lesen kann. Also im Wiki war er, auf der Mailingliste ist er gekippt worden. Pads gibt es, es gibt Liquid-Feedback-Anträge. Also ich weiß nicht, wie transparent man das noch machen soll. Was erwarten die Leute eigentlich an, ich sage mal, hintergründigen Gedanken, die da noch stattfinden sollen, die nicht in der Satzung stehen. Es steht ja schließlich nur die Satzung an sich zur Abstimmung. Also insofern dieser Transparenzgedanke. Zum anderen ist es auch so, wir waren alle dabei oder viele waren dabei vor einem Jahr, als der Parteitag gescheitert ist, muss ich schon mal sagen, wo praktisch... Darf ich vielleicht zu Ende reden? Wenn ich rede, ist kein Meinungsbild. Ich bin dabei, ich habe einen Redebeitrag und ich möchte ihn gerne zu Ende führen. Genau. Und ich bitte darum, die Redner nicht mehr zu unterbrechen. Kannst du die Uhr mal zurücksetzen? Und die Uhr wird auch wieder entsprechend angepasst. Okay. Wir hatten die Situation ja schon mal, dass das Ganze gescheitert ist. Wir haben uns zusammengesetzt in einen Kuschelkreis und versucht, die Kurve zu kriegen. Und ich bin da fest von überzeugt, dass jeder, der sich dafür interessiert hat, die Gelegenheit hatte, sich einzubringen. Übrig geblieben ist letztlich nur die Truppe, die da vorne steht, die an diesem Thema einer neuen Satzung, einer Neufindung einer Satzung gearbeitet hat. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass sämtliche Quellen, die zu dem Zeitpunkt zur Verfügung standen, da Einfluss reingenommen haben. Außerdem appelliere ich jetzt auch mal an die Leute, die hier sitzen, dem eigenen Vorstand, den eigenen Leuten zu vertrauen, dass da jetzt keine sinistren Absichten hinterstehen hinter dieser Satzung. Das ist also vielleicht auch mal so ein Wunsch, den ich da weiß. Dann, was man auch immer so gebetsmühlenartig hört, Crews werden abgeschafft oder Crews werden verboten und so weiter. Das ist schlicht nicht zutreffend, was tatsächlich der Fall ist. Die Crewordnung wird insoweit geändert, als dass eine Crew jetzt mit weniger Formalien gegründet und betrieben werden kann. Da ist aber jetzt die Frage, ist das tatsächlich so schlecht? Bedeutet das das Ende einer Crew, wenn man tatsächlich geringere formelle Anforderungen an eine Crew stellt? Ich sage mal, es bleibt ja jeder Crew unbenommen, so weiterzumachen wie bisher oder sich selber die Verpflichtung zur Transparenz, zu Protokollierung und so weiter aufzuerlegen. Da besteht überhaupt kein Unterschied zur jetzigen Satzung. Es gibt nur einfach noch mehr Möglichkeiten, sich zu organisieren und das finde ich persönlich begrüßenswert. Und der letzte Punkt, was wir immer hören, des Geldes. Es ist so, eine Crew hat quasi im Moment ja auch nur die Möglichkeit, Geld beim Land zu beantragen. Daran ändert sich im Prinzip nichts. Nur, dass Sie halt in Zukunft eben aus einem dieser regionalen Töpfe das Geld beantragen können, wo Sie sich halt bewegen. Was letztlich den Vorteil bietet, dass nicht alles durch den Flaschenhalt Landesschatzmeister laufen muss, sondern dass man also auch tatsächlich regional da was regeln kann. Ich bin davon überzeugt, dass sich das wesentlich unkomplizierter in Zukunft so regeln lässt, als das derzeit der Fall ist. Danke. Bevor jetzt hier die Antwort kommt, kurze organisatorische Sache. Der Shuttle ist da. Irgendjemand hat das bestellt gehabt und auf den wird draußen gewartet. Also wer das Shuttle bestellt hatte, bitte nach draußen. So, bitte Antwort. Ich wollte nur kurz zu dieser Vertrauensgeschichte was sagen. Der Daniel und ich, wir sind von Anfang an dabei, also beim Reboot-Team, dem ersten Versuch das zu ändern. Während des Kuschelkreises habe ich ausgesetzt und der Michel ist hinzugestoßen und wir sind jeweils angefangen mit den Dingen, mit der neuen Satzung weit vor unserer Vorstandszeit. Ich möchte nicht, dass uns jemand vertraut, weil wir Vorstand sind, sondern ich möchte, dass uns jemand vertraut, weil wir uns für diese Satzung den Arsch aufgerissen haben. Danke. Einmal die Uhr zurücksetzen, bitte. Ja, bis das soweit ist, kannst du schon mal reden. Jetzt, bitte. Ja. Also zum einen zu dem Thema, ich muss trotzdem nochmal darauf zurückgehen, wie die U-Botsatzung entstanden ist und zu dem Punkt Transparenz. Sekunde. Michel hat soeben gesagt, jeder konnte da mitarbeiten und er hat gesagt, die, die daran interessiert waren, wurden informiert. Da habe ich ein persönliches Problem von, wie kann eine Gruppe von vielleicht zehn Leuten wissen, wer im Landesverband alles daran interessiert ist. Das heißt, ich schließe schon mal alle die aus, die, wovon ich ausgehe, dass sie überhaupt gar kein Interesse daran haben. Ohne sie gefragt zu haben. Nur so am Rande. Ich habe aber ein grundsätzliches Problem auch zu dem Thema Kruz. Ihr sagt, die Kruz sind Bestandteil der Satzung, sind Bestandteil der Strukturordnung und können über Mittel verfügen. Ja. Aber. Die Kruz sind Bestandteil der Satzung. Basierte da drauf, Paragraf 7 der Strukturordnung. 1. Kruz sind die kleinste Organisationseinheit des Landesverbandes und bilden flexible und tatkräftige Teams. Kruz sollten in der Regel in kurzen Abständen zusammenfinden. Kruz können sich eine Kruordnung geben. In der Finanzordnung ist es so definiert, dass Kruz eine Organisationseinheit sind und dementsprechend Mittel beim Landesvorstand beantragen können oder beim Landesparteitag. Zwei Piraten, die sich zusammensetzen, können das auch. Was ist der Unterschied zwischen zwei Piraten und einer Kru? Ist dann die Kru noch Bestandteil der Satzung? Eben. Das heißt, eigentlich per se ist erstmal die Kru raus. Ich habe den Namen noch da drin, aber die Funktion ist raus. Das Einzige ist, wenn man sich die Strukturordnung anguckt, Sie haben zumindest vom Ansatz her erstmal gedachte Pflichten, die zwei Piraten nicht haben. Warum sollte ich dann eine Kru gründen? Also per se ist sie raus. Also da ist kein Unterschied. Die Kruordnung hatte eine Struktur in der Form, dass sie dafür sorgte, dass ich einen Unterschied habe zwischen aktiven Piraten und nicht aktiven Piraten. Das heißt, die aktive Crew bekam Mittel und zwar vielleicht mal kurz zur Aufklärung. Sie bekamen halt ein Zwölftel des Jahresbudgets und das geteilt durch alle Crews. Und das Jahresbudget waren die freien Mittel. Das heißt, das waren die Mittel, die der Landesparteitag nicht für andere Organisationseinheiten oder den Landesvorstand schon belegt hatte. Das heißt, der Landesparteitag hat darüber beschlossen, wie hoch das Budget der Crews war und nicht der Vorstand. Scheinbar ist das Vertrauen in den Landesparteitag geringer geworden. Weiß ich nicht. Das ist der zweite Punkt. Ich habe aber noch einen dritten Punkt und zwar geht es darum, Sekunde, ich komme nicht hin. Ja, ich komme dann gleich nochmal. Ja, Entschuldigung, ich habe bisher immer gegen den Timer mich entschlossen, dass ich nichts davon halte und ich weiß warum. Weil ich habe noch fünf Punkte und deshalb schließe ich mich hinten wieder dran. Bleib mal vorne stehen. Ich möchte dir für die ersten drei, die du gerade gesagt hast, schon mal eine Antwort geben. Der Daniel möchte auch was sagen. Vielleicht ist das ja redundant. Zum Thema, wir hätten Leute ausgeschlossen, möchte ich nachher noch was sagen. Da ist noch eine Menge Redner auf der Rednerliste. Da habe ich gleich noch einen Punkt zu. Nicht jetzt. Du hast gesagt, die Crews sind nicht mehr Crews. Sie hätten zwar Pflichten, aber zwei Piraten könnten das auch ohne Crew tun. Entschuldigung, wir haben die Crews vor allen Dingen deswegen noch in dieser Satzung, weil die Pflichten gewünscht sind. Weil es gewünscht war, dass sich Leute zusammentun, die protokollieren wollen. Die über eine Crewsprecherliste miteinander kommunizieren wollen. Und nur deswegen stehen da Crews. Die könnten auch Piraten, Häfen, Familie, Gruppe, Kuschelkreis, was weiß ich heißen. Sie wollten Crews heißen, sie wollen protokollieren und deswegen steht das da drin. Und deswegen steht da, sie können sich eine Crewordnung geben, aber sie müssen nicht. Sie haben de facto erstmal keine Pflichten. Sie sollten, Entschuldigung, sie sollten sich eine Crewordnung geben. Die Crews, so wie sie jetzt miteinander kommunizieren, so wie sie jetzt funktionieren, da wo sie funktionieren. Wird da hinten geraucht? Das ist jetzt uncool so. Aber dann ist es ja gut. Die Crews, wie sie jetzt da sind, wie sie funktionieren, das ist doch cool. Da wo eine Crew funktioniert, da soll sie auch weiter bestehen. Da wollen wir sie überhaupt nicht kaputt machen, weil es ein wichtiges Mittel im Landesverband ist. Aber da wo sie eine Crew gründen möchte, die eventuell sagt, ich möchte aber nicht protokollieren, ich möchte aber anders miteinander arbeiten, ja dann sollen sie das doch bitte tun. Und das zweite ist, eigentlich der dritte Punkt, du hast gerade gesagt, das Vertrauen in den LPT ist verloren gegangen. Es tut mir leid, da muss ich dir leider widersprechen. Der Landesparteitag hat gegenüber dem Landesvorstand Weisungsrecht. Das steht so in der Satzung, denn, das steht so in der Bundessatzung, denn die Organe des Landesverbandes müssen aufgrund der Entscheidungen der Mitgliederversammlungen handeln. Und wenn die Mitgliederversammlung sagt, Crew X bekommt Geld Y, dann muss der Vorstand dem zustimmen, dann muss der Schatzmeister dieses Geld auszahlen. Der Landesparteitag ist und bleibt das höchste Gremium, das wir im Landesverband haben. Jetzt habe ich leider keine Redezeit mehr, um direkt darauf zu antworten. Und einen habe ich noch. Ich habe es nämlich gerade gefunden. Es wird die ganze Zeit darauf rumgehackt, dass ein Pirat nur einzeln Geld beantragen kann. Ich weiß, das hast du jetzt nicht gesagt, aber das ist jetzt mehrfach aufgekommen. Ich möchte es deswegen kurz beantworten. Änderungsantrag U101 besagt nämlich genau das, beantragt von mir für Hartmut aufgrund dieses Bugs, der gefunden wurde. Da steht drin, den § 4 Abschnitt A so zu ändern, dass da nicht mehr steht, kann jeder Pirat, sondern kann jede Gruppe von Piraten mit mindestens drei Mitgliedern des Landesverbandes, von denen mindestens zwei ihren Wohnsitz im virtuellen Kreisverband haben, zweckgebunden beantragen. Sprich, wenn ihr die drei Mitglieder gerne haben möchtet, statt des einen Piraten, der einzeln Geld beantragen kann, dann nehmt verdammt nochmal U101 an und ihr habt genau das, was ihr wollt, und zwar mit dieser Satzung. Ganz kurze Ergänzung noch zu der Thematik. Ich gehe davon aus, dass es dir auch hauptsächlich um Transparenz wahrscheinlich geht, wenn du kritisierst, dass zum Beispiel zwei Piraten Gelder beantragen können. Die Transparenz ist jederzeit gegeben. Die Piraten müssen ja schließlich beim Landesvorstand, also dem Gremium, das wir hier gewählt haben, diese Gelder beantragen. Die machen eine öffentliche Sitzung, entscheiden letzten Endes darüber. Das heißt, das Prozedere ist im Prinzip identisch zu der Crew. Der einzige Unterschied ist, die Crew selber hat ein paar mehr Pflichten. Genau das, was der Michel gerade sagt, das sind die Sachen, die auch gewünscht sind, die ich persönlich auch gut finde, dass eben solche Dinge entschieden werden und vielleicht alle zeitnah sich auch damit einbringen können. Entschuldigung, aber das ist eine andere Art von Transparenz. Ralf, du hast nicht das Wort, Ralf, du hast nicht das Wort. Vor deinem GO-Antrag kommt noch ein anderer GO-Antrag. Den hätte ich jetzt gerne gehört, den GO-Antrag. Bitte steh auf, soweit dir das möglich ist und teile uns das mit. Das ist kein GO-Antrag, so wie ich das hier höre. Kannst du bitte einen GO-Antrag formulieren? Du hast einen GO-Antrag gestellt. Das ist eine Änderung der Tagesordnung. Änderungen der Tagesordnung müssen schriftlich eingereicht werden. Du kannst das hier gerne, genau, laufende Punkte können auch nicht verschoben werden. Du kannst das gerne hier schriftlich einreichen. So, jetzt haben wir einen zweiten Geschäftsordnungsantrag. Danke. Wir haben einen zweiten Geschäftsordnungsantrag vom Ralf. Ich habe ein Mikro. Danke. Antrag auf Aufhebung der Redezeitbegrenzung. Und da möchte ich auch eine Begründung zu abgeben. Ich habe hier einige Punkte, die ich gerne klarstellen möchte zu der Satzung, der alten Satzung, der neuen Satzung. Und die Zeit möchte ich gerne haben, genauso wie andere die Zeit auch haben wollen. Und ich möchte auch die Zeit haben, wenn dann die Antragsteller von der U01 antworten können und dort keine Redezeitbegrenzung ist, dass man dann halt auch wieder das klären kann. Weil da sind wieder Halbwahrheiten gesprochen worden und man hat keine Möglichkeit, direkt darauf zu antworten. Okay, da hinten haben wir einen Gegenantrag. Es ist ein neuer GO-Antrag. Gegenantrag irgendjemand? Du hast einen Gegenantrag. Ich bin dagegen. Ich denke, du kannst dich nochmal anstellen. Wir hatten hier gerade ein Stimmungsbild, inwiefern es um die Historie dieses Satzungsantrags gehen soll. Du hast eine Menge Zeit wieder damit verschwendet. Insofern bist du selbst schuld. Stell dich hinten an. Red nochmal. Ich habe exakt 30 Sekunden dafür gebraucht, für die Historie. Okay, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über diesen GO-Antrag auf Wiedereröffnung der Redeliste. Wer dafür ist, hebt bitte die Karte. Nein, das ist langfristig wirkend, also nicht nur für 12 Minuten. Okay, Gegenprobe. Boah, ey, ihr seid echt Pari-Pari. Keine Ahnung. Auszählen, das ist ja eine Farce. Also beim nächsten Mal setzt ihr euch bitte so, dass ihr es da verteilt habt. Ja. Hammersprung, das wäre doch mal eine Sache. Ja. Ne, habe ich jetzt echt keinen Bock auszuzählen. Ich sage einfach mal, hat sich nichts geändert. Das ist, bringt auch nichts. Das ist so Pari-Pari. Beantrag dir mal die Auszählung. Du beantragst die Auszählung. Gut, alles klar. Was denn? Kann ich auch einen GO-Antrag stellen? Oder muss das auch ein Mikro werden? Du hast gerade die Auszählung beantragt. GO-Antrag auf, nein. Ich frage, ob ich einen GO-Antrag jetzt stellen kann, obwohl die Abstimmung noch nicht zu Ende ist. Kannst du ein Mikro benutzen? Du hast ein Mikro. Ob ich einen GO-Antrag noch stellen kann, ob bei diesem Meinungsbild von 50-50 mit auszählen, habe ich einen neuen GO-Antrag. Ob das geht? Der Antrag ist unzulässig. Nicht deiner. So, also Entschuldigung, dieser Antrag ist unzulässig. Okay, dann, ja, Entschuldigung, ich habe dich jetzt nicht gehört, weil ich jetzt... Nein, ich sage jetzt mal, da ja oben jeder die Uhr sieht, ich wollte jetzt einfach den GO-Antrag stellen, da wir 17.50 Uhr haben, die Tag hier und jetzt, die Sitzung auf morgen zu vertagen. Das ist unzulässig, muss schriftlich eingereicht werden, danke. Nächster. Es ist nicht, äh, es ist aber nicht korrekt eingereicht. Es muss einen Tag oder was auch immer, äh, hier steht nur Vertagung. Bitte, korrekt schriftlich einreichen, dann kann ich den auch annehmen. So, ja. So, gibt es weitere GO-Anträge? Ja, bitte, lasst uns den Abend mit GO-Anträgen beenden. Ein Mikrofon für den Yamasi, bitte. So, ich hoffe, das bringt uns ein bisschen voran. Ich hätte gerne ein Meinungsbild zum, äh, Satzungsänderungsantrag 1.01. Wer würde den bevor, äh, befürworten? U. 101. U. 101. Wer würde den, im Falle, dass dieser Satzung angenommen würde, annehmen? Okay. Hat das, äh, jeder verstanden? Nein. Das ist drei Leute. Also, das ist der Antrag mit den drei Piraten, also der, äh, Antragsberechtigung statt einem Piraten auf drei Piraten. Wer würde diesen Antrag annehmen? Okay. Ähm, okay. Gegenprobe, wer würde diesen Antrag nicht annehmen? Okay, äh, damit bescheide ich dir ein positives Meinungsbild. Ein weiterer GO-Antrag. Also, wer nochmal einen GO-Antrag stellen möchte, bitte vorher, äh, zum Mikro gehen. Danke. Ich beantrage, dass wir heute so lange tagen, bis wir U1 abgestimmt haben. Ich, äh, ich werde dir sagen, dass ich diese Versammlung unterbrechen werde, und zwar genau um 18 Uhr. Also, äh, ja. Okay. Aber wir können den Antrag gerne trotzdem, äh, abstimmen, obwohl es gar kein günstiger ist. Es ist nicht zulässig, der Antrag insofern, ähm, ja, nichtig. Der Antrag ist nicht, nichtig. 18 Uhr werde ich hier die Versammlung dicht machen. So, wir haben noch acht Minuten. Ja, der nicht zulässig ist, kein günstiger GO-Antrag. Auf, äh, weiterreden bis, äh, ja. So, okay, dann kommen wir jetzt zum nächsten Redebeitrag, abermals, äh, vier Minuten. Ähm, Olaf, bist du der Nächste in der Rednerliste? Olaf, du hast das Wort. Ich möchte gar nicht jetzt einzeln auf irgendwelche Bugs oder Fehler oder auf Einzelheiten der Satzung eingehen, weil ich einfach, es lohnt nicht, nach kleinen Fehlern zu suchen, wenn mir das Gesamtkonstrukt nicht gefällt. Und an dem Gesamtkonstrukt missfällt mir eine ganze Menge. Es ist eigentlich eine ganz komische Sache. Es gibt zwei Philosophien, so ein bisschen, hier in der Partei in Nordrhein-Westfalen. Die eine sind ein bisschen, sag ich mal, kuhorientiert und die andere sind Gebietsverband, kreisorientiert. Und genau diese Diskussion findet schon seit Ewigkeiten statt, über welche dieser Organisationsstrukturen die bessere ist. Als wir uns damals im Kuschelkreis getroffen haben, ist ziemlich auf der vorletzten Sitzung oder auf der letzten Sitzung, wo ich mitgemacht habe, ist irgendwie ein Kompromiss gefunden worden, wo zumindest die Leute, die dort anwesend waren, egal ob sie jetzt kreisorientiert oder kuhorientiert waren, zumindest beide Seiten zähneknirschend sagen konnten, ist okay, damit kann ich leben. Was mir an dieser Satzung nicht gefällt, ist, dass sie jetzt in die Richtung der kreisorientierten abgedriftet ist. Und was ich auch ganz klar mitkriege, die ganze Kritik, die hier immer von Leuten angebracht worden sind, die, sag ich jetzt mal, kuhorientiert, eher kuhorientiert sind, eure Antworten sagen mir eins, ihr versteht nicht, was die Leute wollen. Ihr sagt immer, ihr könnt euch weiter als kuh organisieren oder so. Das ist es nicht. Ich will mich nicht als Kuh organisieren, nur weil mich den Namen Kuh tragen kann, sondern auch, damit ich eigenverantwortlich mit Leuten zusammen arbeiten kann, dass ich mich planend arbeiten kann. Das ist hier jetzt weg. Wer garantiert mir, dass im Dezember noch Mittel da sind, wenn meine Kuh die erst im Dezember braucht? Muss ich das Geld für die Sachen, die ich noch gar nicht weiß, was im Dezember stattfindet, muss ich die jetzt schon im Januar beantragen, damit sie gesichert sind? Das ist zum Beispiel der erste Punkt, der völlig an den Ideen, die die Leute, die kuhorientiert sind, haben, vorbeigeht. Es kann nicht sein, dass unsere kleinste Organisationseinheit von den Entscheidungen der anderen Organisationseinheiten, also die Arbeitsfähigkeit einer Crew, die kann nicht abhängig sein von der Art, wie andere Crews, wie andere Leute im Landesverband gehaushaltet haben. Ich möchte mit meiner Crew weiterhin die Gewalt darüber haben, ob wir das Geld schon alles im Januar ausgeben wollen, was wir im Januar haben, oder ob wir uns im Januar nicht sagen, nee, bei uns finden die großen Sachen leider erst in der zweiten Hälfte des Jahres statt. Wir geben gar kein Geld aus in der ersten Hälfte des Jahres, sparen das Geld an und geben es dann in der zweiten Hälfte aus. Diese Möglichkeit ist in der neuen Satzung gar nicht mehr gegeben. Das war's. Also A, und ich würde um ein bisschen mehr Ruhe bitten, wenn das geht. Anscheinlich. Ja, startet er gleich zehn Minuten später, äh, zehn Sekunden später. Erstens, dich hindert nichts daran, dich mit den lokalen Piraten abzusprechen. Unsere Meinung ist, dass wir sprechende Wesen sind, die miteinander und nur miteinander Politik machen können. Es funktioniert nicht gegeneinander, das sehen wir, das sehen wir heute und das sehen wir hier. Das ist schade, aber es funktioniert nicht gegeneinander, man kann nur miteinander Geld ausgeben. Das ist das eine. Und das andere ist, nichts würde dich daran hindern, mit deiner Crew im Januar Geld zu beantragen und es erst im Dezember auszugeben. Die Planungssicherheit am Anfang des Jahres, dir selbst zu nehmen mit deiner Crew und erst im Dezember zu sagen, jetzt stellen wir uns auf den Weihnachtsmarkt, weil jetzt ist genau das Geld dafür da. Wenn ihr als Crews von Planungssicherheit redet, dann beantragt das Geld doch einfach am Anfang des Jahres. Wo ist das Problem? Damit habe ich noch keine Planungssicherheit. Damit habe ich eine Planungssicherheit von allen Sachen, die kommen. Aber ich kann jetzt nicht, also da müsste ich schon mal sagen, ich beantrage am Anfang des Jahres schon mal Betrag X, weil ich weiß nicht, was im zweiten Hälfte des Jahres kommt. Nur wenn ich den jetzt nicht im Januar beantrage, ist das Geld in der zweiten Hälfte nicht mehr da. Das heißt, nur zur Wahrung der Möglichkeiten müsste ich Geld beantragen, wobei ich noch nicht mal weiß, ob ich es brauche in der zweiten Hälfte. Also, das Problem haben wir natürlich bei der Erstellung der Satzung gesehen. Und es ist einfach unlösbar und wir werden dazu keine Lösung finden. Denn, du hast recht, nichts hindert eine Gruppe von Piraten daran, im Januar einfach das komplette Budget zu beantragen, auszugeben. Und wenn dann im Dezember vielleicht sogar ein Neupirat kommt, der nicht weiß, wie viel Geld in seinem Kreis zur Verfügung steht, der kommt und der sagt, ich möchte jetzt Geld ausgeben, und siehe da, da wird ihm gesagt, schade, nichts mehr da. Gut, im Dezember ist nicht schlimm, wartet ein bisschen, sagen wir im September. Schied egal. Genau. Dann ist es ja immer noch so, dass der Landesverband, und das sind wir alle, das ist nicht nur der Vorstand, das ist auch eine LMV, und das ist ein Landesvorstand für die Piraten in Vertretung, dass er sich ja mit dem Hammer kämmen müsste, wenn er sagt, oh, du hast eine gute Aktion vor, schade, kein Geld mehr da, Pech gehabt. Denn genau dafür ist ja ein freies Budget, das innerhalb der Verwaltung des Landesverbandes liegt, da. Und genau deswegen sehe ich diesen Fehler, den du da siehst, nicht, der ist heilbar. Anders in der Satzung, tatsächlich in geschriebenen Buchstaben, können wir dieses Problem nicht lösen. In der alten Satzung braucht er gar nicht erst geheilt werden, da ist das Problem, besteht das Problem nicht, weil die Crew monatlich Geld bekommt, das heißt, sie kann das Geld sich selber einteilen über die Monate und kann gucken, wann sie das Geld ausgibt. Das war die Überlegung der alten Satzung. Jetzt in der neuen Satzung ist es nicht mehr so. Erstens, dann stell den Antrag so, dass du sagst, ich möchte am Anfang des Jahres Anteil X von dem Budget, solange kein anderer da dran geht. Das ist ja auch möglich. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, was passiert denn, wenn sich innerhalb der Zeit in meinem Gebiet, wo ich gerade aktiv bin, eine zweite Crew, eine dritte, eine vierte meldet? Und was passiert nach der aktuellen Satzung, wenn sich plötzlich eine zweite, dritte, vierzigste Crew meldet, die plötzlich Geld haben will? Am Ende hast du so wenig Geld, dass du nicht am Anfang des Jahres, du sagst Planungssicherheit, am Anfang des Jahres kriegst du 150 Euro, hat sich die Zahl der Crews verzehnfacht, kriegst du noch 15 Euro. Hast du, wie wir es in Hochzeiten hatten, irgendwie um die 50 Crews, dann kriegst du nach 3 Euro. Du hast auch mit dem Crewsystem keine Planungssicherheit. Die Sache ist so, ich habe aber auf jeden Fall eine praktischere. So viele Crews haben sich nicht gegründet. Ich glaube, die Maximalzahl, die lag mal irgendwie bei 80 Crews. Es ist wieder runtergegangen. Das heißt, es gibt über eine bestimmte Menge an Crews, gibt es einfach nicht. Also da sind wir noch nicht. So viele Mitglieder haben wir auch nicht. Also ich träume auch davon, dass wir mal unendlich viele Crews haben. Aber das wird noch sehr, sehr lange dauern. Also eins wiederhole ich ja gebetsmühlenartig. Meine Crew wurde gegründet, um Geld zu bekommen. Und daran wird sich nichts ändern. Wenn wir weiterhin sagen, Crews bekommen Geld, weil sie Crews sind, dann werden sich Crews gründen und dann hast du bald mehr als 80 Crews. Ich gebe die letzte Minute meiner Redezeit an den Nachfolgenden. Ich brauche nur eine Minute. Ich bin Verwaltungsfachangestellter. Nein, Stopp, Halt. Rederecht erteilt die Versammlungsleitung und nicht den Redner. Also wenn der Olaf jetzt sein Rederecht aufgibt... Es ist ein Schlussappell. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, hier eine Minute zu antworten. Und dann möchte ich diese Versammlung auch morgen vertagen danach. Olaf, ich wollte dir auch noch kurz was sagen. Du gehörst ja zu den Sozialpiraten. Du müsstest eigentlich wissen, dass Piraten soziale Menschen sind. Ich kenne Piraten, die in der jüngeren Vergangenheit in einem halben Dutzend Nachbarkreisen rumgefahren sind, um bei Aktionen mitzumachen oder Material zu liefern. Ich war auch einer davon. Wenn irgendwo Not am Mann ist, kannst du dich auf deine Nachbarn verlassen. Bestimmt. Und ich garantiere dir, wenn irgendwann der Rhein-Erft-Kreis sagt, ey, verdammt, wir sind pleite, aber wir müssen hier dringend nochmal 100 Euro für Flyer ausgeben, werden die sich umgucken, rundherum mindestens zwei oder drei andere Kreise oder was auch immer finden, die denen sicher Geld ausklinken oder zum Landesverband gehen. Und dann kann der Landesvorstand sagen, das ist wichtig genug, das machen wir. Dass sich Piraten gegenseitig hängen lassen werden in so einer Situation, kann ich mir nicht vorstellen. Geht mir nicht in den Kopf. Und ich empfehle dir diesbezüglich keine Sorgen zu machen. Dazu möchte ich noch eine Anmerkung machen. Dann frage ich mich, warum ich sowieso regeln muss. Wenn der Mensch sich sowieso, wenn die Piraten sich alle sozial und fair und völlig freundlich zueinander halten, dann brauche ich auch nur sagen, erster Satz der Satzung, wir verhalten uns fair. Alles andere gucken wir dann schon, weil wir uns ja fair verhalten. Das ist kein Argument. Es geht dabei nur um eine Grundlage zur Arbeit zu finden. Und das, was ich geschildert habe, ist ja die Ausnahme, die man dann immer noch regeln kann. Du würdest das Kind mit dem Bart ausschütten, wenn du sagen würdest, ja, dann können wir ja alle jegliche Finanzordnung aufheben. Das ist auch nicht zielführend. Hand aufs Herz. Piraten sind sozial. Man wird sich gegenseitig zu helfen wissen. Ganz sicher. Ja, ganz knackig. 30 Sekunden. Ich habe vorhin eine Antwort zurückgestellt, nämlich die nach der Transparenz. Ich möchte das kurz beantworten. Ich habe gerade nachgucken lassen, in Anführungszeichen. Es wurde gesagt, wir hätten nie über diese U-Boot-Satzung geredet. Das hätte nie jemand wissen können. Entschuldigung, aber in der Vorstandssitzung vom 19.05. hat der Alexander davon berichtet, dass er die U-Boot-Satzung analysiert, gelesen hat und zwar ausführlich und in der Sitzung vom 20.10. habe ich das Satzungstreffen der U-Boot-Satzung noch einmal vorgestellt. Es steht in dem Protokoll und es kann jeder nachlesen, auch derjenige, der sagt, das Pet ist mir nicht genug. Ich will, dass es in dem Protokoll steht. Hier steht es drin. Entschuldigung. Okay, also die Rednerliste ist eben von der Versammlungsleitung notiert worden. Solltet ihr morgen bei der Wiedereröffnung alle pünktlich sein, dann bleibt die Redereihenfolge auch bestehen. Es ist jetzt nach 18 Uhr. Frank, was möchtest du? Boah, kann jemand? Ja, das wollte ich jetzt bekannt geben. Ich bitte um Ruhe. absolutes Schweigen jetzt. Weil wenn jemand morgen zu spät kommt, den bestraft dann der Parteitag. Ich unterbreche hiermit die Sitzung auf morgen zur Wiedereröffnung um 10 Uhr, Akkreditierungsbeginn 9 Uhr an gleicher Stelle. So, und die Stimmkarten bitte behalten. Den Müll, der heute erzeugt worden ist, von euch bitte entfernen. Auch nicht von euch erzeugter Müll bitte mitnehmen. Ja, wir möchten hier alles sauber hinterlassen. Die leeren Flaschen bitte vorne abgeben. Ich wünsche euch einen schönen, diskussionsreichen Abend und einen guten Nachhauseweg. Und ich hoffe, dass wir morgen zu konstruktiven Ergebnissen kommen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.